Seid gegrüßt. Ich reagiere heute zusammen mit Rainer Ernst auf Markus Krall bei Jasmin Kursobeck. Erstmal hallo Rainer, wer bist du und was machst du? Ich bin Rainer Ernst, ich bin Filmtechniker für Digitalfilm und visuelle Effekte. Ich rechne mich zum linken Spektrum, eher so zu BSW als den, du weißt schon, den anderen Linken. Ja, und ich bin bei YouTube. Ja, das ist doch gut. Wie gesagt, ich würde sagen, dann reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Man findet dich unter den beiden Kanälen Politik einfach erklärt und reiner Luxus aktuell. Naja, wie gesagt, dann reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum und fangen direkt mit dem Interview an. ...gründen werden, also ganz offiziell. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Markus Krall plant, eine eigene Partei zu gründen und er hat sehr großspurige Ankündigungen gemacht. Sie sagen, die politisch bewegt die sich irgendwo zwischen CSU und AfD. Sie sagen, sie würden die CDU halbieren. Sie werden eine Wende in Deutschland vollziehen und sie streben einen Machtwechsel bei den Bundestagswahlen 2025 an. Das ist ja jetzt nicht gerade bescheiden. Nicht allein. Also natürlich ist es nicht bescheiden, das weiß ich auch. Aber ein bisschen in den Kontext muss man natürlich stellen. Also natürlich würde ich alleine nicht in der Lage sein, irgendwas zu bewegen. Weder mit einer neuen Partei noch mit nur einer Partei. Die Ansage, die ich sage mal mache, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben eine verwaiste Mitte in Deutschland. Wir haben auf der rechten Seite des demokratischen Spektrums eine AfD, die dort positioniert ist und die jetzt einen sehr großen Zulauf hat, auch durch die Unzufriedenheit der Wähler. Und wir haben auf der linken Seite alle anderen Parteien, die sich da tummeln und die sich eigentlich um den linken Platz streiten. Die sind so weit nach links gerückt mittlerweile, dass das, was links in der Mitte ist, für die schon teilweise... Ja, ich finde das einen interessanten Punkt. Und zwar, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es eigentlich zwischen der CDU und der AfD wirklich eine Repräsentations... ...und in der Hoch... ...ob es da eine... ...ob es da eine Repräsentationslücke gibt. Aber es stimmt eigentlich, weil die AfD ist ja für viele unwählbar und die CDU, ich meine, ich habe noch nie die CDU gewählt, aber ich empfinde sie heute in vielem nicht so viel anders als es die Grünen oder die SPD, so nach Motto. Das war ja gerade die Kritik, das war ja ganz kurz noch, das war ja gerade die Kritik an der GroKo, dass ja die CDU und die SPD irgendwann fast nicht mehr unterschieden haben, so nach Motto. Und das ist ein interessanter Punkt. Also im ersten Moment würde ich jetzt sagen, eigentlich, das ist ja irgendeine Knalltüte, aber vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Vielleicht gibt es wirklich das Potenzial für die Partei, die er sich vorstellt. Ja, ja, du hast da mit deiner Diagnose absolut recht, würde ich sagen. Aber, aber, nichts aber, du hast absolut recht. In der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des politischen Spektrums wird dem Wähler kein Angebot mehr gemacht. Der Wähler will aber ein Angebot in der Mitte des politischen Spektrums. Und wenn es anders wäre, dann hätten wir nicht so extrem viele nicht wählen. Stimmt, aber da stellt sich die Frage, ob Markus Krall jetzt in dieser Mitte steht. Und das würde ich stark in Zweifel ziehen, zumindest wenn man seine Aussagen von vor ein paar Jahren in Augenschein nimmt. Ich habe da auch was vorbereitet. Mal sehen, ob wir da in dem Interview hier drauf zu sprechen kommen. Dann werde ich die Aussage noch verbringen von vor ein paar Jahren. Also es geht ums Wahlrecht. Aber wie gesagt, dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Also glaube ich, dass jetzt Zeit ist, in der Mitte wieder dieses politische Angebot zu machen. Und zwar in einer Weise, dass es auch dazu beitragen kann, die Politik in diesem Land zu verändern. Und Veränderung heißt in dem Fall nicht das tun, was die Altparteien die ganze Zeit schon gemacht haben. Da gehört auch die Union dazu. Die Union ist ja nicht in einer Opposition zu dem, was die Ampel macht. Nicht in Wirklichkeit. Die Ampel verlängert ja nur das, was die Union 16 Jahre unter Merkel gemacht hat. Man kann also überhaupt nicht davon reden, dass da Unterschiede... Ja, da spricht er einen guten Punkt an. Ich finde, da hat er ganz recht. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die eigentlich heute alle dasselbe Süppchen kochen. Nur irgendwie hat man sich die Grünen als Prügelknaben ausgesucht. Also manchmal rage ich die Grünen und denke mir so, ah ihr Grünen. Und dann denke ich mir wieder, eigentlich, ja, ihr habt jetzt die A-Karte sozusagen. So, wenn irgendwas davon schief geht, egal was schief geht, biete Grünen am Ende. Aber eigentlich hat es doch die CDU mitgetragen. Ich sehe keinen großartigen Dissens oder so. Guck dir mal den Merz an. Der widerspricht doch nicht wirklich zu irgendwas, was die Ampel macht. Nicht so richtig, oder? Ja, du hast absolut recht. Die, ja, die Parteien in der politischen Mitte, also CDU, SPD, FDP und Grüne, die sind, ja, neoliberal in der Wirtschaftspolitik, so rochistisch, so identitätspolitisch, linksliberal, nenn es wie du willst, in der Kulturpolitik. Also da bekommst du auch überall die gleiche Suppe. Also eben keine konservative Politik mehr. Und transatlantisch in der Außenpolitik. Sie machen also mehr oder weniger das, was im Interesse der USA ist. Also ich glaube, so kannst du diese vier Parteien, beziehungsweise fünf Parteien mit der CSU ganz gut zusammenfassen. Da fragt gerade einer im Chat, wer spricht denn da? Das hier ist Markus Krall, er ist Anhänger der österreichischen Schule, ehemaliger Vorsitzender von Bigussa Goldhandel, das zu der Zeit noch dem Milliardär August von Fink gehört, ein sehr konservativer Milliardär. Andreas Kemper hat dazu schon relativ viel geschrieben und auf seinem Kanal weiß ich, ja, da hat er, glaube ich, auch was veröffentlicht. Schaut da gerne vorbei. Andreas Kemper, den Kanal gibt es auch auf YouTube, der hat auch Interviews bei Jung und Naiv gegeben. Also der ist natürlich auch, hat natürlich auch selber eine politische Einstellung, aber, ja, da ist relativ interessant, was er so zu diesem Netzwerk erzählt. Aber, ja. Verschiedliche politische Ansätze da wären. Nee, dein Stream-Partner meine ich. Achso, das ist reiner Ernst. Wie gesagt, ihr findet ihn auf den Kanälen reiner Luxus und Politik einfach erklärt. Die Ampel macht es ein bisschen radikaler, aber wie Hans-Georg Maaßen es so schön formuliert hat, die Union, die CDU und auch die CSU in geringerem Maß als die CDU. Aber ebenso sind keine Opposition gegen den Sozialismus in diesem Land. Sie sind Opposition im Sozialismus. Ja, alles, was ich nicht mag, ist Sozialismus. Ja, aber weißt du, was ich glaube, was wir nicht verstehen? Vielleicht müssen wir uns mehr damit beschäftigen, wie das konservative Lager heute den Sozialismus besetzt hat. Weil das stimmt schon. Die EU hat bestimmte Merkmale, ja, für mich der ehemaligen Sowjetunion so. Irgendwelche Leute treffen Entscheidungen, ähm, wie soll ich sagen, treffen Entscheidungen, du weißt aber nicht wer. Eines Tages heißt es einfach nur, so ist es jetzt. Und dann, alle Fehler, die man irgendwie macht, die die Politiker machen oder große Konzerne machen, werden vergesellschaftet. Also zahlen am Ende wir. Ich glaube, das ist das, was sie in Wahrheit mit Sozialismus meinen. Ja, das hat auch nichts mit Sozialismus zu tun. Das ist im Kapitalismus doch nicht anders. Es gab Zeiten, wo das besser war als heute, aber das war auch, das war die meiste Zeit der Kapitalismus existierte eigentlich genauso. Also das ist kein Unterschied zwischen diesen zwei Systemen. Okay, okay, aber guck mal, es geht ja jetzt nicht darum, ich wollte ja nicht den Sozialismus kritisieren. Ich will dir nur sagen, dass heute verschiedene Bubbles Begriffe teilweise umdefiniert haben und was ganz anderes meinen. Ich weiß. Was ich meine, weil es stimmt schon. Es stimmt schon, Sozialismus ist ein Kampfbegriff irgendwie gegen alles bei den Konservativen. Alles, was sie nicht mögen, heißt alles sozialistisches Teufels sein. Wir gucken mal, ob Jasmin Kozobek hier nachfragt. Sie selbst sieht sich, glaube ich, auch als Liberale. Also mal schauen, ob sie das jetzt mal kritisch hinterfragt, was Krein hier mit Sozialismus meint. Also bisher hat er ja noch nichts Konkretes gesagt. Aber die Politik, die ist seit 40 Jahren neoliberal. Die Steuern für die Reichsten wurden immer weiter gesenkt. Die Löhne wurden nicht weiter angehoben. Also wir leben mehr oder weniger in einer neoliberalen Gesellschaft. Das ist das exakte Gegenteil von Sozialismus. Und dann ist das Lustige, also so eine Libertären wie Krein, die schreien danach immer noch weniger Staat. Egal, wie mag der Sozialstaat abgebaut wurde, es ist immer noch zu viel. Also das ist immer diese Logik. Genau, das denke ich auch, ja. ... Sozialismus in diesem Land. Kennt ihr das? Man will sich über einen Internet... Oh, ich lehne in VPN an... ...geogrundes... ...kostenlos... Also warum ist das Sozialismus? Weil ich habe auch so die Idee, dass Libertäre oft den Sozialismus überall sehen. Also alles, was anders ist, ist Sozialismus. Ich glaube, das ist relativ einfach zu definieren. Der Sozialismus ist ein System, bei dem nicht das, was das Individuum macht, ausschlaggebend ist für die Gestaltung einer Gesellschaft, sondern das, was der Staat macht, ausschlaggebend ist. Und wir sehen in diesem Land eine Staatsquote von weit über 50... Nochmal, die Definition hören wir uns jetzt nochmal... Ja, bitte. Das ist doch jetzt mal... Also das, was das Individuum macht, ausschlaggebend ist für die Gestaltung einer Gesellschaft, sondern das, was der Staat macht, ausschlaggebend ist. Was ist das für eine bescheuerte Definition? Also das, was das Individuum macht, ist nicht ausschlaggebend. Jetzt ob es im Sozialismus... Also es gab ja mal realsozialistischen Staaten, jetzt ob es da keine Individuen gegeben... Also das ist so eine Definition, da kann man überhaupt nichts anfangen. Genau, aber darauf will ich hinaus. Sie benutzen, Konservative benutzen diesen Begriff ganz anders, als wir ihn im ursprünglichen Sinne verstehen. Deswegen bin ich auch immer verwirrt, wenn ich das höre. Das heißt, verwirrt diese Definition, die entwirft man extra, wenn man diesen Begriff überall von alles verwenden will, was man nicht mag. Dann sagt man, oh, da steht das Individuum nicht im Mittelpunkt. Also egal was, man kann es dann alles als sozialistisch bezeichnen. Das ist so bescheuert. Also ganz ehrlich, unser modernes Leben ist in Nationalstaaten organisiert. Kapitalismus hat immer nur mit Staaten funktioniert. Also so ein System ohne Staat, das gibt es einfach nicht. So eine Gesellschaft fällt in Anarchie und dann bilden sich neue staatliche Strukturen. Also das ist wirklich komplett bescheuert hier. Aber weißt du, ich glaube, guck mal, ich glaube, er meint, was er wirklich meint, ist ein viel fundamentaleres Ding. Er meint, die Gesellschaft muss so sein, dass der Mensch die Verantwortung trägt für alles, was er tut. Und er meint, dass in Deutschland oder der EU jetzt irgendwie der Staat soll sich um alles kümmern, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Projekt. Ich weiß es nicht. Es gibt immer einen Staat. Es ist nur so ein Gedanke. Also seitdem wir Kapitalismus haben, gibt es Staaten. Also es war nie anders in diesem Wirtschaftssystem. Es geht auch gar nicht anders. Du brauchst einen Staat, der das Eigentumsrecht beispielsweise garantiert. Also der die Eigentumsverhältnisse garantiert. Also ohne einen Staat wäre kapitalistisches Wirtschaften gar nicht möglich. Na, vielleicht kommt da jetzt noch was. Und wir sehen in diesem Land eine Staatsquote von weit über 50 Prozent. Wenn man es richtig rechnet, sind wir wahrscheinlich mittlerweile bei 60 Prozent. Wir sehen eine permanente Fisch... Wenn man es richtig rechnet. Also die Rechnung würde ich mal gerne sehen. Ja, was... Auch hier ist wieder die Frage, was er mit Staatsquote meint. Das kann er mir doch nicht erzählen, dass 50 Prozent der Aktien von irgendwelchen Unternehmen in Deutschland vom Staat gehalten werden. Nein, nein, nein. Es geht nicht um die Vermögensverhältnisse. Es geht um, welcher Anteil vom Bruttoinlandsprodukt wird irgendwie... Gebet irgendwie in Hand vom Staat. Also wird irgendwie durch staatliche Institutionen umverteilt oder irgendwo für genutzt. Also beispielsweise, wenn du Rentenbeiträge in die Rentenkasse einzahlst und das dann an die Rentner umverteilt wird, dann fällt das unter Staatsquote. Obwohl der Staat dieses Geld nie für irgendwelche eigene Zwecke verwendet hätte, sondern die einfach nur an die Rentner weitergibt. Oder wenn du die Krankenkasse... Krankenkasse... Okay, stimmt. Die Leute fallen unter Staatsquote, weil das halt staatlich organisiert ist. Also, aber das ist ein interessantes Stichwort von Krall. Da, ähm, Liste der Länder nach Staatsquote. Also, da gucken wir uns jetzt mal an, was für paradiesische... Also, was für Paradiese mit einer bisschen geringen Staatsquote es gibt. Also, da müssten wir uns... 135 Prozent? Ja, das waren gerade einige kleine Staaten. Also, ich kann noch mal zurückspulen hier. Ne, dass das überhaupt möglich ist. Also, das werden entweder hohe Auslandshilfen sein oder Rohstoffeinnahmen bei diesen Ländern, die hier so weit oben stehen. Aber hier siehst du, also bei den Ländern, die ganz weit oben stehen, siehst du 2021 schon Frankreich, Belgien, Italien, Österreich. Also, wie gesagt, diese kleinen Länder hier, da sind Anomalien. Das ist, weil die hohe Auslandshilfen erhalten oder vielleicht Rohstoffeinnahmen irgendwas haben, was die Staatsquote so extrem nach oben treibt. Aber, ähm, hier, wie gesagt, Finnland, Italien. Also, hier siehst du, ja, reiche Länder. Hierbei mit relativ hohen Staatsquoten über 50 Prozent. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Die Länder mit niedriger Dings in den Arm. Ja, da gehen wir jetzt mal wieder zurück. Wen siehst du hier unten? Also... Ja, genau das. Somalia, Sudan, Venezuela. Würdest du jetzt sagen, okay, obwohl damals war da noch kein Bürgerkrieg im Sudan. Könntest du sagen, okay, in Somalia, da ist ja eh immer so ein latenter Bürgerkriegszustand. Das zählt jetzt mal nicht. Aber Sudan, Venezuela, Turkmenistan. Okay, jedem Aussieg. Nehmen wir das auch mal raus. Das sind auch, das sind auch so Länder, ganz kurz bitte, das sind aber auch so Länder, wo die Zahlen teilweise nicht hundertprozentig belastbar sind. Sollte man nicht vergessen. Das sind ja alles eben. Ja, 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 das... Aber ich meine, wir sind uns einig, es stimmt schon. Niedrige Staatsquote, gleich armes Land. Ja, wir können jetzt mal weiter runterspulen. Also das erste reiche Land, was mir jetzt in den Blick kommt, ist Taiwan. Taiwan ist tatsächlich ein relativ wohlhabendes Land, aber da könnte man jetzt darüber diskutieren, ob es ein eigenes Land ist. Aber Singapur dann vielleicht noch, aber all die Länder, die hierzwischen sind, arme Länder. Also das sind keine Zimbabwe, Angola, Dämonikanische Republik, Tansania, Chad. Das sind alles grenreiche Länder. Also das sind seelarme Staaten. Jetzt, wie gesagt, diese Behauptung, hohe Staatsquote, dann verarmt ihr alles, die ist vollkommener Bullshit. Aber weißt du was, ich habe einen schrecklichen Verdacht und zwar, genau in diesen Ländern ist die Schere zwischen den oberen 10% und den unteren 10% extrem weit. Und das ist doch das, was Karl sich in Wahrheit wünscht. Ja, genau. Es ist seine Armut, die ihn stört. Das ist nicht die Armut der Sozialschwachen. Da schreibt einer im Chat, Venezuela ist doch Sozialismus. Ja, Staatsgebote von etwas über 10%. Das ist Sozialismus. Wir wissen, Sozialismus herrscht in Staaten, wo der Staat sich wenig einmischt. Also das ist mir auch bei anderen, wie Rainer Zittelmann, immer aufgefallen, dass die diesen Begriff Sozialismus vollkommen willkürlich verwendet haben. Also dass ihr keine Definition habt. Karl hat jetzt wenigstens eine genannt, die vollkommen unbrauchbar ist, die sich wirklich zu nichts verwenden lässt. Also die exakt dafür eben brauchbar ist, diesen Begriff Sozialismus immer dann zu verwenden, wenn man irgendwas bezeichnen will, was man nicht mag. Also wenn Leute wie Karl Sozialismus sagen, dann meinen sie einfach irgendetwas, was ich nicht mag. Das ist gleich bedeutend bei diesen Leuten. Okay. Stimmt. Wenn ich mit der Einladung ausblutet, bis an den Punkt, wo jetzt eine große Zahl von Unternehmern und Leistungsträgern das Land verlässt. Jedes Jahr wandern eine Viertelmillion Leistungsträger aus diesem Land aus. Und das ist auch ein Ausbluten natürlich des privaten Sektors damit verbunden. Aber die wandern ja nicht aus, weil sie Deutschland nicht mögen würden, sondern sie wandern aus, weil sie hier keine Möglichkeiten mehr sehen, unternehmerisch und als Leistungsträger tätig zu sein. Und damit wird der private Sektor immer schmaler, der staatliche immer größer. Und das nennt man nun mal Sozialismus. Und dann haben wir den privaten Sektor... Wir hatten gerade diese tollen kapitalistischen Vorzeigeländer wie Turkmenistan, Somalia, den Sudan, wo dachten. Vor allem hat es ja auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt Sanktionen gegen Russland haben und man noch sieben gesprengt hat. Es waren mal wieder die bösen Lickenhams verbrochen. Ja, eindeutig. Okay. Aber machen wir weiter sonst. Nicht nur mit einer ungeheuren fiskalischen Dier konfrontiert, sondern mit einer Gängelung, mit einer überbordenden Regulierung, die es ihm verunmöglicht, vernünftig zu arbeiten. Wir haben eine Totalregulierung. Wir haben eine... Jedes eigentlich gute Thema wird herangezogen und in eine Totalregulierung übersetzt. Nehmen wir Datenschutz. Datenschutz ist eigentlich ein berechtigtes Anliegen. Aber was macht unser Staat damit? Er macht nicht einen Datenschutz, der das berechtigte Anliegen umsetzt, die Bürger vor den Datenkragen zu schützen. Das hat er bis heute nicht geschafft. Stattdessen macht er ein DSGVO, das im Prinzip nur geeignet ist, den Mittelstand mit einer Bürokratie zu überziehen und sicherzustellen in der Komplexität des Verfahrens, dass niemand Compliance üben kann. Es ist nicht möglich, mit diesem Gesetz nicht in Konflikt zu geraten. Es ist schlicht nicht möglich. Also wird jeder... Also hier hat die großen Datenkragen, die können so ein Gesetz relativ leicht einhalten, weil das riesige Unternehmen sind. Der Mittelstand, der wird durch solche Regulierungen überlastet. Das ist tatsächlich auch ein Mittel für einen großen Tech-Konzern, um Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Sie setzen für sich für eine Regulierung in bestimmten Märkten ein, die ihnen dann nützt. Auch das ist ein völlig normaler Vorgang im Kapitalismus. Ich habe auch einen Punkt, wo er nicht Unrecht hat. Und zwar, guck mal, ich bin ja aus Montenegro und das macht er jetzt, so einen Prozess durch in die EU zu kommen. Und zum Beispiel früher, vor 20 Jahren, wenn man ein Familienhaus bauen wolltest, du hast es einfach irgendwie gebaut, Feierabend. Es gibt gar keine großartigen... Du brauchst keinen Architekten dafür. Aber mittlerweile, alles, was gekommen ist, so aus der EU-Gesetzgebung, führt dazu, dass jeder Verwaltungsakt nur immer länger und immer komplizierter und immer verworrener ist. Und es tausend Gründe gibt, warum es lange dauert. Und du brauchst es mittlerweile auch für eine Baugenehmigung, ich habe jetzt das ganze Jahr, habe ich gebraucht dafür, um eine Baugenehmigung zu kriegen. Das ist aber auch, wenn die Leute unterbemacht sind. Gut, das mag sein, aber dann wäre doch auch die richtige Reaktion, vielleicht das Ganze mal ein bisschen zu entschleunigen. Und jetzt, mittlerweile brauchst du, guck mal, du brauchst mittlerweile ein Einfamilienhaus, ein Ingenieur für Statik, ein Ingenieur für Elektrotechnik, ein Ingenieur für Wasserleitungen. Tausend Gutachten brauchst du? Brauchst du die wirklich? Oder, ja, ich weiß nicht. Also mir kommt das so vor, aber alles, was aus der EU kommt, ist einfach nur regulieren, 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 regulieren. Und zwar so in der, in ein bisschen das kleinste Detail zu regulieren. Also ich, ich... Wie gesagt, da hat er recht, da hat er recht. Wir haben definitiv in vielen Bereichen Überregulierung. Und da, wo reguliert werden müsste bei großen Konzernen, da hast du dann eben Regulierung, die ihn nützt oder gar keine Regulierung. Also, ja, was sollst du sagen? Da müsste man vielleicht mal an diese Konzernstrukturen rangehen und überlegen, ob man solche riesengroßen Unternehmen, die da Einfluss nehmen, dass man die mal generell zerschlägt oder dass man da generell mal was an der Verteidigung der Vermögensverhältnisse ändert. Aber das ist, ja, utopisch. Sowas wird bei uns gar nicht diskutiert. Ich meine, es ist ja schon Sozialismus, wenn der Staat irgendetwas macht. Und damit brauchst du Krall nicht zu kommen mit solchen Ideen. Das kannst du vergessen. Also ihr hört schon, dass sie ist nicht Mitte, dass sie ist völlig verrücktes, libertäres Ideologieprojekt. Also das ist wirklich noch völlig gefahrener als die AfD. Björn Höcke ist dagegen ein sehr vernünftiger, konservativer Mann. Okay, das wird jetzt locker von irgendwem rausgeschnitten. Aber gegenüber Krall ist Björn Höcke wirklich vernünftig, demokratisch, konservativ. Er hat durchaus soziale Programmatiken, was mich sehr gewundert hat. Höcke jetzt nicht Krall. Nee, nee, Höcke meine ich, ja genau. Weil das würde man ja normalerweise nicht erwarten als Linker, aber er hat soziale Programmatiken. Dagegen ist der ja total abgedreht. Ja. Im Prinzip durch die Komplexität dieses Gesetzes zum Gesetzesbrecher gemacht. Nehmen wir Lieferkettengesetz. Jetzt soll ein Lieferkettengesetz her, das den Leuten auferlegt nachzuweisen, was ihre Lieferanten in China oder Afrika tun oder nicht tun. Weil da auch gute Absichten dahinterstecken. Ja, die gute Absicht ist... Zu gewährleisten, dass jetzt keine unmenschlichen Arbeitsbedingungen in anderen Ländern bestehen. Ja, das ist die gute Absicht. Aber das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemacht. Okay, zu seiner Kritik kommen wir jetzt erstmal. Aber es gibt auch einen ganz rationalen wirtschaftlichen Grund, so ein Lieferkettengesetz zu verhängen. Wie gesagt, zur Detailkritik kommen wir gleich. Du willst Dumping verhindern. Du willst verhindern, dass es solche, ja, so ein Sozial- und Arbeitsdumping gibt. Das heißt, die Unternehmen sind dann eher dazu angeleitet, ihre Lieferungen aus Märkten zu beziehen, wo diese Standards eingehalten werden. Oder auch aus dem heimischen Markt, wo diese Standards garantiert eingehalten werden. Also das heißt, du trocknest damit so ein Dumping aus. Also, dass dort wirklich gar keine Standards eingehalten werden, weil die, die diese Standards gar nicht einhalten, die einen unfairen Vorteil gegenüber der eigenen Industrie haben. Das ist richtig. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit Schutz. Das kann man nicht anders sagen. Tut mir leid. Meint. Ja, und unsere Politik meint es zwar gut. Und manchmal meint es auch nicht so gut. Also, wenn ich mir Habecks Heizungsgesetz anschaue, rein ideologiegetriebene Unsinn. Ja, also es werden 31 Millionen Tonnen CO2 in sieben Jahren eingespart, nach Auskunft der Bundesregierung, was dem Ausstoß Chinas von einem... Wenn das alles so aufgeht. Also, da hat Karl jetzt mal recht. Genau. Er hat ja teils gute Punkte, weil diese Bundesregierung ihm auch wirklich Futter liefert. Und das nur, wenn es aufgeht, so wie Habeck es sich vorstellt. Davon sind wir im Moment noch Lichtjahre entfernt. Also, ich sehe das Risiko, dass dieses ganze Heizpumpengesetz ein Milliardengrab wird. Das ist ein Milliardengrab der deutschen Geschichte. ... Tag entspricht und dafür sollen wir anderthalb Billionen ausgeben. Da kann ich nur sagen, das ist mal langsam ein Konflikt mit dem gesunden Menschenverstand. Also, nicht jedes dieser Gesetze ist auch nur noch gut gemeint, sondern es ist ideologiedurchtrieben. Gut, das stimmt. Aber bei den Lieferkettengesetzen ist es ja, ich sage es jetzt mal, gut gemeint. Es ist gut gemeint, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie können als Mittelständler gar nicht wissen, was einer in Afrika oder China macht, ob er Kinder beschreibt, weil sie die Möglichkeiten gar nicht haben. Wieso? Jeder kann dort hinreisen, kann sich das angucken. Sie haben nicht die Mittel, als Mittelständler durch die Welt zu reisen. Wissen Sie, wenn Sie ein Mittelständler sind mit, sagen wir mal, 50 oder 100 Angestellten, dann sind Sie schon beschäftigt, den Laden am Laufen zu halten. Da können Sie nicht hinreisen. Das ist vollkommen unrealistisch. Sie haben gar nicht die Möglichkeit, wenn Sie, wenn Sie, Sie kaufen auf der ganzen Welt ein, Sie haben hochkomplexe Liebungen. Ich finde da, der auch ganz recht. Das habe ich nämlich auch überlegt, als ich mir das angeguckt habe. Das Lieferkettengesetz wird darauf hinauslaufen, dass irgendwelche Konzerne das Problem losgehen werden. Die werden sich da irgendwelche Gutachten besorgen und so weiter. Der kleine Mittelständler, wenn der jetzt irgendwas kauft aus Bangladesch, dann schwebt über ihm immer das Fallbeil des Lieferkettengesetzes, dass ihm am Ende eins reingewirkt wird dafür. Das ist mal wieder ein mittelstandsfeindliches Gesetz. Vor dem Hintergrund bin ich sogar mit ihm einer Meinung. Ja, ja. Ich meine jetzt nicht, verstehst du, wir müssen immer, guck mal, ich finde, ganz kurz bitte, das ist ganz wichtig, ich finde, wir müssen hier bei ihm immer trennen zwischen Ideologie und gut gemacht oder schlecht gemacht. Ich finde die Idee hinter dem Lieferkettengesetz gut, aber so wie es umgesetzt wurde, finde ich es nicht gut gemacht. Das wollte ich schon mal so, ja. Ja, ja, also eigentlich bräuchtest du internationale Abkommen, also gibt es ja auch die WTO, um die zu verhandeln, die so ein, ja, so ein extremes Missachten von sozialen Umweltstandards verhindern sollten, aber sowas wird in beispielsweise Freihandelsabkommen ja nicht festgelegt, sondern ganz im Gegenteil. Diese Abkommen, ja, befördern so ein Race to the Bottom, also dass jeder die niedrigsten Umwelt- und Sozialstandards haben will. Also effektivste, um sich vor sowas zu schützen, vor so einem extremen Dumping, wäre wahrscheinlich Protektionismus. Also wirklich Waren, die aus Ländern kommen, die bestimmte Standards nicht einhalten, einfach höher zu besteuern, also die Zollschranken. Aber das wäre ja wieder zu ehrlich für uns. Das müssen wir ja irgendwie verschwurbeln und moralisch überhöhen, obwohl es im Endeffekt auch dasselbe hinaus, oft wie immer. In der Tat, es ist Protektionismus. Protektionismus schränkt ja einen freien Markt ein und dann sind am Ende alle ärmer. Das war ja schon immer so. Genau, außer Protektionismus ist nur dann böse, wenn die ihn die anderen machen. Wenn wir ihn machen, dann ist er vielleicht auch nicht so böse. Lieferketten. Lieferketten sind heute so filigran und aufzieseliert, dass es fast gar nicht mehr möglich ist, sie nachzuvollziehen. Noch nicht mal in dem Sinne, dass man sicher sein kann, wo kommt denn das alles her. Geschweige denn, die Arbeitsbedingungen da vor Ort zu überprüfen. Würden Sie denn sagen, dass große Konzerne dazu verpflichtet werden sollten, das zu machen? Ich denke, dass große Konzerne das jetzt auch schon sowieso machen. Und zwar nicht, weil es der Staat will, sondern schon aus Eigenantrieb. Große Konzerne, die auf der ganzen Welt einkaufen, haben natürlich eine ganz andere Einkaufsmacht und können eine andere Transparenz von ihren Lieferanten verlangen als ein kleiner Mittelständler. Und dort ist es nichts Neues. Dort passiert es seit zehn Jahren. Da brauche ich kein Gesetz dafür. Konzerne machen das, damit sie nicht in irgendwelche Schwierigkeiten durch Skandale kommen. Natürlich, auch da kann man nie ausschließen, dass auch ein Konzern mal was übersieht, aber Konzerne haben ein Eigeninteresse. Da brauche ich den Staat nicht dafür. Unser Problem ist, dass es todreguliert wird, überbesteuert wird und dass die Attitüde, die Attitüde unserer Regierung wirtschaftsfeindlich ist. Man bildet sich ein, man könnte alles umsteuern. Man geht her und hat ein ideologisches Zielbild unserer Wirtschaft. Sich im Sonnenlicht drehende Windrädchen, die nicht in der Lage sein werden, unsere Energieversorgung sicherzustellen. An diesem utopischen Zielbild orientiert man die Politik, die unbezahlbar wird. Und das Ergebnis ist die größte Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Die haben wir ja jetzt. Ja, aber die haben wir ja nicht. Na, also auch das mit der Symptombeschreibung hat er recht, aber mit der Analyse nicht. Also das Problem ist doch der Wirtschaftskrieg, den wir gerade gegen Russland führen. Und der hat wenig mit irgendeiner grünen Ideologie zu tun und sehr viel mit dem Machtanspruch der USA. Vor allem, ich finde, es gibt noch einen anderen Aspekt. Man sagt, guck mal, du hattest doch dieses Ding nach diesem, ich weiß nicht mehr, dieser Lloyd oder Floyd, I can't breathe. Da kamen ja irgendwelche Leute auf die Idee in den USA, die Polizei ist rassistisch, wir schaffen sie einfach ab. Und bei Karl hört sich so ein bisschen so an, der Staat ist ineffizient, der Staat ist die Ideologie getrieben, reiß mir ihn nieder. Aber Karl, das ist nicht die Lösung. Der Staat muss besser werden. Ja, die Lösung ist ja noch nicht gekommen, dazu kommen wir ja gleich noch. Aber dass er das jetzt nicht ausspricht, sondern dass er das irgendeine grüne Ideologie für verantwortlich macht. Also ich bin gespannt, was für außenpolitische Positionen die neue Partei haben wird. Es riecht sehr stark danach, dass das nahe der CDU sein wird. Also dass man diese komplette transatlantische Position, dass man die auch teilen wird. Dass man für die NATO sein wird, für das transatlantische Bündnis, für weitere Aufrüstung. Also deutet sich hier schon an. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Die größte Wirtschaftskrise, die die Bundesrepublik jemals gesehen hat. Ja, aber wie denn? Also ich meine, dafür läuft es ja noch. Nein, es läuft eben nicht. Schauen Sie sich die realen Einkommen an der Leute, die fallen wie ein Stein. Ein Drittel der Menschen kann sich ihr Leben nicht mehr leisten. Wir haben gerade 10 Prozent Inflation hinter uns gebracht. Die fällt jetzt, aber die fällt nicht, weil wir... Da hat er absolut recht mit der Symptombeschreibung. Wie gesagt, jetzt bin ich mal auf die Analyse gespannt. Die Inflation überwunden hätten die fällt, weil die steigenden Zinsen der EZB die Blasen zum Platzen gebracht haben, die da waren. Nämlich die Anleiheblase, die Aktienblase, die Immobilienblase. All diese Blasen sind jetzt angestochen worden, die kollabieren gerade. Und dieses Platzen der Blasen führt dann nicht zu einer Disinflation, es führt zu einer Deflation. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, der Fall der frei verfügbaren Einkommen der Menschen wird weitergehen. Dazu kommt, dass auch der Staat, obwohl er die höchsten Steuereinnahmen... Nee, das stimmt ja völlig. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Bescheuertes mit Quantitätstheorie und so, aber das hat er völlig recht hier. ... seit Bestehen der Bundesrepublik hat, die Steuern weiter erhöht. Unter allen möglichen Vorwänden. Welche Steuern werden denn erhöht? Ja, zum Beispiel, wenn Sie sich mal anschauen, jetzt haben wir also die Mehrwertsteuer wird jetzt erhöht für die Restaurants. Dann haben wir also eine Reihe von anderen Themen, CO2-Besteuerung... Sie wird doch wieder dahin erhöht, wo sie war, oder? Von 7 auf 19 Prozent, obwohl er... Ja, was trotzdem eine Erhöhung ist. Genau. Also das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, dass wenn du die Steuer gesenkt wurde, dass wenn du die wieder erhöhst, dass es trotzdem noch eine Steuererhöhung ist. Also das ist ja jetzt auch keine Ausrede, zumal Olaf Scholz damals versprochen hatte, dass diese Steuer nie wieder gesenkt werden würde. Also die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Das hatte Olaf Scholz uns damals versprochen. Außerdem wird es selbstverständlich nicht eingehalten. Hat er ganz recht. Ich habe vor ein paar Tagen eine Liste gesehen. Es gibt fünf oder sechs Steuern, die erhöht werden ab 1. Januar, sogar ab 1. Dezember. Eine davon. Ja, und halt noch die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Das ist halt auch noch, ja. Versprochen hatte, dass das nicht passieren würde. Nachdem man im Grunde genommen gezwungen... Ja, was völlig irre ist. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Solche Konsumsteuern, die belasten untere Einkommen, besonders schlimm. Also die, die besonders wenig verdienen, die werden davon besonders stark belastet, weil sie eine höhere Konsumquote haben. Also sowohl die Mehrwertsteuer in der Gastro als auch die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Fernwärme. Da schreibt einer Lkw-Maut. Stimmt, die kommt auch noch mit dazu. Die wurde auch stark erhöht. Und ja, das legt sich dann natürlich auch in vielen Produktpreisen nieder, weil der Lkw-Verkert... Das wird alles... Ey, ohne Scheiß. Lass uns in einem Jahr nochmal wieder treffen und gucken, wie die Lebensmittelpreise dann sind. Ich wette, die gehen nochmal 50% hoch. Naja, die Börsenpreise sind gerade wieder im Fallen. Also das schwankt sehr stark mit den Börsenkursen. Das ist auch ein riesiges Problem. Das ist ja auch Lebensmittelspekulation. Also das Spekulanten, da Lebensmittel kaufen. Und das hatten wir letztes Jahr ganz immens. Und seitdem wurden die Lebensmittel wieder sukzessive abverkauft. Also die Preise für Weizen beispielsweise. Die sind stark gestiegen nach Beginn des Ukraine-Krieges und dann nach und nach wieder gefallen. Obwohl sich dann eine realen Angebotssituation nicht viel verändert hatte. Also wir haben es hier viel mit Spekulation zu tun. Das war es zu senken nach, wenn man ja fast den ganzen Mittelstand im gastronomischen Sektor ruiniert hat durch unsinnige Corona-Maßnahmen. Auch wieder so ein Ding. Aber ich finde, okay, vielleicht habe ich dann eine andere Vorstellung davon, wie eine kollabierende Wirtschaft aussieht. Aber so wie es in Deutschland aktuell aussieht, sieht es nicht so danach aus, dass die Wirtschaft kollabiert. Und wir irgendwie die größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik haben. Doch, also wenn man die Reallohnverluste als Maßstab nimmt, also nicht das Wirtschaftswachstum, sondern die Reallohnverluste, dann ist das die schlimmste Krise der letzten Jahrzehnte. Ich habe jetzt, müsste ich mir Grafiken angucken, wie schlimm es in den 70ern war. Aber ich glaube, auch da sind die Reallöhne nicht so stark eingebrochen wie 2022. Da hatten wir vier Prozent Reallohnverluste in einem Jahr. Außerdem, dass der Mittelstand in Deutschland langsam, aber kontinuierlich schrumpft und in den letzten Jahren schneller schrumpft. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Ja, das sieht man schon seit Jahrzehnten. Also wie gesagt, durch diese neoliberale Wende, die man in den 80ern vollzogen hat, werden die Reichsten immer reicher. Und die Mittelschicht, die bröckelt nach und nach weg. Ich finde, er macht eine Sache, die heute viele machen. Sie reden immer so in absoluten Begriffen, was er hier eigentlich meint. Er spricht für den Mittelstand. Und ich glaube, dass seine Partei, ich stelle sich vor, dass seine Partei auch vom Mittelstand gewählt werden wird später. Er ist nicht der Genosse der Konzerne, er ist nicht für gar nichts. Er ist einfach nur für den deutschen Mittelstand. Ja, aber ich habe jetzt in zehn Minuten Interview noch keine, nur Kritik, aber keine konkrete Maßnahme gehört. Deswegen bin ich auch mal auf die Maßnahmen gespannt. Und da würde ich sagen, die werden sehr wahrscheinlich den Reichsten am meisten nutzen. Aber wir stehen ja schon seit zehn Jahren am Anfang, Herr Karl. Ich warte ja schon seit einer halben Ewigkeit auf den Crash. Wir stehen jetzt am Anfang der Krise. Wir haben noch gar nichts gesehen. Wir haben natürlich jetzt in der Corona, in der sogenannten Corona-Krise, die eine reine politikgemachte Krise war, die Wirtschaft schwer beschädigt und haben gleichzeitig den Staat enorm verschuldet. Weil wir natürlich hergegangen sind, haben wir alles dicht gemacht. Dann haben wir versucht, den Leuten quasi durch Subventionen das Leben zu erhalten, was auch nur am Rande gelungen ist. Und jetzt haben wir einen in weiten Teilen beschädigten Mittelstand, dem man das Eigenkapital ausgeblutet hat durch die Corona-Maßnahmen, dem man nicht die Möglichkeit gibt, sein Eigenkapital durch Gewinne, die er auch einbehalten hat, wieder zu stärken, weil die Steuern immer weiter nach oben getrieben werden. Und weil man immer neue Wege findet, bestehende Steuern zu erhöhen, ohne den Steuersatz selbst zu erhöhen, indem man neue Sachverhalte schafft, die dann drunter fallen. Die Tatsache, dass die Steuern erhöht werden, ist ganz einfach zu messen. Sie müssen sich nur das Steueraufkommen anschauen. Das Steueraufkommen steigt und steigt und steigt. Das geht mal einfach ins Statistische Bundesamt. Nominale Größen steigen immer einfach, weil man Inflation hat. Also das ist nicht besonders. Ja, das ist das älteste Totschlag-Argument aller Zeiten. Und dazu hast du noch Wirtschaftswachstum. Das heißt, wenn die Wirtschaft wächst und der Staat seinen Anteil in der Wirtschaft konstant hält, dann steigen natürlich auch die Steuereinnahmen. Ich glaube, dass in der Geschichte der BRD seit 1945 nur zweimal das Steueraufkommen nicht gestiegen ist. Das hat gar nichts damit zu tun, dass irgendwelche Steuern erhöht werden. Aber gut, das ist ja so ein Lieblingsargument aus dieser Ecke. Die niedrige Zahl würde ich vorsichtig anzweifeln, da wir ja viele Rezessionen haben. Und in Rezessionen, da sinkt tatsächlich auch manchmal das nominale Steuereinkommen. Aber weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Statistik vorliegen. Das ist ja öffentlich und kann gucken, wie sind die Steuereinnahmen Jahr für Jahr gewesen. Und sie steigen immer weiter. Und auch ihr Anteil am Bruttosozialprodukt steigt immer weiter. Wir können also von einer Steuererhöhung ausgehen, teilweise durch unterschiedlichste Mechanismen. Nicht immer ist es eine nominelle Steuererhöhung. Aber das braucht man gar nicht, um das zu machen. Und die Belastung der Wirtschaft und die Belastung der Leistungsträger wird dabei auf immer neue Spitzen getrieben. Und diese Sache... Wer sind diese ominösen Leistungsträger? Meint er damit jetzt wirklich die Mitte? Also meint er die Krankenpfleger? Meint er die Ingenieure? Meint er quasi die Mitte der Gesellschaft? Nein, nein. Er meint sie selber im Endeffekt, glaube ich. Meint er die Mittleren, sagen wir mal, 30 bis vielleicht 90 Prozent oder 50 bis 90 Prozent? Also diese wirkliche Mitte der Gesellschaft? Aber meint er wirklich die reichsten 10 Prozent? Der Mittelstand sind doch irgendwelche Selbstständigen bis vielleicht 30, 40, 50 Arbeiter. Die meint er. Und da hat er auch recht. Ich hätte ja gerade von der Mittelschicht geredet. Also da bin ich jetzt... Es wäre ja immer auf einen konkreten Vorschlag gespannt. Also man könnte ja sagen, okay, die Mehrwertsteuer, die schaffen wir ab. Beziehungsweise wir senken sie so tief, wie es geht, setzen uns für eine Änderung des EU-Rechts ein, dass wir sie komplett abschaffen können. Das wäre eine absolut sinnvolle Forderung und die sollte meiner Meinung nach auch die Wagenknecht-Partei relativ schnell stellen. Weil man damit eben die Mehrheit der Bevölkerung entlasten könnte und die Preise endlich wirklich senken würde. Durch eine Steuersenkung. Aber nur ein kleiner Punkt. Das ist in der Tat auffällig, dass der Begriff Mittelstand, so wie er ihn verwendet, oder Mittelschicht, ist gar nicht so genau definiert. Ich weiß gerade gar nicht, was... Stimmt schon. Also, verstehst du, wir reden zwei verschiedene Sprachen. Es ist nicht einfach, ihm zu folgen, sozusagen. Die Käthe hat als die Mitte in seinem Buch die mittleren 50 bis 90, also die ärmere Hälfte hat er rausgenommen und die oberen 10 Prozent hat er rausgenommen. Und das, was in der Mitte übrig blieb, diese mittleren 40 Prozent, die hat er dann als die Mitte genommen. Aber das ist nur eine statistische Definition. Du könntest als Mitte auch wirklich das mittlere Drittel nehmen oder die mittleren zwei Quartile, je nachdem, wie du die Gesellschaft einteilst. Und ja, dann hast du eben Leute mit 50, 60 Arbeitern nicht mehr als Mittelschicht. Definitiv nicht mehr. Die gehören dann zum obersten Prozent. Die führt jetzt zum Schwur. Und ich kann Ihnen eins sagen. Wir haben jetzt schon, wenn man mal sich die Statistik anschaut, da gibt es ja auch genug, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wir haben jetzt schon mehr als 10 Prozent weniger verfügbares Einkommen bei den durchschnittlichen Menschen im Land als vor zwei Jahren. Da frage ich mich, wie kann es eigentlich sein? Was ist das für ein Indikator? Woran macht man das fest? Ja, das ist das einfach, was haben die Leute tatsächlich im Geldbeutel, was können sie noch ausgeben und zwar inflationsbereinigt. Real verfügbare Einkommen heißt inflationsbereinigt. Und die Leute haben weniger Geld als vor zwei Jahren und zwar dramatisch weniger Geld als vor zwei Jahren. Dementsprechend ist auch die Nachfrage zurückgegangen. Jetzt durch die Wirtschaftspolitik dieser Regierung haben wir das schlechteste Wirtschaftssentiment seit langem. Es wird nicht mehr investiert. Es wird eine Kaufzurückhaltung geübt in allen Sektoren. Es wird schon seit, also jetzt wird durch die Zinserhöhung der EZB vor allem noch viel weniger investiert, als wird schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr investiert. Also die Unternehmen sind in Deutschland schon lange Nettosparer. Das ist kein, ja es ist tatsächlich nichts Neues. Ja gut, aber es gibt ja auch dieses, es gab ja dann irgendwann diese Theorie, dass du nur dann richtig wirtschaftest, wenn du möglichst wenig investierst und sozusagen möglichst viel Gewinn auf möglichst wenig Investment hast. Also investieren in irgendwas, in irgendwelche Zukunftsdinger, das ist gar nicht mehr sinnvoll oder angesagt. Was heißt Theorie? Das ist die Realität. Das sind gerade reale Zahlen, die ich genannt habe. Schaut euch die Finanzierungsseiten der Unternehmen an. Ihr seht, dass die in den meisten Industrieländer mittlerweile Nettosparer sind. Das ist tatsächlich gar nicht mal ein Alleinstellungsmerkmal von Deutschland. Das ist in den meisten Industrieländern so. Ja gut, aber das hatte ja seinen Ursprung bei den Amis in den 90ern, dieser Raubkehrkapitalismus. Die Heuschrecken. Die haben ja die amerikanische Wirtschaft ausgeweidet und irgendwann nach zehn Jahren waren 40, 50 Millionen Jobs, amerikanische Jobs in China. Ja, 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 ja. Diese wirklich exorbitante Aufblähung des Finanzsektors, die spielt da vielleicht auch noch mit rein. Aber wir sehen das wirklich in fast allen Industrieländern. Das ist kein nur amerikanisches oder nur deutsches Phänomen, das ist ein weltweites Phänomen. Es gibt doch diese Theorie, dass alles, was in den USA passiert, mit einer gewissen Zeitverzögerung dann irgendwann auch zu uns kommt. So habe ich das gemeint. Also eines der ersten Länder, wo das passiert ist, ist tatsächlich Japan. Da sind die Unternehmen schon in den 90ern Nettosparer geworden. Und deswegen ist da übrigens auch die Staatsverschuldung so hoch, weil der Staat gar keine andere Wahl hat, als immer weitere Schulden aufzunehmen, um das Sparen der Unternehmen auszugleichen. Erklär mal bitte, was du mit Nettosparer meinst. Also, wenn du alle Einnahmen und Ausgaben eines Sektors zusammenfasst und die Einnahmen höher sind als die Ausgaben dieses Sektors in einem Jahr, dann ist er Nettosparer. Wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, dann ist er Nettoschuldner. Und die privaten Haushalte, die legen normalerweise immer einen Teil ihres Einkommens zurück, die sind immer Nettosparer. Die Unternehmen, die waren in den 60er Jahren, als hier mal Wirtschaftswunder war, da waren die Nettoschuldner. Da haben die sich immer weiter verschuldet, haben davon neue Investitionen finanziert und haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaft stark gewachsen ist. Also, das waren wirklich die goldenen Jahre, als die Unternehmen noch Nettoschuldner waren. Das hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten immer mehr geändert. Und ja, mit dem Beginn des Neoliberalismus sind die Unternehmen immer weiter in die Nettosparer-Position gerückt. Und ja, in einem Industrieland nach dem anderen ist es dann passiert, dass sie mittlerweile Nettosparer sind. Das ist jetzt in fast allen Industrieländern so. Das heißt, die Unternehmen investieren nicht mehr, sondern sie sparen. Sie legen das Geld zurück, sie investieren es nicht mehr, sondern sie halten entweder Cashbestand oder sie kaufen sich davon irgendwelche Vermögenswerte. Auf jeden Fall geben sie es nicht mehr aus. Okay, gut. Und das wird jetzt durchschlagen. Die Einkommen werden noch weiter fallen. Gleichzeitig gehen wir her und bilden uns ein, wir könnten diese Wirtschaft weiter aussteuern. Durch ESG, durch Mindestlohn, durch alle Möglichkeiten. Die Forderung mehr Netto vom Brutto, die ist ja gar nicht falsch. Aber die sollte man, also sollte man, die bezieht sich meistens auf die Einkommensteuer. Das ist das Problem. Man sollte versuchen, die Mehrwertsteuer zu senken. Die Mehrwertsteuer ist die, die die Mitte und die Armen am stärksten belastet. Das ist die Steuer, die ja eigentlich am ehesten komplett gestrichen werden könnte. Und das sollte auch die Forderung von der linken Partei sein, das gerade einer im Chat geschrieben hat. Also die Forderung ist nicht falsch und man kann auch die Einkommensteuer von mir aus anders organisieren, dass man die Steuern für niedrige Einkommen senkt, aber dafür die Steuern für hohe Einkommen und vor allem für Kapitaleinkommen wieder erhöht. Also das sollte man auf jeden Fall so machen. Also es ist ja ein Unding, dass man auf ein Kapitaleinkommen pauschal 25 Prozent zahlt. Das sollte man so viel zahlen, wie man entsprechend vorher an, ja, wie es seinem Einkommen entspricht. Also wenn man 100 Millionen Euro Kapitaleinkommen hat, weil man ein milliardenschweres Aktienportfolio hat, dann muss man darauf auch eine hohe Einkommenssteuer zahlen und nicht nur 25 Prozent Kapitalertragssteuer. Wirklichen Maßnahmen. Und was wir dabei tun, ist nicht, dass wir die Wirtschaft irgendwie stärken würden. Auch wenn sich unser Wirtschaftsminister, der ein ökonomischer Analphabet ist, das muss man leider mal so hart sagen, sich das einbilden mag. Was wir hier haben, ist eine Politik, die die restliche Resilienz und Kraft aus dieser Wirtschaft aussaugt. Und wenn man in der Wirtschaft sich umhört, zu Mittelständlern geht und die fragt, und das tue ich jeden Tag, weil ich halte ja jede Woche zwei bis drei Vorträge, da sind üblicherweise drei bis 500 Mittelständler im Raum. Vom kleinen Anwalt, vom Taxifahrer bis zum Unternehmer, der 500 oder 1000 Leute beschäftigt. Das ist das Spektrum. Und wenn Sie mit denen reden, dann stellen Sie fest, wie katastrophal die Lage wirklich ist. Ja gut, aber die Unternehmen klopfen ja auch gerne an der... Ja, also die große Mehrheit der Bevölkerung, meint er. Also in diesem Mittelstand, da sind so kleine Unternehmer einbegriffen genauso wie Taxifahrer. Also einem Taxifahrer, dem gehört ja nicht das Taxiunternehmen. Also der ist ja da einfach Angestellter. Das heißt, er meint damit wirklich die breite Mehrheit der Bevölkerung. Also deswegen bin ich ja mal auf seine konkreten Vorschläge gespannt. Denn das ist das, was ich auch jetzt, Mittelstand, Mittelschicht, wie auch immer du es bezeichnen willst, das ist auch das Klientel, was eine Wagenknecht-Partei ansprechen würde, was er hier gerade beschrieben hat. ... der Tür des Staates und fordern Subventionen ein. Also es ist ja nicht so, als wäre diese Beziehung nicht auch irgendwie beidseitig ausgeprägt. Da müssen Sie unterscheiden. Es gibt Unternehmen, die den Staat tragen, wenn man so will, die unser Gemeinwesen tragen. Das ist in erster Linie der Mittelstand. Und dann gibt es Unternehmen wie Siemens, die sich an den Tropf des Staates hängen. Jetzt gerade wieder mit sieben Milliarden Subventionen für Windrädchen. Ja, und das hat auch eine Ursache. Nämlich, dass die Industrie, insbesondere die großen Konzerne, die Aktiengesellschaften, gar nicht mehr eine freie Wirtschaft sind. Warum ist das so? Wir haben uns ein Aktiengesellschaft... ...gar nicht mehr, so als ob es jemals groß anders gewesen wäre. Also vor 50 Jahren, da war es besser. Es hat der Staat aber nicht weniger in die Wirtschaft eingegriffen, sondern mehr. Er hat solche großen Konzerne eben besser reguliert. Es gab auch wesentlich höhere Steuersätze auf große Vermögen, auf hohe Einkommen, vor allem auf Kapitaleinkommen. Also all das war vor 50 Jahren besser, weil der Staat eben mehr eingegriffen hat. Ich habe neulich eine Kritik... Ganz kurz bitte. Ich habe neulich eine Kritik gehört. Ich glaube, er meint damit, dass heute die Großunternehmen in so einem katalysierten und aufgeteilten Markt arbeiten, dass sie sich untereinander gar keine Konkurrenz mehr machen. Die wahre Konkurrenz und der wahre Existenzkampf oder sagen wir mal, ja doch, der Konkurrenzkampf auf dem Markt findet heute nur noch in diesem mittleren Bereich der Unternehmen statt. Und das kritisiert er hier, glaube ich. Und da hat er nicht ganz unrecht. Da ist die Frage, was macht man da? Also beispielsweise das Bundeskartellamt stärken, das könnte man machen. Man könnte sagen, okay, wenn ein Konzerne eine gewisse Größe überschreitet oder eine gewisse Marktmacht hat, markt nicht das ja das Problem. Wir haben ein Kartellamt, von dem habe ich ja schon seit 30 Jahren nichts mehr gehört. Ja, das macht auch nicht sonderlich viel. Also ja, das müsste man stärken und da sollte das große Unternehmen entflechten. Und bei bestimmten Sachen, wo wir von internationalen Konzernen abhängig sind, da müssen wir eigene deutsche Unternehmen aufbauen. Also wenn du irgendwo eine App runterladen willst, dann kannst du das ja eigentlich nur im App Store oder im Play Store machen. Okay, also da hast du ja nicht viel Auswahl. Und dann, also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, und bei allen In-App-Käufen kassieren dann Google oder Apple 25 Prozent weg. Also das ist ja ein Beispiel für nicht vorhandenen Wettbewerb. Oder Apple baut seine Produkte so, dass du noch zehn andere Apple-Produkte brauchst, um überhaupt noch damit arbeiten zu können. Also sowas könnte man regulieren. Man könnte sowas einfach verbieten. Man könnte sagen, Apple muss seine Produkte so bauen, dass sie kompatibel mit allen anderen sind. Das ist ja schon immer eine Katastrophe. Überleg mal, der Chinese hat sein eigenes Internet. Der hat seine eigenen Anbieter. Komplett. Der hat seine eigene Suchmaschine. Der hat alles in diesem Bereich. Die Russen haben immerhin sowas wie Vorkontakte und so weiter. Aber wir haben nichts. Warum haben wir diesen gesamten IT-Markt, diesen neuen Medienmarkt den Amis überlassen? Darüber weine ich schon gar nicht mehr, weil es so traurig ist. Das ist so ein Jammertal. Weil wir keine strategische Industriepolitik gemacht haben. Also Telegram ist auch noch russisch. Könnte man auch noch als Beispiel nehmen. Wir hatten ja mal Nokia. Das hat seine Handysparte jetzt an Microsoft verkauft gehabt, schon von der ganzen Zeit. Also ja, wir haben keine europäische Digitalindustrie, weil wir unseren Markt nie geschützt haben, weil wir nie strategische Industriepolitik gemacht haben, weil unsere Politiker nur zu nächsten Wahl denken, weil es ihnen vielleicht auch vollkommen egal war, ob die europäische Wirtschaft zukunftsfähig ist oder nicht. Und da würden halt, also langfristig brauchen wir dann eigene Digitalunternehmen. Kurzfristig müssen wir die ausländischen Unternehmen, die hier arbeiten, eben streng regulieren. Also beispielsweise das mit Apple, dass man denen vortreiben muss, dass ihre Produkte gefälligst kompatibel für andere sein haben. Oder dass die 25% bei In-App-Käufen abzocken dürfen. Sondern dass das deutlich weniger sein muss. Ein kleiner Punkt in diesem Zusammenhang. Die Amis haben schon längst ein Gesetz. TikTok darf sein Geschäft in den USA nur über Sauber abwickeln, die auch in den USA sind. Soweit ich weiß, letzter Stand, haben wir das bis heute nicht. Alles, wir reden hier gerade, das wird geroutet über irgendwelche Sauber in den USA. Das ist eine Katastrophe. Die USA denken strategisch. Oder wir sind zu dumm. Ja, da hast du wirklich Politiker, die sagen, okay, TikTok ist ein Konkurrent. Komplett verbieten wollen wir sie jetzt doch nicht. Ich meine, das würde jetzt doch zu weit gehen. Das bedeutet eine weitere Eskalation mit China, nachdem wir schon Huawei einen Krieg erklärt haben. Aber die Amis führen ja wirklich einen brutalen Wirtschaftskrieg gegen Huawei. Also das wollten sie jetzt nicht mehr auf noch mehr Unternehmen ausweiten, weil so eine Eskalation, die schadet ja auch der eigenen Wirtschaft. Aber ist ja auch in Ordnung. Politiker, die denken strategisch hier in Europa, da könntest du so ein Gesetz nicht durchgucken. Wir haben es ja nicht mehr hingekriegt, eine Digitalsteuer einzuführen. Also das hat beispielsweise Deutschland blockiert. Also auf europäischer Ebene die Digitalsteuer. Und der Witz ist, andere Länder haben es doch schon längst vorgemacht, wie es geht. Der Amerikaner selbst macht es uns doch vor. Aber wir machen es einfach nicht. Warum nicht? Niemand weiß es. Es hat ein Gesetz gegeben, bei dem Eigentum und Kontrolle über diese Unternehmen voneinander getrennt wurde. Das Eigentum liegt bei den Aktionären, die haben nichts zu sagen. Und die Kontrolle liegt bei einer Managerkaste, die alles zu sagen hat, aber denen das Unternehmen nicht gehört. Und das Ergebnis ist, dass diese Managerkaste nicht unternehmerisch ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie werden in so einem System der Entkoppelung von Eigentum und Kontrolle nicht CEO so eines Ladens, in dem sie irgendwie Risiken eingehen oder unternehmerisch tätig sind. Sie werden CEO so eines Ladens, in dem sie keine Fehler machen. Und wer keine Fehler machen darf, der darf auch keine Risiken eingehen. Risiken eingehen ist aber per Definition das, was der Unternehmer macht. Ein Unternehmer, der keine Risiken eingeht, ist kein solcher. So, das Ergebnis ist, dass diese sogenannten Unternehmen keine mehr sind. Und das Verhalten, was dann daraus resultiert, ist, sie kaufen sich irgendwelche Mittelständler ein, mal gute, mal schlechte. Und anschließend machen sie Lobbyarbeit beim Staat, um sich vom Staat Rahmenbedingungen schaffen zu lassen, mit denen sie dann, obwohl sie keine Unternehmer sind, Geld verdienen. Das ist nichts anderes als eine kollusive Planwirtschaft, die da betrieben wird. Und wenn Sie sich sie mal anschauen... Gut, aber mit dem privaten Sektor. Also ich meine, es ist ja nicht so, als würde man die dazu zwingen, das so zu machen. Die Aktiengesellschaften sind insofern gar nicht mehr richtig privater Sektor. Das ist dann genau das, was ich auch an diesem ganzen System so hart kritisiere. Also der eigentliche private Sektor, der die Sache am Laufen hält, das ist der Mittelstand. Die Großunternehmen, die sich quasi in den Staat eingliedern, das ist genauso wie, wenn Sie beispielsweise in unserem Sozialstaatssystem haben Sie die Kirchen. Die Kirchen sind gar nicht mehr selbstständige, sozusagen philanthropische Gebilde, karitative Gebilde, sondern sie haben sich in den Staat voll integriert. Sie sind nichts anderes als eine Abteilung des Sozialministeriums geworden. Was aber auch nichts groß Neues ist. Das ist ein Prozess, der seit der Reformation der Fall ist. Also, dass die Kirchen nicht mehr den Papier hochgestellt waren, sondern den jeweiligen Landesfürsten. Das ist ja auch gut, aber da muss ich mal kurz einen Einwand erheben. Gott ist queer. Das ist mir too much. Ich meine, ich bin ein Atheist, ich bin ein Ungläubiger hoch 10, aber das ist too much. Verstehst du, da kann mir doch keiner erzählen. Also, wie gesagt, dass es noch eine eigenständige Ideologie bei dieser Kirche gibt, wenn Gott plötzlich queer ist. Wie gesagt, aber das ist nichts Neues. Die Kirchen haben auch beim Nationalsozialismus mitgemacht. Also, die Kirchen, obwohl, das stimmt, gegen die Mordprogramme an Behinderten, dagegen haben, gegen die Euthanasie, da haben sie sich tatsächlich dagegen gestellt, zumindest teilweise. Also, das kann man sagen. Aber du hast schon recht in gewisser Weise. Aber ich meine, guck mal, du hast schon recht in gewisser Weise, stimmt schon. Und in den meisten Ländern der Welt ist die Kirche ein verlängerte Arm des Staates. Aber okay, er kritisiert es halt. Und das ist ja sein gutes Recht. Lassen wir ihn an. Ja, ich meine nur, du brauchst jetzt nicht so zu tun, als wäre das jetzt etwas komplett Neues, was irgendwie mit der Ampel oder mit dem Hakel oder wem auch immer gekommen wäre, sondern es ist etwas, das haben wir schon seit Jahrhunderten. Und jetzt sehen wir es in besonders drastischer Form, wo die Kirchen diese woke Ideologie auch noch komplett schlucken. Aber das ist nichts Neues. Diesen Unternehmen auch. Ein Unternehmen, das also Gewinne macht und dann trotzdem zum Staat geht und sieben Milliarden Subventionen abgreift, das halte ich für, wie soll ich sagen, in einer Marktwirtschaft. Das ist übrigens, das wollte ich nochmal kurz anmerken, das ist historisch relativ interessant, dass die Kirchen überhaupt so eine eigenständige Rolle hatten. Also die katholische Kirche mit dem Papst gegenüber den Staaten, das ist auch ein katholisches Phänomen. Nein, bei den orthodoxen Kirchen, da war das nie so, das waren immer Staatskirchen. Also wir haben ja aktuell noch die russisch-orthodoxe Kirche beispielsweise. Jetzt wo Russland und die Ukraine sich zerstritten haben, da hat die Ukraine eine eigene ukrainsch-orthodoxe Kirche gegründet. Aber guck mal, was ein ganz großer, lass ich ganz kurz erklären, ich bin ja selber orthodox. Die orthodoxe Kirche macht aber auch keine scharfen ideologischen Wendungen durch. Es ist ja eine Religion. Und ich glaube, meine Landsleute finden es extrem komisch, wenn jetzt plötzlich die Kirche von einem Tag auf den anderen was ganz Neues erzählt. Und ich dachte, es ist Glaube. Warte, warte ganz kurz. Die Geschichte der Bibel und dem es geht um Glaube. Verstehst du? Vielleicht sehen wir ja das ganze Ding als eine Institution, aber der Gläubige sieht es doch als Glaube. Wenn diese Geschichte feststeht, dann kann man sie doch nicht wahllos nachträglich irgendwie ändern. Das ist etwas, das werde ich nie ganz verstehen, wie das hier im Westen funktioniert. Das ist ja tatsächlich auch normal. Und das Problem, das ist nicht, also dass sich bei der Kirche irgendetwas geändert hat. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft gerade mit dieser Woken-Ideologie geflutet wird. Also das Problem ist der Walkismus. Wenn es irgendeine andere Ideologie gäbe, die plötzlich von irgendwelchen Eliten gepusht würde, wie der Walkismus, dann würden die Kirchen auch den übernehmen. Also in Russland, da siehst du ja beispielsweise gerade, wie Patriarch Kirill ja den russischen Krieg in der Ukraine rechtfertigt. Also das hat ja jetzt auch nicht so viel mit politischer Neutralität zu tun. Also auch der stellt sich schützend vor die Politik der russischen Regierung. Das ist tatsächlich nicht groß anders. Nur Russland, da ist dieser Walkismus nicht so stark. Da wird den Gläubigen nicht erzählt, Gott ist queer oder sowas. Also da, dieser völlig neuen und sich wirklich auf alle Lebensbereiche erstreckenden Ideologie, das liegt nicht so sehr daran, dass die Kirche irgendwie groß anders funktionieren würde, als sie es vor 30 Jahren getan hat. Nein, nein, du hast recht. Du hast recht, das ist auch nicht der Punkt. Das ist auch nicht der Punkt. Ich wollte nur mal anmerken, dass, sagen wir mal, in der orthodoxen Welt, der Glaube nicht so sehr vom Glauben entkernt ist, schon noch lange nicht so sehr, wie es anscheinend hier im Westen ist. Ganz einfach. Das ist so mein Eindruck. Ja, aber wie gesagt, das liegt an der Gesellschaft und nicht unbedingt an der Struktur der Kirche. Nein, aber ich nehme es, ich beschreibe es einfach nur so, nehme es so zur Kenntnis. Es ist einfach so. Ich sage ja nicht, dass es neu oder ein Weltuntergang ist. Es ist aber einfach so. Eigentlich hat die Kirche mit dem Glauben an sich wenig zu tun. ...schafft ethisch verkommen. Ethisch verkommen ist das. Und wenn Sie sich anschauen, was wir sonst an Subventionen ausgeben, wir haben jetzt mit 10 Milliarden Euro Subventionen ein Chipwerk nach Dresden geholt. Und das hat man dann gefeiert. Dass wir 10 Milliarden brauchen, um den weltgrößten Chiphersteller nach Dresden zu holen, ist im Grunde genommen die Kapitulation des Standorts Deutschland. Nämlich, wenn es anders wäre, wenn unser Standort gut wäre, wenn wir die richtige Wirtschaftspolitik, die richtige Infrastrukturpolitik und die richtige Standort- und Ordnungspolitik betreiben würden. Hey, ist das gerade eine implizite Forderung nach zusätzlichen Investitionsprogrammen? Beispielsweise ja nur durch eine Aufhebung der Schuldenbremse ermöglich, wenn man keine Steuerung will. Das glaube ich nicht. Nein, nein. So, das ist jetzt eine... Er beschreibt hier Symptome, ohne Lösungsvorschläge zu liefern. Also das altbekannte Muster. Naja, er beschreibt Symptome, aber die Lösungsvorschläge, die normalerweise funktionieren würden, die gefallen ihm nicht. Die will er dann auch nicht. Würden, dann würden die Unternehmen von alleine kommen. Dass wir sie mit 10 Milliarden locken müssen, ist Schmerzensgeld dafür, dass sie trotzdem kommen. Da gibt es gar nichts dafür zu feiern bei der Politik. Und genauso ist es hier auch. Hier hat ein Unternehmen, Siemens, einen Fehlkauf getan, hat ein Unternehmen gekauftes Windrädchen herstellt, das nicht wettbewerbsfähig ist, das im Übrigen in ein Produkt investiert, das sowieso keiner braucht, das ohne Subventionen gar nicht existieren würde. und beschwert sich dann beim Staat, dass es nicht läuft. Mir fällt ein, mir fällt gerade auf, du hast recht. Du hast absolut recht, stimmt schon. Anstatt, dass er dieses Interview nutzt, um mal wirklich seine Idee, seine Politik zu erklären und was er genau und wie er es genau machen würde, ist es eine einzige Leier, was die anderen alles falsch machen. Aber das wissen wir doch alles schon. Und so weiter. Das wollte ich schon mal kurz anmerken, du hast schon recht. Das ist doch deren Problem. Das ist doch nicht das Problem des Steuerzahlers. Und das ist genau das, was ich so kritisiere, ist, wir nehmen das Geld des Steuerzahlers, das Geld der kleinen Leute und schieben es Großunternehmen in den Rachen oder wir schieben es irgendwelchen anderen Leuten in den Rachen, die noch viel weniger produzieren in diesem Land. Und das Ergebnis ist, dass immer mehr in konsumtive und verschwendete Ausgaben geht. Und das Ergebnis dessen ist... Das ist Bullshit. Also wenn du Geld an Großunternehmen zahlst, dann sind das keine konsumtiven Ausgaben, sondern diese Unternehmen, die nehmen dann das Geld und zahlen das an ihre Aktionäre aus. Und die Aktionäre, die sind dann erstmal überall auf der Welt, also im Ausland. Das ist Geld, was schlichtweg ins Ausland wandert. Und die sparen das dann größtenteils, weil die Aktionäre selber sehr reich sind. Das Geld geht dann gar nicht für konsumtives Zwecke raus. Das wäre gut, wenn es für konsumtive Zwecke rausgehen würde. Also wenn man davon, keine Ahnung, Lehre anstellen würde. Wenn man davon mehr Geld an die Rentner geben würde, dann würden die in den Supermarkt gehen, das dann ausgeben und dann würde der Konsum steigen. Dann würden sogar die realen Einkommen steigen. Also das, was Krall hier zuletzt kritisiert hat. Also höhere konsumtive Ausgaben bedeuten, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Aber die Ausgaben sind ja nicht mal konsumtiv. Ich glaube, was er hier meint, ist, dass viele, das stimmt schon, also ich denke auch, dass in Deutschland viel Geld rausgauen wird, ohne darauf zu gucken, wie eigentlich der Return of Investment und wie der Nutzen dieses Geldes ist. Ich glaube, das kritisiert er hier in Wahrheit. ... ist, dass immer mehr Fehlallokationen stattfinden. Und diese Fehlallokation führt erst zu einem abfallenden Wirtschaftswachstum, das haben wir gesehen. Dann führt sie zu einem Nullwachstum, das haben wir gesehen. Dann führt sie zu einem Negativwachstum. Und das sehen wir jetzt. Die Produktivität in diesem Lande fällt. Die Produktivität fällt übrigens nicht erst seit gestern. Die Produktivität stagniert seit der Einführung des Euro, weil der Euro dafür sorgt, dass die Geldpolitik die Unternehmenslandschaft zombifiziert. All das ist eingetreten. Die Krise ist da. Und warum merken die Leute es noch nur eingeschränkt? Warum schauen sie aus dem Fenster und sagen, wo ist die Krise? Weil wir von unserem früheren marktwirtschaftlichen Zustand her so eine Schwungmasse haben, so eine riesige Substanz hat die Marktwirtschaft angespart, dass man so einen Blödsinn eine Weile machen kann. Nur geht diesem Land jetzt langsam die Substanz aus. Und die Leute fangen an. Was heißt die Marktwirtschaft? Also wir hatten bis vor 40 Jahren eine relativ gute Wirtschaftspolitik. Das hat man dann in den 70ern, die Bundesbank durch ihre Zinserhöhung, beziehungsweise in den 80ern die Bundesregierung durch ihre neoliberale Wende in der Politik dann mehr oder weniger kaputt gemacht. Seitdem hat sich das Wachstum immer mehr abgeschwächt. Aber das ist ein internationaler Trend. Also da ist Deutschland gar nicht mal alleine. Und jetzt durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland ruiniert die Ampel gerade unsere Wirtschaft. Das kann man so sagen. Ich finde, seine Kritik ist nicht ganz unbegründet. Aber ich finde, er zieht die falschen Schlüsse. Du hattest ja dieses Gerede, dass letzten Winter Blackouts kommen würden. Und dann haben irgendwelche Leute geschrieben, wo waren die Blackouts? Aber der Witz ist, Deutschland hatte genug Marktmacht, irgendwelche Länder tot zu kaufen. Die Blackouts waren am Ende in Mexiko und Pakistan und solchen Ländern. Weil wir denen den Energiemarkt hergekauft haben. Und darauf läuft es hier, finde ich auch hinaus, die EZB durch ihre Niedrigzinspolitik. Das ist auch schon seit 20 Jahren bekannt. Wir werden alle nur unglaublich wenig Rentenhaus bekommen aus der Rentenkasse. Ja. Werden wir die Krise merken. Aber warte kurz. Er hat nicht ganz so ein Recht. Im Endeffekt wirtschaften wir schon seit vielen Jahren über unsere Verhältnisse. Aber wir merken es nicht. Wir werden es merken, wenn wir dann irgendwann alle Rente auf Hartz-IV-Niveau beziehen. Dann werden wir merken, was wir falsch gemacht haben. Ja, aber warum hat die EZB denn beispielsweise so eine Niedrigzinspolitik? Die hat die Zinsen so niedrig gesetzt, weil die Inflation die ganze Zeit so niedrig war. Warum war die Inflation so niedrig? Weil die Unternehmen nicht investiert haben, weil die Löhne nicht gestiegen sind, weil die Konjunktur extrem gelahmt hat in der Eurozone. Da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass man einfach nicht zugelassen hat. Man hätte einfach mal irgendwelche Leute pleite gehen lassen müssen. Damals bei der Bankenkrise. Das wollte man nicht. Stattdessen hat man lieber die Zinsen so niedrig gesetzt, dass sich jeder grenzenlos refinanzieren konnte. Diese Zombifizierung der europäischen Wirtschaft, dass es heute viele Banken, viele Konzerne gibt, die in ihren Büchern irgendwelche immer noch faulen Aktivposten da stehen haben, die aber im Endeffekt Zombie-Posten sind. Das stimmt schon. Da hat er nicht ganz unrecht. Diese Kritik habe ich schon oft gehört. Die kann ich auch nachvollziehen. Ja, aber warum hast du da so viele faule Posten stehen, weil die Wirtschaft so schlecht läuft, weil die Einkommen der Leute nicht steigen. Also deswegen hast du da so viele notleidende Kredite auch bei vielen südeuropäischen Banken. Gut, das kann man so sehen. Aber die Amis haben halt auch mal ihre Lehman-Bank pleite gehen lassen. Und das wollten wir ja auf gar keinen Fall in Europa. Das ist nämlich wiederum das, was er mit diesem Sozialismus meint, dass wir ja unbedingt jeden retten müssen und bloß kein großer Kapitalanleger mal irgendwo ein bisschen Geld verliert für seine eigenen Fehlentscheidungen. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich auf seiner Seite. Wir hätten die Banken pleite gehen lassen können, aber dann wäre es noch viel, viel teurer geworden, weil dann der Interbankenmarkt zusammengebrochen wäre und wir wahrscheinlich alle Banken staatlich, also komplett hätten ein paar staatlich müssen, was auch eine so schlechte Sache wäre. Also kann man machen. Wenn die Banken es privat nicht hinkriegen, wenn die es nicht richtig schaffen, ihre Risiken einzuschätzen, also warum nicht gleich staatlich organisieren. Aber wie gesagt, es wäre noch mal teurer geworden. Wir hätten noch mehr Geld in die Wirtschaft pumpen müssen, damit die Einkommen nicht sinken, damit man eben keine Deflation bekommt. Das war ja das Problem. Aber guck mal, Großteil, das ist Kapitalismus. Schon immer gewesen. Auf Wachstum folgen Rezessionen. Wir wollten ja die Rezession abschaffen. Ja, die kann man abschaffen. Das geht. Das glaube ich nicht. Das will ich erst mal sehen, dass es jemand kann. Wenn der Konsum zu Schwäche beginnt, muss der Staat Geld ausgeben. Ja gut. Ja gut, aber ich meine eigentlich was anderes. Warte, du hast natürlich recht. Dieses Defizit Spending, das gibt es ja schon seit keins. Aber nochmal, was der Karl kritisiert, ich bin kein Fan von Karl, ich will den auch nicht verteidigen. Aber ich verstehe seinen Gedanken. Er will immer wieder darauf hinaus, dass wir im Endeffekt große Vermögen immer wieder erbarmungslos retten, 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 immer wieder retten. Lasst doch mal ein paar Milliardäre ihr Vermögen verlieren. Das ist das normalste Ding im Kapitalismus. Stattdessen höre ich immer wieder, nein, das geht nicht und so weiter. Doch, es geht. Das hat uns zu dem gemacht, was wir mal waren. Und seit wir jetzt diesen Sozialstaat für Milliardäre haben, seitdem geht es nur noch bergab. Ja, das hat man einmal in der Geschichte probiert. Das war in der Großen Depression, das war 1929 bis 1933. Da hat man gesagt, so, wir lassen jetzt mal Banken pleite gehen. Und der Staat, der hält sich zurück, der gibt auch nicht mehr Geld aus. Das war die größte Wirtschaftskrise in Friedenszeiten, die wir weltweit hatten. Also das war eine absolute Katastrophe. Das hat in Deutschland den Ausstieg der Nazis bekommen. Ja, aber wollen wir nicht übertreiben. Siehe die USA, die mit ihrer Lehman-Pleite gut zurechtgekommen sind und heute 6% Wachstum haben. Und siehe die Eurozone, siehe die Eurozone, die seitdem vor sich hinsieht. Warum sind sie gut zurechtgekommen? Erst mal, Lehman haben sie pleite gehen lassen, aber den Rest der Banken, den haben sie rekapitalisiert. Den Rest der Banken haben sie gerettet. Sie haben eine größere Bank pleite gehen lassen, aber den Rest der Banken, den haben sie gerettet. Ja, aber sie haben sie auch in Staatseigentum übernommen. Und bei uns wollte man ja unbedingt die Aktien schnell wieder abstoßen. Nein, nicht unbedingt. Doch, doch, doch. Das hat man nicht alles in Staatseigentum übernommen. Nein, das hätte man tun sollen. Ach stimmt, ja, da hast du recht. Das Zweite ist, die USA haben viel mehr Geld ausgegeben. Die USA haben nicht so eine irre Sparpolitik gefahren, wie wir hier während der Euro-Krise. Also die USA haben so lange hohe Defizite gehabt, wie sie es brauchten. Und schlussendlich waren die Defizite sogar noch zu niedrig. Also die USA hatten ja auch noch lange eine hohe Arbeitslosigkeit, die nur langsam gesunken ist. Wenn die Defizite höher gewesen wären, dann wäre die Arbeitslosigkeit schneller wieder gesunken. Das hat man jetzt nach Corona gesehen. Da ist die Arbeitslosigkeit noch stärker hochgeschossen als während der Finanzkrise. Und mit diesen riesigen Defiziten, die die USA unter Trump gemacht haben, wo Helikopterschecks an alle möglichen Leute ausgeteilt wurden, da ist die Arbeitslosigkeit wieder auf Rekordtiefen gesunken. Also wieder auf das tiefe Niveau, was man vor Corona hatte. Weil man Defizite gemacht hat. Lieber Agitator, guck mal, es ist grundsätzlich immer wieder dieselbe Diskussion. Ich möchte mal so anmerken, dass wir sie geführt haben. In Europa oder in Deutschland. Läuft es immer darauf hinaus, nein, das geht nicht, das kann so nicht sein und so weiter. Und währenddessen auf irgendwo anders auf der Welt, der Chinese hat ein Modell, es funktioniert, der Army hat ein Modell, es funktioniert, jeder hat ein Modell, es funktioniert. Aber bei uns geht das alles nicht. Weißt du, ich weide. Was hat China gemacht? China hat enorm Geld in die Hand genommen. China hat sich verschuldet. China hat auch die Kreditbedingungen für private Unternehmen gelockert. Ja, aber wenn du in China bankrott gehst, wirst du nicht gerettet. Dann kommt der Staat, übernimmt dein Unternehmen und dann gehört es ihm. Dann verkauft er es nach ein paar... Darüber könnten wir mal eine eigene Sendung machen, warum eigentlich der chinesische Markt so gut funktioniert oder diese Marktwirtschaft besser funktioniert als unsere. Weil der Staat das Unternehmen übernimmt, er erhält es seine Zeit lang und dann verkauft er die Aktien jemand anderem. Bei uns geht es immer darum, wir müssen den Unternehmer retten. Es geht immer nur darum, den Unternehmer zu retten. Nein, das müssen wir nicht. Ja, dass man ein persönliches Risiko ausschaltet, da hast du recht. Aber das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt ist, dass die Nachfrage einbricht und dass man das nicht zulassen darf. Und das hat man in China eben... Genau das passiert in China nicht. Genau das passiert in China nicht. Verstehst du, die Chinesen sind sehr resilient. Bei denen ist jede Pleitewelle in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, das gibt es bei denen auch, dass mal irgendein Markt kollabiert, aber nach einem halben Jahr sind diese Unternehmen wieder am Markt und produzieren einfach weiter. Das, was ja bei uns auf keinen Fall geht. Doch, das geht. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen leidenschaftlich. Tut mir leid. Weißt du, ich auch. Weißt du, wie sich die Staatsverschuldung in China, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Die lag Mitte der 90er Jahre bei etwas über 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt liegt sie bei über 70 Prozent. Die hat sich also in wenigen Jahrzehnten mehr als verdreifacht in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also in nominellen Zahlen, die ja sowieso relativ egal sind, sieht es also noch mal extremer aus. Also auch in China ist das der Fall, dass der Staat Geld... Ja, aber die haben doch auch Investitionsnachholbedarf. Das ist doch normal. Wir haben doch schon unglaublich viel investiert. Die Chinesen bauen Infrastruktur. Die wird doch schon vor 50 Jahren gebaut. Eben doch. Nee, in Deutschland, da wird extrem wenig investiert, auch von staatlicher Seite. Die Bruttoinlandsprodukt, die Investitionsquote, die ist die letzten 30 Jahre sogar gesunken, obwohl wir die Unternehmenssteuern halbiert haben, das mal nur so nebenbei. Ja, richtig, ist ja auch so. Aber trotzdem, wie gesagt, die Chinesen investieren in irgendwelche Immobilien. Die Immobilien, da gibt es ja irgendwelche Städte, die waren vor 30 Jahren ein Fischerdorf und auf einmal sind da 5 Millionen Einwohner. Sowas feuert natürlich das Wachstum dort an. Aber, verstehst du, das eine hat nicht unbedingt was zu dem anderen zu tun. Doch. China hat eine extrem kluge Wirtschaftspolitik gemacht die letzten 30 Jahre. Wir hier in Europa nicht, deswegen rutscht Europa immer wieder ab, deswegen rutscht Deutschland immer weiter ab. Und, ja, die Lösung, die kann jetzt nicht darin bestehen, dass wir in irgendeiner Wirtschaftskrise, wo die Wirtschaft sowieso schon schlecht läuft, einfach eine Bank pleite gehen lassen und sagen, so, jetzt funktioniert es besser. Sondern, dann funktioniert es eben nicht besser. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Das habe ich auch nicht gemeint. Guck mal. Das ist die zentrale Diskussion. Wir müssen endlich wieder anfangen, auch mal Reiche kontrolliert pleite gehen zu lassen. Das sagt ja niemand, dass es in der Wirtschaftskrise sein muss. Das können wir von mir aus gerne machen. Doch, für mich ist das. Für mich ist das, weil irgendwelche Strukturen, die nicht wettbewerbsfähig sind, immer wieder und wieder und immer weiter gerettet werden. Ich will das nicht mehr. Feierabend. Geh einfach pleite und dann werden wir sehen, was danach kommt. Ja, aber wie gesagt, du musst die Nachfrage trotzdem gesamtwirtschaftlich stabilisieren. Das ist dann der entscheidende Punkt. Denn sonst schrumpft die Wirtschaft. Und dann hast du in die sich selber verstärkende Abwärtsspirale dann geraten, auch Unternehmen in schwierige Fahrerwasser, die vorher völlig gesund waren. Also, das hast du in Italien gesehen. Denn Italien hatte vor der Finanzkrise... Guck mal, wir reden hier über zwei verschiedene Themen. Ich sage dir, andere Teile der Welt lassen auch mal reiche Pleite gehen und sie haben damit kein Problem. Und jetzt kommst du immer wieder mit dieser Schiene. Das eine hat auch mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist nicht der zentrale Punkt. Ich sag doch gar nicht. Weil das nicht der Grund für die Misere ist, die wir in Europa haben. Darüber kann man gerne diskutieren, aber das ist eine Nebendiskussion. Das ist nicht der zentrale Punkt. Okay, von mir aus. Lass uns weitermachen, sonst langweilen wir doch die Zuschauer. Das ist zu merken. Gehen Sie in den Supermarkt im Westen in Frankfurt, da kostet jetzt eine Packung Nudeln 3,50 Euro. Ja, vor drei Jahren hat sie 99 Cent gekostet. Ja gut, manche sagen, das sind 21 Zuschauer. So viel hatte ich, so viel hatte ich schon nicht mehr, seitdem Polytopia mich geradet hat. Also, bescheiden Sie nicht zu langweilen. Das war nebenbei. Das sind jetzt die Warenpreise von den Produkten. Aber ich würde jetzt gerne hier dann nochmal einhaken mit Ihrer Partei. Sie haben ja schon angesprochen, das Thema Steuern. Die wollen Sie radikal senken. Sie wollen Behörden und Ministerien schließen, gar ganz abschaffen. Und zwar wirklich radikal, also wirklich alle. Ja, ziemlich radikal. Nicht alle, aber fast alle. Ja, aber wirklich fast alle. Ja, also Sie haben das schon ausgeführt in einem anderen Vortrag. Und dann wollen Sie irgendwie 95 Prozent der Gesetze abschaffen, die seit den 70er Jahren irgendwie auf den Weg gebracht wurden. Das klingt, also das mit den Gesetzen abschaffen, das klingt sogar relativ gut. Wir hatten in den 70er Jahren eine wesentlich bessere Regulation der Finanzmärkte. Also das würde übrigens auch bedeuten, Arbeitnehmerfreizügigkeit oder Freizügigkeit des Finanzkapitals, also all das auf EU-Ebene wieder aufzuheben. Also da bin ich mal gespannt, wie er das machen will. Aber guck mal, ich glaube, er meint nicht, ein Rollback zu den Gesetzen von damals, sondern er meint einfach, Ersatz muss streichen und sehen, was kommt. Ja, das befürchte ich auch. Das befürchte ich auch. Wie gesagt, muss man sich en detail ansehen. Er stellt die richtigen Fragen, aber seine Antworten gefallen mir irgendwie nicht so sehr. Ich habe ja gesagt, in den 70ern, da hatten wir wesentlich interventionistischer Start, als wir das heute haben. Damals lief die Wirtschaft wesentlich besser. Also in den 70er Jahren, da hat sich der Bundeshaus seit innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, verdoppelt. Also das war, da waren wirklich komplett andere Zeiten, eben weil die Sozialausgaben so stark gestiegen sind und das war wirklich, das waren die goldenen Zeiten der Bundesrepublik. In den 70er Jahren haben noch nie so viele Menschen BAföG gekommen, wie in den 50 Jahren danach. Also heute bekommen weniger Menschen BAföG als kurz nach dessen Einführung. Der reale BAföG-Satz ist seitdem übrigens sogar gesunken. Also diese Studienförderung. Also das ist ja eh nochmal so ein Thema für sich. Damals war ja auch der soziale Aufstieg durch Bildung noch relativ durchlässig und gar nicht so schwer. Heute ist ja fast unmöglich. Wer heute einmal in prekäre Verhältnisse geboren, da gibt es ja diese krassen Statistiken. Und wenn du heute als Kind von Hartz-IV-Empängern geboren wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch Hartz-IV beziehen. Ganz einfach. Absolut, absolut. Das ist ja eine relativ radikal-libertäre Haltung, wie sie es ja auch selbst schon formuliert haben. Also nicht die politische Mitte, um das nochmal ganz klar zu stellen. Diese Partei ist komplett irre. Die ist wirklich radikal-libertär, wie es Kosobek gerade gesagt hat. Das hat nichts mit Mitte zu tun. Das ist viel abgedrehter als alles, was bei CDU, FDP oder AfD jemals diskutiert wurde. Aber guck mal, wir müssen ihm zugutehalten. Ich will jetzt nicht schon wieder verteidigen, aber wir müssen ihm zugutehalten. Heute will ja jeder die Mitte sein. Die AfD ist die Mitte, die Grünen sind die Mitte, alle sind die Mitte irgendwie. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man sich als Mitte-Partei sieht, radikal-libertär ist nicht Mitte, schon gar nicht in Deutschland. Also radikal-libertär ist deswegen Mitte, weil es nicht rechts und nicht links ist, sondern freiheitlich und auf den Bürger hin fokussiert. Deswegen ist es Mitte. Mitte ist das, was gut für den Bürger ist, was gut für die Leistungsträger ist und die Zukunft dieses Landes. Wie gesagt, so ein komplettes Abschaffen von allen, so ein komplettes Senken vor allem von Steuern, die vor allem die Reichen treffen, das hat nichts mit Mitte zu tun. Das ist Politik für die Reichen einfach. Wie gesagt, ich wäre da noch auf ein paar Zahlen gespannt gewesen. Sie haben es gerade sehr allgemein beschrieben, aber es hat nichts mit Mitte zu tun. Aber da gibt es doch jetzt, guck mal, da gibt es doch jetzt diesen Typen, der in Argentinien die Wahlen gewonnen hat. Und ich habe gesehen bei X, da wird ja durchaus gefeiert von irgendwelchen Leuten. Der will ja anscheinend den Totalkarschlag. Der will alles abschaffen. Einfach alles. Wie gesagt, ich halte diese Ideologie für komplett irre und der will nicht mal alles abschaffen. Er sagt ja, er will die Zentralbank abschaffen. Er will den US-Dollar als Währung annehmen. Er will auch eine aggressive Politik gegenüber Russland und China fahren. will Argentinien quasi zu einem Anhängese der USA machen. Argentinien gibt dann seine monetäre Souveränität ab. Carlos Menem, das war ein Peronist, der hat in den 90er Jahren schon mal versucht. Der hat jetzt nicht die eigene Währung komplett aufgegeben, sondern er hat den Peso an den Dollar gekoppelt. Es ist in einer riesigen Katastrophe geendet. Argentinien hatte eine Arbeitslosigkeit höher als 20 Prozent. Argentinien hatte eine riesige Finanzkrise. Also dadurch, dass man den Peso an den Dollar gekoppelt hatte, eben weil die argentinische Wirtschaft nach und nach an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und man hat das alles unter diesem gleichen Label, wie Millet das jetzt verkaufen will, Inflationsbekämpfung. Nur hat man das dem Volk verkauft und das hat es in einem absoluten Desaster geendet. Millet wird das Ganze jetzt noch mal extremer versuchen. Also das ist wirklich höre. Das bedeutet für Argentinien bestenfalls jahrzehntelanges Siegtum und ja, wahrscheinlichstenfalls schwere Wirtschaftskrise. Aber warte mal kurz, bitte. Südamerika ist ein Katastrophengebiet, seit ich mich erinnern kann. Irgendwie dort, wenn irgendwo auf der Welt der A der Welt ist, wenn ihr versteht, dass ich meine, wo alles schiefgelaufen ist, dann ist es dort. Nee, nee. Südamerika ist tatsächlich wesentlich wohlhabender als beispielsweise weite Teile Asiens und Afrikas. Und ja, es hat in den letzten Jahrzehnten... Aber diese extreme Schere zwischen Arm und Reich, dieses Elend. Ja, ja, ja. Auf einer Seite der Gesellschaft, das gibt es nirgendwo so auf der Welt. Das gibt es da, aber diese extreme Schere, die gibt es schon immer, weil das Gesellschaften sind, die sich nach der Abspaltung vom spanischen Kolonialreich, ja, weil da nie irgendwie radikal an die Vermögensverhältnisse rangegangen wurde. Aber warte mal kurz, ich verstehe dich nicht so ganz agitator, so lange kenne ich dich ja jetzt noch nicht. Irgendwie klingst du so, es bringt ja doch nichts, aber andererseits klingst du wieder, wir brauchen den radikalen Schnitt. Wofür bist du denn jetzt? es bringt ja doch nichts? Also, was heißt den radikalen Schnitt? Also, das Land, die Anhängse der US-Wirtschaft zu machen, das ist ein radikaler Schnitt, ein radikal-dommer Schnitt. Ja, das war schon immer so. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, hä? Nee, ich habe nicht gesagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ich habe einfach gesagt, dass du in Südamerika halt eine sehr ungleiche Vermögensverteilung hast, das war da aber schon immer so. Du hattest da nicht so eine Epoche wie hier in Europa, die Wirtschaftswunderzeit, wo das, wo diese Einkommens- und Vermögensverteilung relativ egalitär war. Die hattest du da in Südamerika. Das war der Perfekt. Es gab die Inkas. Das war der Perfekt der Superkommunismus. Ja, die sind auch schon ein bisschen länger her. Also, ich meinte jetzt, seitdem sie so von Spanien unabhängig geworden sind. Nein, das stimmt schon. Da hast du natürlich recht, aber das heißt ja nicht, dass man das gut finden muss. Nein, ich finde es ja auch nicht gut, aber es gab Versuche, das zu ändern und es gab Versuche, sich, ja, durch Freihandel, durch diesen neoliberalen Weg, so wie Carlos Menem das in Argentinien versucht hat, das aufzuholen auf den Westen. Und dieser neoliberale Weg, der ist immer katastrophal geschreddert, wo man ihn versucht hat. Also diese Militärdiktaturen, die man zuerst in den 70ern und 80ern hatte und danach diese demokratischen Regierungen in den 90ern, die dann, ja, so neoliberale Reformprogramme nach dem Gusto des IWFs versucht haben, die sind katastrophal gescheitert. Wie gesagt, in Argentinien hat man eine riesige Finanzkrise und die Peronisten hatten dann unter Nestor Kirchmann nochmal eine Chance bekommen. Also wie gesagt, Carlos Menem, das wäre ein Peronist, der diese neoliberalen IWF-Programme durchgesetzt hat. Nestor Kirchner, das war auch ein Peronist, der gesagt hat, ich will vom IWF nichts mehr, ich verhandle jetzt Argentiniens Schulden neu und wir machen hier jetzt eine linke Wirtschafts- und Sozialpolitik. Unter dem gab es wirklich gutes Wachstum, unter dem hat sich die argentinische Exportwirtschaft hervorragend entwickelt. Es gab, es war nicht nur immer Krise, unter Nestor Kirchner lief es in Argentinien gut und unter Christina Kirchner lief es zuerst gut, dann gab es eine Rezession und in dieser Rezession wurden dann die Konservativen an die Macht gewählt unter Mauricio Macri und der hat dann alle Kapitalverkehrskontrollen, weil dann ganz viel Kapital ins Land, also Kapital, also es ist Geld ins Land geströmt, was dann in kurzfristige Anleihen angelegt wurde, was dann die argentinische Währung überbewertet hat, also man hat so eine Boomphase ausgelöst und auf die folgte dann eine schwere Krise als dieses kurzfristige Kapital, als das alles wieder abgezogen wurde. Das ist eine riesige Katastrophe und aus dieser Katastrophe sind die Baronisten wieder an die Macht gewählt und die haben die Fehler gemacht, sich mit dem IWF zu einigen. Nicht Kirchners Politik weiterzuführen, sondern die haben dann mit dem IWF weiter gemeinsame Sache gemacht und jetzt hast du so einen komplett Verrückten, weil die Baronisten eben keine Alternative waren, der Argentiniens wirtschaftliche Entwicklung komplett zerstören wird, wenn er das umsetzt, was er davor hat. Also das, es wird der Argentinien keine heiligständige Entwicklung erlauben. Du hast viel mehr geplant von diesem Thema, als ich bin kein großer Experte für Südamerika. Nur mir fällt halt auf, ich höre das jetzt so, du erzählst mir das, okay, aber genauso höre ich von den Konservativen, Hugo Chavez hat Venezuela zerstört. Es ist alles so furchtbar, ohne Scheiß. Ich höre nur irgendwelche apokalyptischen Szenarien aus Südamerika. Dass das bei mir am Ende ankommt. Gewissermaßen stimmt das. Also Chavez, Venezuela ist eine andere Situation. Du hattest, Chavez wurde in Venezuela an der Macht gewählt, hat sich da gehalten und solange die Erdölpreise hoch waren, konnte er viel verteilen, ist die Wirtschaft auch gut gewachsen, aber er hat den Fehler gemacht, dass er den Bolivar überbewertet gelassen hat. Also er hat einen zu starken Wechselkurs des Bolivars an den Dollar festgelegt, was schon damals Schwarzmärkte und alles aufkommen lassen hat. Und das hat die Entwicklung einer vernünftigen Exportindustrie verhindert. Das heißt, Venezuela war komplett abhängig vom Erdöl. Als der Erdölpreis dann 2014 in den Keller gerauscht ist, weil die Saudis und die US-Franca sich gegenseitig zum Preiskrieg geliefert haben, da war Venezuela dann, ja, stand mit dem Rücken zur Wand, es konnte nichts mehr machen und dann haben die USA auf diese Rezession, die dann in Venezuela herrscht, noch mal Wirtschaftssanktionen oben drauf gelegt. Also die USA haben gesagt, so, eure Wirtschaft läuft schon schlecht, jetzt haben wir endlich die Chance zum Regime-Change, also die USA haben schon in den letzten 20 Jahren drei Putschversuche in Venezuela versucht, also zwei gegen Maduro, einen gegen Chavez, sollte man vielleicht auch noch sagen. Und da haben die USA gesagt, so, jetzt ist sowieso schon eine Wirtschaftskrise, jetzt hauen wir da noch mal wirklich richtig Sanktionen oben drauf, sodass euer gesamter Außenhandel fast verhindert wird. Unter Trump hat man sogar gesagt, wir wollen kein venezuelanisches Erdöl mehr, jetzt unter beiden klaut man die Doktor des venezuelanischen Irrkonzerns PDVSA, also Citgo heißt die, die in den USA ist, die klaut man jetzt, also da haben die Venezuelaner jetzt auch keinen Zugriff mehr drauf. Das heißt, man versucht wirklich, die venezuelanische Wirtschaft zu erdrosseln, so gut es geht, von Seiten der USA und dadurch hat man diese schwere, schwere Wirtschaftskrise jetzt ausgelöst. Natürlich liegt das auch an der falschen Politik der venezuelanischen Regierung, wenn Chavez eine vernünftige Exportindustrie aufgebaut hätte, wenn man sich so einen vernünftigen Wechselkurs des Bolivars gekümmert hätte, wenn man vernünftige Außenhandelsbedingungen geschaffen hätte, dann hätte man den zu Elend durch Sanktionen nicht so schwer treffen können. Dann hätte es diese schwere Rezession auch 2015 durch den Ölpreisverfall nicht gegeben, wenn man sich besser vorbereitet hätte. Hat man nicht, war ein Fehler von Chavez, war jetzt auch ein Fehler von Maduro, dass er nicht adäquat reagiert hat, kann man alles sagen, aber diese Sanktionen der USA, die sollte man nicht unerwähnt lassen. Ich möchte dem nur hinzufügen, keine Gegenrede. Ich beschäftige mich ja eher mit Geopolitik als mit Wirtschaft. Aber du hast häufig, dass eigentlich solche geopolitischen Faktoren, bestimmte Krisen oder bestimmte Blüten, viel entscheidender sind, als welche Politik wer gemacht hat. Verstehst du, ich meine? Ja, absolut. Der Helmut Kohl, der konnte noch in der Welt rumreisen und Pfälzer Saumagen essen und irgendwelche Schecks verteilen. So sind die Zeiten heute einfach nicht. Deswegen also. Ja, absolut. Und Venezuela, das sollte man jetzt noch dazu sagen, die versuchen jetzt eine sehr, sehr liberale Wirtschaftspolitik, also die versuchen dem Kapital, vor allem russischem und chinesischem Kapital, da westliches Kapital daher nicht investieren darf, freie Hand zu lassen und möglichst viel privat machen zu lassen, um überhaupt wieder eine wirtschaftliche Erholung zu erleben. Also ob das klappen wird, wird man sehen. Also ihr hattet ja vorhin die Statistik gesehen, ich zeige es euch nochmal, es sind ja ein paar neue Zuschauer dazugekommen. Hier Liste von Ländern mit der niedrigsten Staatsquote. 2021 lag Venezuela Staatsquote bei ja bei 11 Prozent. 2022 bei 10 Prozent. 2022 lag sie dann, glaube ich, bei 12 Prozent, wenn ich mich recht entsinne, also auch nicht viel höher. Venezuela hat eine extrem geringe Staatsquote. Die haben extrem viel, setzen die jetzt auf private Investitionen. Also das sollte man vielleicht dazu sagen, dass die vermeintlich sozialistische Regierung unter Chavez und später unter Maduro, dass diese Regierung ihre Politik jetzt wirklich radikal geändert hat durch diese Wirtschaftskrise. Sodass sie nicht mehr wusste, was sie machen sollte und deswegen ihre Politik so geändert hat. Was ich aber auch hinzufügen möchte, dieser Typ da in Argentinien, sagen wir mal, eine Politik, also wenn du in Mittel- und Südamerika bist, ist es nicht dumm, eine Politik zu machen, die dich nicht in Konflikt mit den USA führt. Weil das kann hier Probleme einbringen, die die beste Wirtschaftspolitik der Welt da nicht wieder gerade biegen kann, sozusagen. Ja, aber was ist das Angebot der USA zur Entwicklung dieses, ähm, dieser Region? Natürlich nicht. Genau, genau. Also die USA haben kein Angebot. Guck doch mal, der langjährige Präsident von Montenegro war ein Mann der Amis. Das sagt jeder wirklich bei uns. Aber er hat damals eine Erklärung abgegeben, ich muss mich der NATO beugen, sonst werde ich von der NATO bombardiert. Es geht nicht darum, was die mir bieten. Es geht darum, dass ich nicht von ihnen aufs Maul bekomme. Ganz einfach. Also so schlimm ist es in den meisten Ländern nicht. Wie gesagt, man versucht das dann über Putschversuche oder über wirtschaftlichen Druck wie in Venezuela. Aber wenn du, was man einmarschiert, das ist dann die Ultimato Ratio schon. Aber guck mal, wenn du auf dem Balkan liegst zum Beispiel, dann hast du viel weniger Spielraum, irgendwie gegen die NATO und gegen die EU und gegen die Amis zu sein, als wenn du irgendwo im Mittleren Osten oder in Asien liegst. Darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Ja, du hast recht, du hast recht. Welchen ideologischen Scheuklappen? Ja, Sie sehen auf der rechten Seite des politischen Spektrums eine Partei, die AfD, die in meinen Augen ihre demokratische Legitimation hat. Die wird immerhin mittlerweile in einigen Bundesländern von einem Drittel der Menschen gewählt und wahrscheinlich ist es bald bundesweit so. Und diese Partei ist nicht libertär. Da gibt es immer noch starke Strömungen, die glauben immer noch an den Staat, wenngleich sie auch nicht so radikal planwirtschaftlich ist wie der Rest unserer politischen Landschaft. Und dann haben wir auf der anderen Seite des politischen Spektrums Parteien, die glauben noch viel fester an den Staat. Die glauben eigentlich, dass der Staat alles richten kann. Und dann frage ich mich natürlich, wie soll denn das gehen? Und wenn Sie mal schauen, wenn Sie ein Problem haben und Sie fragen sich, kann ein Politiker mein Problem lösen? Würden Sie einem Politiker zutrauen, Ihre konkreten Probleme zu lösen? Und das ganz konkret fragen. Sie fragen sich jetzt, kann ein Herr Lauterbach oder ein Herr Spahn oder ein Herr Scholz Ihre konkreten Probleme lösen? Da werden die meisten Leute das mit Nein beantworten. Einfach ganz konkret am Einzelbeispiel. Wenn man einen fragt, kann der Behördenleiter XY oder ein Mitarbeiter einer Behörde mein Problem lösen? Dann werden auch die meisten Leute sagen, nee, das kann er nicht. Warum um Gottes Willen glauben die Leute denn dann oder glauben manche Leute denn dann, dass der Staat es regeln könnte, wenn seine beiden einzigen Repräsentanten, nämlich die Politiker und die Behördenmitarbeiter es nicht können? Gibt es da irgendwo noch Geister, die da rumschwirren, die das dann könnten? Die gibt es nicht. Aber es geht ja darum, ob Ihre Ansätze, Ja, das ist ein guter Punkt. Und zwar irgendwie, warum ist das eigentlich so? Kannst du diese Frage, die er da aufgeworfen hat, beantworten? Warte, ich muss mich noch mal anhören. Kannst du auch gerne noch mal für dich wiederholen. Warum um Gottes Willen glauben die Leute denn dann oder glauben manche Leute denn dann, dass der Staat es regeln könnte, wenn seine beiden einzigen Repräsentanten, nämlich die Politiker und die Behördenmitarbeiter es nicht können? Ja, weil die falschen Leute aktuell am Bruder sind. Meine Güte, die Privatwirtschaft kann das doch auch. Wie soll die Privatwirtschaft unsere Bundeswehr aufstellen? Das ist doch wirklich bescheuert. Aber warte mal kurz. Sorry, dass ich das immer wieder sagen muss. Sollen die Privatunternehmen ein Kartellamt gründen? Sollen die Privatunternehmen keine Ahnung, das Schulsystem betreiben? Also es geht doch nicht. Es gibt bestimmte Bereiche, die müssen einfach staatlich organisiert werden. Rasennetz, Schienennetz, das Gesundheitssystem. Im Gesundheitssystem, da hat man ja jetzt versucht, da Teile von zu privatisieren. Es ist katastrophal nach hinten losgegangen. Also viele Krankenhäuser, die sind überausgelastet, dadurch, dass man versucht hat, dass private Klinikkonzernen zu verscherbeln, die unbedingt Gewinn machen wollen mit einem Bereich, wo man einfach keinen Gewinn machen sollte, weil das nicht vernünftig funktioniert, weil das auch ineffizient ist. Also man sieht es doch. Ja, aber er meinte, guck mal, es ging eigentlich um was anderes. Warte mal kurz. Er meinte, wenn du in Deutschland die öffentliche Diskussion verfolgst, du findest, oder manche, sagen wir jemanden. Ich weiß, woran es geht. Man findet den Lauterbach doof, man findet den Scholz doof. Ich habe gerade aufgepasst. Ich habe die Frage gerade gehört. Und diese Argumentation ist falsch. Es sind die falschen Leute im Staat am Ruder. Und der Staat an sich ist das Problem. Der Staat ist kein unveränderlicher Block, der heute genauso aussehen wird wie in zehn Jahren. Also wenn man da vernünftige Politiker an die Macht wird, dann läuft es ja auch besser. Wir hatten ja in Deutschland beispielsweise mal einen Willy Brandt. Der hat wesentlich bessere Politik gemacht als das, was da heute macht ist. Du hast ja recht, aber warum sind wir da nicht auf der Straße und demonstrieren? Wenn es doch so ist. Ja, gute Frage. Verstehst du? Irgendwie fügen wir uns, genau, das ist der Punkt. Warum fügen wir uns so gleichgültig in unser Schicksal? Ich habe häufiger mal die Theorie aufgeworfen, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen haben mich heute einfach aufgegeben. Die wollen gar nicht mehr teilhaben, die wollen gar nichts mehr raffen, die wollen auch nichts verbessern. so, man motzt und meckert und mosert irgendwie in der Weltgeschichte rum und das war es. Mehr passiert auch nicht. Na gut, machen wir bitte weiter alle Themen, die ja emotionales Mietfeld sind. die da rumschwirren, die das dann könnten, die nix nicht. Aber es geht ja darum, ob ihre Ansätze, ihre politischen Ambitionen in gewisser Weise auch politisch, also umsetzbar sowieso, das ist sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte, aber auch mehrheitsfähig sind. Und auch wenn sie wahrscheinlich recht haben, dass wenn sie Personen im konkreten Fall fragen, so würde in Deutschland niemand einfordern, den Staat quasi zu zerschlagen. Nein, nein, den Staat zerschlagen, das halte ich auch für ein Unsinn. Ich bin Minimalstaatler. Ich bin nicht gegen den Staat. Ich sage, der Staat soll... Ach, jetzt bin ich mal gespannt. Welche staatlichen Institutionen sollen weiter existieren? Wo soll der Staat eingreifen und wenn ja, wie? Also das ist ja sowieso nur diese Diskussion. Also den Staat zerschlagen, das ist ja wirklich, wie gesagt, das ist eine Vorstellung, die nichts mit der Realität zu tun hat. Es geht einfach nicht in diesem System. Das hat sie ja auch nicht, aber das ist ja indiskutabel. Sich auf die Dinge konzentrieren, die er kann, die macht er nämlich nicht mehr. Das Interessante ist, wenn Sie jemanden fragen, wozu ist der Staat? Wozu brauchen wir den Staat? Da kommt dann die Antwort, ja, jemand muss ja Schulen und Straßen bauen und Kindergärten und sich um die Gesundheit kümmern und um die Verteidigung und die innere und äußere Sicherheit. Jemand muss Gesetze machen. Die Antworten kommen alle. Nur diese Aufgaben erfüllt unser Staat ja gar nicht mehr. Unsere Infrastruktur ist in einem Zustand, der ist, ja, beklagenswert. Man könnte das Schlagloch als das Sinnbild des Zustands, eines Großteils unserer Straßen betrachten. Brücken werden gesperrt, Brücken müssen abgerissen werden, werden erst lange mal nicht ersetzt. Ja, wir haben unsere Infrastruktur vernachlässigt, seit Frau Merkel an die Regierung gekommen ist vor 20 Jahren oder vor 18 Jahren. Ja, wir haben eine digitale Infrastruktur, um die kümmert sich auch der Staat. Da kommt nichts bei rüber. Ja, das Funkloch ist eigentlich das Symbol unserer digitalen Infrastruktur. Wenn ich irgendwo in Europa mit dem Zug von A nach B fahr, kann ich telefonieren, das kann ich in Deutschland nicht. Ja, wenn ich irgendwo in Europa mit dem Zug von A nach B fahr, dann rattert das Ding nicht, als wenn es irgendwie einen Schaden hätte. In Deutschland tut es das aber. Man will sich ja jetzt um die Funklöcher kümmern. Ja, jetzt, das hat das erzählt. In den anderen europäischen Ländern ist das auch staatlich organisiert. Das heißt, das Problem ist, welche Leute im Staat an der Macht sind. Die aktuelle Regierung kann es nicht. Agitator, ich verstehe dich ja, dass der Typ dich aufregt, kann ich ja gut nachvollziehen. Ich bin halt ein harter Stoiker und ein alter Yogi und so weiter, aber ich verstehe schon, weil es stimmt schon, es ist eine einzige Litanei dessen, was irgendwie falsch läuft. Aber so, was er eigentlich will, das kommt eigentlich nirgendwo raus. Nee, deswegen bin ich darauf ja gespannt. Deswegen lasse ich ihn hier so viel reden und quatsche da eigentlich, versuche da jetzt mal weniger zwischenzuquatschen. Ich meine, wir haben jetzt schon so viel reagiert auf nur 20 Minuten Video, da lassen wir ihn ja jetzt mal länger am Stück reden. Vielleicht kommt ja mal ein konkreter Vorschlag. Seit 20 Jahren, dass man sich um alles mögliche Aber jetzt ist es soweit. Seit 20 Jahren erzählt man uns, dass wir in die Bahn investiert hätten. Milliarden jedes Jahr haben wir da reingestopft. Und was passiert vor einem Dreivierteljahr? Man erzählt uns, dass die Bahn plötzlich eine Investitionslücke von 90 Milliarden hat. Gar nichts hat man gemacht und man wird auch nichts tun. Und zwar deswegen, weil wir von inkompetenten Menschen regiert werden, die von Wirtschaft keine Ahnung haben und die nicht in der Lage sind, Infrastruktur zu bauen. Das können die nicht. Die können auch keine vernünftigen Gesetze machen. Die können viele Gesetze machen. Und sie machen Gesetze, die mittlerweile miteinander im Widerspruch stehen. Die Gesetze sind nicht mehr transparent und wenn sie niemanden beschäftigen, der dafür sorgt, dass sie die Transparenz haben oder dass sie nicht aus Versehen gegen Gesetze verstoßen, dann verstoßen sie fast automatisch gegen Gesetze, weil dieser Gesetzesdschungel gar nicht mehr durchdringbar ist für den normalen Bürger. Gesetze sind aber für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für die Gesetze. Steht schon in der Bibel. Und unsere Gesetze sind nur noch dafür gemacht, die Leute zu gängeln, einzuschränken und irgendwelche Verboten über ihnen auszuschütten. Und das Ergebnis, nehmen Sie zum Beispiel mal dieses DSGVO. Sie können dieses Gesetz gar nicht einhalten. Das ist gar nicht möglich. Wenn Sie einen Haufen Berater beschäftigen als Konzern, dann können Sie es vielleicht einhalten. Aber als kleiner Mensch, als Kleinunternehmen, als Mittelstandsunternehmen, das können Sie vergessen. Sie werden in jedem Fall mit diesem Gesetz in Konflikt geraten. Egal, was Sie machen. Egal, wie sehr sich bemühen und abstrampeln, es nicht zu tun. Und das, Frau Grosebeck, ist auch der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, uns alle einen Ring durch die Nase zu ziehen, weil wir alle Gesetzesbrecher sind, weil die Gesetze so komplex geworden sind. Und so funktionieren Gesetze nicht. Wir haben in den letzten 20 Jahren aus... Was sollen wir dazu sagen? DSGVO hat da recht. Aber wie sähe da ein besseres Datenschutzgesetz aus? Da würde ich jetzt mal gerne sehen, dass jeder kleine Verein sich an so strenge Datenschutzregeln halten muss. Da hat er ja recht. Das hat, glaube ich, jeder von uns mitbekommen, als das eingeführt wurde. Brüssel allein 15.000 neue Bauvorschriften bekommen. Die braucht kein Mensch. Die Bauqualität hat in den letzten 20 Jahren nämlich nicht zugenommen. Die hat abgenommen. Diese ganzen Gesetze sind nicht der Ausfluss kluger Gesetze oder klugen Gesetze machen es. Sie sind der Ausfluss der Korruption und der Lobbyarbeit. Da geht irgendjemand nach Brüssel, besticht irgendjemanden, geht mit ihm gut essen und besticht ihn mit was weiß ich noch was. Und dann wird ein Gesetz gemacht, dass genau sein Produkt demnächst überall verbaut werden muss. So kommen diese Dinge zustande. So kommt übrigens auch so ein Unsinn wie das Heizungsgesetz und diese Wärmepumpengeschichte in die Welt. Ich verstehe. Nur wenn ich mir das so anhöre, dann ich meine zu verstehen, dass sie auch eine gewisse Verachtung gegenüber Politiker, Staatlichkeit, Gesetze, diese ganzen Institutionen haben. Wenn sie so dieses Bild zeichnen mit einem Ring durch die Nase, das bedeutet ja, man soll ja geführt werden und zwar auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Man könnte ja auch einen Hirte nehmen, das ist ein anderes Bild. Also ich meine auch... Diese Idee von der Steuerung der Gesellschaft ist übrigens eine neoliberale Idee. Also ist jetzt nicht nur von den Neoliberalen, aber beispielsweise Walter Lippmann hat das mit seiner Elitendemokratie verfochten. Also dass man die Masse, die ja nicht wisse, wo es langgehe, ja per Propaganda vom richtigen Weg, den die Eliten kennen würden, überzeugen müsse. Also das ist tatsächlich eine neoliberale Idee. Also finde ich, jetzt muss sich das Karl das kritisiert. Aber guck mal, Karl ist so ein Typ, das ist meine Meinung. Eigentlich ist alles, man kann allem irgendwie zustimmen, was er sagt. Aber ja, es hat irgendwie keine Substanz. Ich würde vorschlagen, wir lassen ihn mal weiterlaufen bis zu einem Punkt, wo er mal nicht sagt, was es nicht ist, sondern anfängt es zu sagen, was es denn sein sollte, was er denn machen will. Auch, dass Sie da durchaus eine radikale Haltung haben gegenüber das, was jetzt ist. Sie haben ja sogar gesagt in einem Vortrag, die da oben wollen eine Diktatur. Und mit dieser Einstellung natürlich da in die Politik zu gehen, ja, stelle ich mir dann schon ein bisschen schwierig vor. Dafür, dass Sie sie ja eigentlich so sehr verachten. Naja, also zunächst mal ist die Politik so, wie sie ist. Und wenn ich sie verändern will, muss ich reingehen. Also da habe ich keinen anderen Weg. Wenn ich etwas verändern will, kann ich es nur von innen verändern. Das heißt, ich habe, ich kann natürlich sagen, ich kritisiere das, aber ich mache nichts. Dann bin, das ist wohlfeil. Wenn ich also etwas verändern will, dann bleibt mir gar keine andere Wahl. Dann muss ich in das System reingehen, auch wenn ich es für falsch halte. Das ist nun mal ein Fakt des Lebens. Und dass ich natürlich meine Kritik sehr hart übe, das darf auch keinen verwundern. Und da ist auch, ganz offen gestanden, nichts Falsches dran, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, wenn das das ist, was man über diese Leute denkt. Und ich habe guten Grund, das über diese Leute zu denken, was ich denke. Diese Leute haben in der Corona-Situation mit dem Notstand gespielt. Und sie haben schwerste, schwerste Verletzungen unserer Bürger- und Menschenrechte in Kauf genommen oder willentlich und wissentlich befördert. Diese Leute haben Gesetz übertreten in großem Maß. Sie haben alle Mindestregeln der Vorsicht und des Risikomanagements außer Acht gelassen. Und sie haben das in eine Arroganz der Macht getan, die unbeschreiblich ist und für viele Menschen unbeschreibliche, ja bis hin zu tödliche Folgen hat. Und dass ich da in dem, was ich sage, durchaus zum Teil auch mal Verachtung zum Ausdruck bringe, das kann nicht überraschen, wenn man sich die Fakten anschaut, die Folgen dieser Politik. Die Folgen dieser Politik beschränken sich aber nicht auf dieses missratene Corona-Thema, sondern sie gehen in jedes Thema rein. Und überall in jedem Thema, in dem die Politik agiert, schafft sie sich ein Narrativ, das nicht kritisiert werden kann. Und warum kritisiere ich es umso härter? Weil ich es eigentlich nicht darf in diesem Land. Denn wenn ich in diesem Land Kritik übe an dieser Politik und sei sie auch gemäßigt, wenn ich gegen eines dieser Narrative verstoße, dann werde ich zum Aussortierten erklärt in diesem Land. Dann werden Dinge zur Anwendung gebracht, die man aus dem Stasi-Handbuch Zersetzung kennt. Sie sprechen jetzt von der Hausdurchsuchung. Nein, das ist die Hausdurchsuchung bei mir, die ist im Prinzip ein Nebending. Da gibt es ja noch ganz viele andere. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass jeder, jeder, der den Mund aufmacht und eines der wesentlichen Narrative dieser Politik kritisiert, zum Gegenstand der Ausgrenzung gemacht wird. Es wird ihm der Mund verboten. Es hat berufliche Folgen. Es hat auch mal eine Hausdurchsuchung zur Folge. Da hat er jetzt absolut recht. Also da können wir auch, glaube ich, nichts kritisieren. Das stimmt zu 100 Prozent, was er eben gerade zur Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland gesagt hat. Deswegen hat die Wahlknecht-Verteilung das ja zu einem ihrer vier wichtigsten Kernpunkte erhoben. Es hat, man schafft sich ein... Ja, ganz kurz, bitte. Das ist auch, guck mal, ich finde, das ist aber auch nicht der Punkt in dieser Situation. Ich gucke auch manchmal die Kursu-Beck. Ich finde es auch nicht schlecht, dass die Leute einfach mal ausreden lassen. Aber im Krall läuft es irgendwie darauf hinaus. Am Ende war das alles gut und schön, aber wofür soll ich dich wählen, Krall? Verstehst du, was ich meine? Ja, soll mal bitte die... Bitte sag mir, wofür soll ich dich wählen, Krall? Weil dafür, was du alles nicht willst, kann ich dich nicht wählen. Weil du verstehst, was ich meine. Ja, da hast du recht, wir brauchen ein positives Programm. Das hat die Wahlknecht-Partei und er, ja, er hat gerade nur sehr allgemein so einen Libertarismus verkündet. Also, wir haben gerade erfahren, es ist zumindest... Er kritisiert mal... Er kritisiert mal alles von A bis Z durch, was wir so in den letzten Jahren auch alle irgendwie kritisiert haben. Okay, gut und schön. Das konnte er... Das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Meist Hetzbeleidigungsparagrafen, mit denen man dann die Leute auch wieder mit Klagen und mit Hausdurchsuchungen überziehen kann. Also, dieses sind... Die sind aus dem Instrumentenkasten der Diktatur. Und deswegen sage ich, diese Leute haben ein sehr seltsames Rechtsstaatsverständnis. Das ist nicht mein Rechtsstaatsverständnis, es ist auch nicht mein Demokratieverständnis, was diese Leute haben. Also, ich würde jetzt insofern nicht widersprechen, dass natürlich bestimmte... Ah, zum Demokratieverständnis, wo wir schon mal bei dem Punkt sind, könnte man nämlich noch was sagen. Markus Kall hat da nämlich wirklich sehr interessante Aussagen getätigt, auf einem Treffen, das er zusammen, also auf so einer Konferenz zusammen mit dem AfD-Chef Jörg Urban besucht hat. Ich lasse ihn mal ausreden, welche Vorschläge er für die Reform des Wahlrechts in Deutschland hat. ... des Wahlrechts. Und damit komme ich zum kitzligsten Teil. Und ich werde es nachher gleich noch ausführlich begründen. Ich glaube, dass jeder am Anfang der Legislaturperiode eine Wahl treffen sollte. Nämlich entweder zu wählen, also das Wahlrecht auszuüben, das er hat, oder Staatstransfers zu bekommen. Also wer Subventionen kriegt, der darf nicht wählen. Und wer andere Arten von Transfers kriegt, darf auch nicht wählen in dem System. Nur der, der einzahlt ins System, darf wählen. Oder der, der wenigstens nichts daraus entnimmt, darf wählen. Ja. Ihr habt es gerade gehört, was, ja, ja, ja. Rentner dürfen nicht mehr wählen, Arbeitslose dürfen nicht mehr wählen. Wenn ihr zum Arzt geht und da mit der staatlichen Krankenversicherung bezahlt, dürft ihr nicht mehr wählen. Das heißt, große Mehrheit der deutschen Bevölkerung darf laut Karl nicht mehr wählen. Was er will, ist so eine sogenannte Idiokratie. Also eine Herrschaft der Besitzenden. Also er will unsere Demokratie tatsächlich abschaffen, jedenfalls dann, wenn er seine Position von damals nicht geändert hat. Okay, okay, aber ich möchte nur einen kleinen Punkt zum Besten geben, eine kleine Anekdote. Die alten Spartaner hatten auch eine Demokratie. Da durfte nämlich nur der wählen, der Krieg wird. Und niemand anders. Das ist irgendwie etwas komisch, aber gut. Ja. Maßnahmen ergriffen werden gegenüber Andersdenkenden, die nicht zulässig sind. Allerdings würde ich hinzufügen, dass diese Maßnahmen nicht außergewöhnlich sind für unsere Zeit. Hausdurchsuchungen bei unumliebsamer Opposition gab es in der Vergangenheit auch schon. Also diese ganzen Instrumente, von denen Sie sprechen, aus diesem Diktaturkasten oder so, sind nicht so unüblich. Wogegen ich mich verwehre, ist, dass wir jetzt in so einer unglaublich außergewöhnlichen Zeit leben, die ganz anders ist als früher. Nur damals wurden andere Leute verfolgt. Nein, nein, schauen Sie sich doch einfach die Statistiken an. Schauen Sie sich die Statistiken an. Machen wir uns an dem Thema Hausdurchsuchung fest wohl. Wir erleben schon eine enorme Einschränkung der Meinungsfreiheit, die viel schlimmer ist als damals. Also ich glaube kaum, dass es vor 30 Jahren noch so war, dass man beispielsweise beim Nau-Ost-Konflikt, wenn da mal wieder Krieg war, dass man dann nicht gegen die eine oder andere Seite demonstrieren durfte. Also heute wurden ja Demonstrationen, die Israel kritisiert haben, massenweise verboten, kurz nach Beginn des neuesten Gaza-Krieges. Also das muss man ja mal sagen. Das ist ja völlig neue Qualität. Aber das gemessen am internationalen Vergleich, Deutschland jetzt so überrepressiv wäre, das ist es auch wieder nicht. Es ist so, ich meine, es gibt kein Land auf der Welt, wo du, wenn du gegen den Staat agitierst, du nicht irgendwie Ärger kriegen wirst. Ich würde es auch nicht schönreden oder so. Ja, aber was heißt im internationalen Vergleich, im Vergleich zu dem, was wir hier in den 80ern, in den 90ern mal hatten. Da war es wirklich freier. Da hattest du auch Berufsverbote für Kommunisten, die dann auch nach und nach aufgehoben wurden. Aber so wirklich so eine extreme Repression gegen alles, was beispielsweise außenpolitisch leicht vom Kurs der Regierung abweicht, das hattest du damals nicht. Also mittlerweile werden im Fernsehen beispielsweise auch Sendungen dafür, quasi Werbesendungen, die Anstalt hat das letztens gemacht dafür, dass die AfD verboten wird. Also das ist wirklich eine Partei, die mittlerweile ein Fünftel bis ein Viertel der Wähler wählen würde, das nie verboten werden soll. Das wird im öffentlich-verrechtlichen Fernsehen geborben. Da habe ich auf diesem Kanal übrigens auch darauf reagiert. Schaut euch das gerne an. Das ist ja wirklich eine völlig neue, also das ist eine neue Qualität. Aber es ist ja Satire. Es läuft ja unter Comedy. du weißt nicht weiter. Das ist ein Quatsch. Natürlich. Ne, da bin ich ganz bei dir. Das ist gar keine Frage. Aber ich meinte eigentlich was ganz anderes. Guck mal, das ist zum Beispiel so ein Typ wie Karl. Für Nancy Faeser ein rotes Tuch ist. Dass sie einen Hals bekommt, wenn sie ihn sieht und wenn sie ihn hört. Das ist halt so. Das können wir auch nicht ändern. Ja, aber da ist die Frage, ob du den Verfassungsschutz oder die Polizei auch solche Leute ansetzt oder ob du halt aussetzt, dass die eine andere Meinung haben. Also wir haben jetzt gerade beim Wahlrecht, gehört, dass Karl wirklich damals eine krasse Meinung hatte. Ich hätte mir gewünscht, dass Jasmin Kosubek ihn darauf anspricht. Denn Wahlrecht, allgemein Wahlrecht abschaffen, das ist ja schon etwas, was nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Also das ist Abschaffung unserer Demokratie. Das System, was er will, nennt sich dann Idiokratie. Das ja Self-Servic sein könnte. Wenn wir es aber daran festmachen, dann stellen Sie fest, dass die Zahl der Hausdurchsuchungen in Deutschland am höchsten ist. Auf der ganzen Welt fast. Gibt es da so gesammelte Statistiken? Ja, da gibt es Statistiken drüber. Da gibt es Statistiken drüber. Und sie steigt. Und man setzt sie ganz gezielt ein gegen Menschen mit anderer Meinung. Ja, das ist eine Einschüchterungsmaßnahme. Und das ist eine Einschüchterungsmaßnahme. Und Frau Kosubek, dass Sie das so locker nehmen und sagen, das ist halt so. Also, kurz Pause. Dazu würde ich mal gerne eine Quelle sehen. Wenn das wirklich so ist. Ja, es kann gut sein. Es kann gut sein. Also, würde ich jetzt gar nicht in Zweifel ziehen. Es gibt wirklich viele Hausdurchsuchungen gegen Regierungskritiker. Es geht nicht darum, dass ich es in Zweifel ziehe. Es geht darum, dass ich es gerne sicher wüsste. Weil es so ist, dass es so ist. Ja, das ist jetzt ein Interview. Er hat es spontan gesagt. Wir können glauben, also alles, was wir jetzt nicht sehr komisch klingt oder was wir nicht falsifizieren können, glauben wir erst mal. Das ist so handhabe ich meinen Streams. Ja, ja, das ist der Punkt. Also, wie gesagt, aber die Äußerung, das kann schon sein. Also, Nancy Faeser, das ist ja auch wirklich eine Rechtsstaatsfeindin. Also, die hat sich ganz offen für die Abschaffung der Unschutzvermutung ausgesprochen. Die benutzt den Verfassungsschutz um Kritiker, um Leute, beziehungsweise Leute, die sie einfach nur mit Dreck bewerfen will. War ja nicht mal ein Kritiker, der Schönbruch. Um die zu überwachen und ja, was sie zu finden, damit sie dann rechtfertigen kann, die aus Behörden rauszukicken. Dass sie nicht besonders objektiv in ihrem Amt ist, ist, das ist gar keine Frage. Aber, ganz ehrlich, das ist irgendwie auch so eine Zeit heute. Keine Ahnung, das war doch früher eigentlich gar nicht so. Es war nicht so schlimm. Also, Jasmin Kosovo kriegt ja recht, wenn sie sagt, okay, ein gewisses Maß an Repressionen hat es immer gegeben. Vor allem dann, wenn du offen staatsfeindlich warst, also keine Ahnung, wenn du Kommunist oder so warst, dann hast du immer ein gewisses Maß an Repressionen erlebt. Aber heute ist es wesentlich schlimmer als noch vor 20 Jahren. Und heute wird hier wirklich jeder, der eine leicht andere Meinung als die Bundesregierung hat, gleich unter die Legitimierung des Staates zusammengefasst oder wie der Verfassungsschutz diese Regierungskritik nennt. Genau, aber was ich krass fand, möchte ich mal kurz thematisieren. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere von euch den Tim Kellner. Das ist so ein, sagen wir mal, rechter bis rechtextremer, der findet alles scheiße und alles voll scheiße und er lästert irgendwie immer wieder über die Baerbock. Und die Baerbock führt doch in der Tat, also, dass sie so dünnhäutig ist, dass ein Typ wie Kellner sie stört. Das finde ich krass. Also, sagen wir mal, der Helmut Kohl, das war, der war wie ein Elefant. Der hatte ein dickes Fell, der wurde viel kritisiert, aber der hat sich das auch irgendwie am selben vorbeigehen lassen. Aber heute, das sind alles irgendwelche Mimosen, die sind unglaublich weinerlich geworden, die Politiker. Ja, du hast absolut recht. Tim Kellner, das finde ich auch ziemlich lustig, seine Kritik, also der schießt ja sonst immer gegen den Staat und der wurde ja auch von Baerbock angezeigt, also der schießt gegen diese Regierung und auch gegen den Verfassungsschutz, wie der mittlerweile gegen die Opposition vorgeht. Aber bei Sarah Wagenknecht und die zu diskreditieren, hat er dann lustigerweise den Verfassungsschutz als Quelle genommen. Weil der ja vor ein paar, ja, das war schon vor über zehn Jahren, da hat er noch gesagt, Wagenknecht ist bei kommunistischen Plattformen und die kommunistische Plattformen ist verfassungsfeindlich innerhalb der Dinge. Und da hat er den Verfassungsschutz als Quelle genommen. Also sonst immer kritisieren, dass der Verfassungsschutz ja nicht so ganz unabhängig ist, aber jetzt, wenn man Wagenknecht diskreditieren will, dann kann man den mal als Quelle heranziehen. Das finde ich auch lustig. Aber ist doch, guck mal, ist doch witzig, dass die Baerbock einen Typen wie Kellner so aufwertet, dass sie überhaupt gegen ihn protestiert. Ich würde nicht protestieren gegen Tim Kellner. Ich würde einfach ihn ignorieren. Ich bin die Ministerin, ich bin die Außenministerin. Was interessiert mich, was der Kellner erzählen? Sie können es. Sie haben die Macht. Die Justiz, die arbeitet nicht mehr so unabhängig, dass sie das wegstecken könnte. Also ich sage es ja, es ist viel extremer geworden. Ja, das stimmt. Okay, so gesehen, das stimmt es schon, natürlich. Nein, das sage ich nicht. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen, wie eigentlich, also ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Ja, und das ist auch nicht schon immer so gewesen. Wir hatten auch in den 70er Jahren Entgleisungen, da ging es in die andere Richtung. Das ist richtig. Nur was in den 70er Jahren gelaufen ist, da war ich Jugendlicher, da habe ich weder Einfluss drauf gehabt, noch kann ich es rückwirkend ändern. Ich kann Ihnen aber sagen, ich war damals zum Beispiel gegen den Radikalerlass, weil ich gesagt habe, damals war ich politisch schon so bewusst, mit 1980 war ich 18 Jahre alt, dass ich gesagt habe, eine Gesellschaft muss Dissens aushalten, obwohl ich nicht links war damals. Aber ich sage auch nicht, dass das richtig ist, dass es passiert. Ich sage nur, dass man es zu einer außergewöhnlichen Situation macht, da würde ich widersprechen. Dass der Staat zu diesen Mitteln greift, finde ich jetzt persönlich nicht so unüblich, wenngleich ich es nicht gut heiße. Natürlich nicht. Es ist nicht so, dass es früher in dem Maße üblich gewesen wäre und es wird heute gezielt eingesetzt. Wenn Sie also beispielsweise auch den Umgang mit der Opposition sich anschauen. Wir haben die größte Oppositionspartei, die in einigen Bundesländern von einem Drittel der Menschen gewählt wird. Ja, also da greift völlig recht. Guckt euch doch mal das Meinungsspektrum im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Also schaut euch die Sendungen von kritischen Magazinen wie der Anstalt oder Monitor von 2014 zum Ukraine-Konflikt an und schaut euch die von 2022 an. Ihr werdet sehen, dass 2014 noch Kritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an der Regierung möglich war und dass 2020 nicht mehr der Fall war. Also es ist eine ganz einfache Entwicklung. Das ist gar keine Frage. Heute sind die öffentlich-rechtlichen und Funk eine Dauerwerbesendung für die Positionen der Regierung. Es ist einfach so. Ja. Das war auch schon mal besser. Wird systematisch und ohne, ohne dass es dazu tatsächlich Fakten gäbe, die man der Öffentlichkeit auch vorlegen würde oder könnte, als rechtsradikal und verfassungsfeindlich erklärt. Aber hat man das mit den Grünen in den 80ern nicht auch gemacht? Ein Herr Haldenwang stellt sich ins Fernsehen und sagt ernsthaft, der Verfassungsschutz ist nicht allein dafür zuständig, die AfD im Lande klein zu halten. Und nun bin ich nicht Mitglied der AfD. Und ich wähle sie auch nicht, weil ich mache ja eine eigene Partei. Aber dass ein Verfassungsschutzpräsident sich in der Weise instrumentalisieren lässt und dass es eine Regierung gibt, die den Geheimdienst instrumentalisiert, um die einzige tatsächliche Opposition im Lande klein zu halten, ist ein direkter, frontaler Angriff auf die Demokratie in diesem Land. Die Demokratiefeinde sitzen nicht da draußen irgendwo und werden vom Verfassungsschutz überwacht. Die Demokratiefeinde sitzen hinter den Schreibtischen. Wenn ein Verfassungsschutzpräsident in der... Also da ist jetzt die einzig logische Forderung Verfassungsschutz abschaffen. So ist es in der Art, habe ich mir auch gerade gedacht. Also das ist jetzt die einzig logische Forderung daraus. ...derweise sein Amt missbraucht, wie Herr Haldenwang das tut. Und wenn eine Innenministerin ihr Amt derartig missbraucht, die Geheimdienste zu instrumentalisieren, um politisch unliebsame Personen zu desavouieren, zu verleumden, ja, Informationen über sie zu sammeln und dann an die Presse durchzustechen, ja, das ist ja das, was mich mehr stört als die Hausdurchsuchung, dass man meine Informationen illegal gesammelt und dann an die Presse durchgestochen hat durch kriminelle Behördenmitarbeiter. Ja, und dass die Staatsanwaltschaft sich dann anschließend weigert zu ermitteln, weil der Justizminister ihr wahrscheinlich gesagt hat, sie darf nicht ermitteln, nämlich wir haben keine Unabhängigkeit der Justiz, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden, ja, wenn wir eine unabhängige Justiz hätten, wäre das schon mal nicht der Fall. Ja, all diese Dinge sind Frontalangriffe auf unsere verfassungsmäßige Ordnung und deswegen ist es so, dass eine Radikal-Kritik an diesen Zuständen erforderlich ist, um unser Grundgesetz zu verteidigen und das hat auch mit Radikal nichts zu tun, das hat auch mit Rechts oder Links nichts zu tun und jetzt kommen wir zurück zu der Frage, welche Reformen braucht dieses Land, um auf die Füße zu kommen und die eigentliche Frage... Da hat er jetzt recht, wie gesagt, bei dem Teil eben können wir ihm, glaube ich, zu 100 Prozent zustimmen. Jetzt kommen wir zu seinen konkreten Maßnahmen. Warte, warte, ganz kurz. Ich möchte einen Punkt hinzufügen und zwar, dass irgendwelche Funktionäre im Staat irgendwelche Parteisoldaten sind. Das, glaube ich, war schon immer so. Aber diese Hybris, dass der Haldenwang seine Parteiname so offen ausspricht, das finde ich in der Tat krass. Das ist eine völlig neue Dimension von Hybris. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, absolut. Die Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben, habe ich ja noch gar nicht beantwortet. Was ist mit den Steuern und den Ministerien? Und das ist eine ganz einfache Geschichte, wie Sie damit umgehen können. Sie gehen einfach mal durch die Ausgabenliste dieser Bundesregierung durch. Machen Sie sich nicht, das ist eine lange Liste, aber Sie können sie von oben nach unten durcharbeiten und fragen sich, und das empfehle ich jedem Bürger, und wenn er es nicht selber machen will, kann er das Buch lesen, was in ein paar Monaten von mir neu erscheint. Da ist die Liste drin. Und fragen sich selbst, würde ich dafür Geld ausgeben, wenn es freiwillig wäre? Würde ich, wenn der Staat mir sagt, bitte zahl Steuern, das wird aber in deiner Messengesetz, damit ich dieses und jenes damit tun kann, würde ich es tun. Dann sage ich Ihnen, aber 99 Prozent der Leute würden es nicht tun. Und zwar deswegen, weil die meisten dieser Ausgaben blödsinnig sind und dem Bürger nichts nützen. Diese Leute haben in ihrem Leben noch nie... Die meisten, da bin ich ja jetzt sehr gespannt, meint er die Ausgaben? Aber guck mal, ich finde, ich warte ganz kurz bitte. Guck mal, ein Kritikpunkt. Wenn ich das so mache, wie er jetzt aufzieht, du wirst immer irgendjemanden finden, also egal, wen du fragst, der wird immer finden, oh mein Gott, ich muss so viel zahlen und die anderen, die profitieren zu viel von mir. Und das und das würde ich streichen, dann kannst du alles streichen. Dann bist du am Ende, ja, okay, dann bist du am Ende bei seiner Position, am besten wir schaffen alles ab. Ja, aber im Bundeshaushalt sind beispielsweise 100 Milliarden Euro dafür vorgesehen jedes Jahr, dass die Rente auf ihrem aktuellen Niveau gehalten wird. Und das sind ja sehr sinnvolle Ausgaben. Es sind konsumtive Ausgaben, aber es sind Ausgaben, die absolut notwendig sind, damit die Rentner eben nicht noch mehr verarmen, beispielsweise. Da bin ich mir bei Typen wie Karl nicht so ganz sicher, ob er nicht einfach gnadenlos streichen würde. Ja, genau. Und er bleibt jetzt schon wieder allgemein. Er könnte ja mal Beispiele nennen und jetzt nicht irgendein, keine Ahnung, Schwachsinnungsprojekt, wo ein paar Millionen versenkt wurden, sondern wirklich, wo große Summen, nutzende Milliarden, hunderte Milliarden falsch ausgegeben wurden. Das kann er uns jetzt auch nicht sagen, denn über diese Summen reden, wenn wir über den Staatshaushalt reden. Aber schau, darauf will er sich nicht festlegen. So nach dem Motto, du kannst hier mal selber gucken. Aber Krall, dafür werde ich dich nicht. Etwas produziert, was andere freiwillig kaufen würden. Und da sie das noch nie gemacht haben, deswegen sind sie in die Politik gegangen. Und auch dort produzieren sie nichts, was Leute freiwillig bezahlen würden. Nehmen Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist ja noch nie mal steuerfinanziert. Da gibt es ja eine Extraabgabe von fast 10 Milliarden. Die meisten Menschen in diesem Lande würden dieses Geld freiwillig nicht bezahlen. Es wird euphemistisch... Absolut. Aber das liegt am Zustand des... da hat er einen Punkt. Ja. Der ÖAR, okay, den könnte man echt fast ersatzlos streichen. Also, ich bin ja selber aus der Medienindustrie, aber wenn ich, wenn ich dafür, dass dir die, wenn ich das so entscheiden hätte, ich würde einfach gnadenlos kürzen auf eine Milliarde. Das, was ihr da noch senden könnt, das könnt ihr senden. Und was ihr nicht senden könnt, das, ähm, sendet ihr halt nicht und Wein braucht ihr, das könnt ihr ja so viel ihr wollt, ist mir egal. Also, ich würde sagen, alles außer Arte kann weg. Also, alles außer Arte, die brauchen wahrscheinlich die Beine. Ja, gut, aber... Ja, das kann weg und es wird keinen schlechten Einfluss. Also, meiner Meinung nach müssten wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett reformieren und da, ja, neue Strukturen aufbauen, die Rundfunkräte komplett neu besetzen und zwar nicht mit diesen Parteigängern, die da aktuell sitzen. Aber das ist eine längere Debatte, da mache ich jetzt mal kurz Werbung für meinen Erstkanal. Da habe ich mit Holger Kreimeier rund eine Stunde drüber geredet, finde ich auf meinem Erstkanal. Ist eines der bestgeklicktesten Videos dort. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Als Demokratieabgabe bezeichnet... Oder freiwilliger Zwangsbeitrag. Ja, freiwilliger Zwangsbeitrag. Dabei ist es nichts anderes, als der Zwang, sich Unsinn anhören zu müssen oder ihn wenigstens, wenn man ihn nicht hören will, mitfinanzieren zu müssen. Ja, Henrik Broder hat zu Recht gesagt, irgendwie, ich glaube, 80 Prozent oder so hat es formuliert, 80 Prozent, das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk produziert, ist Propaganda und der Rest ist Schrott. Genau so ist es. Der Rest ist Schrott und das andere ist Propaganda. Daraus besteht das. Dafür zahlen wir 10 Milliarden. Das ist bei Springer allerdings auch nicht besser. Deswegen wäre es ja theoretisch gut, wenn wir einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten, der vernünftig, neutral über Sachen informieren würde. Aber den haben wir aktuell nicht. Das ist ja das Problem. Ich bin da sowieso ein bisschen radikal, was das angeht. Aber genau dasselbe könnte ich auch auf alles andere übertragen. Auf die privaten Medien, auf den Mainstream, den Boulevard, den Poiton, den Disney-Konzernen und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viel Schrott auf der Welt. Propaganda und Schrott. Schrottige Propaganda. Wenn Sie mal durch die Ministerien durchgehen, einmal so von oben nach unten, ich gebe Ihnen nur zwei, drei Beispiele. Entwicklungshilfeministerium. Unsere Minister reisen durch die Gegend und lassen ein paar hundert Millionen bei den Taliban und ein paar Millionen hier und ein paar Millionen da und 50 Millionen im Gazastreifen. Überall reisen sie durch die Gegend, bringen dicke Schecks mit, lassen sich feiern und fliegen dann wieder nach Hause. Und wenn Sie sich anschauen, was dann mit dem Geld passiert, dann stellen Sie fest, dass es nur die Korruption in diesen Ländern nährt. Noch was anderes passiert da nicht. Es wird nur die Korruption damit ernährt. Wissen Sie, Rand Paul hat mal gesagt, dass das Ziel dieser Gelder ist. Man will dort korrupte Strukturen aufbauen, die sich gut kontrollieren lassen. Also das ist imperiale Politik, so funktioniert das halt. Das ist nicht unabsichtlich. Mal abgesehen davon, hatte doch die Regierung davor, also die pro-westische Regierung, irgendwie sieben Milliarden an Auslandsvermögen. Das hat ja der Amerikaner vornehm eingezogen. Und jetzt geben wir Ihnen das tröpfchenweise wieder zurück. Wir geben es Ihnen nicht mal zurück. Es ist ja noch viel schlimmer. Wir haben da Hilfsorganisationen, die kriegen das. Das heißt, wir haben da einen Fuß an der Tür, obwohl die Taliban da an der Macht sind. Man macht Afghanistan abhängig von internationalen Hilfen und koordiniert dann selbst die Hilfe, um trotzdem noch irgendwie Einfluss nehmen zu können. Das ist diese imperiale Politik. Und dann kommt Krall und dann kommt Krall und findet das Ganze noch furchtbar ungerecht. Ja. Ja, Krall. Wenn meine Welt so schwarz und weiß wäre, manchmal beneide ich Leute wie ihn um seine Weltsicht. Das Problem ist doch, ja genau, das Problem ist, dass die USA Afghanistans Devisenreserven geklaut haben. Sieben Milliarden Dollar. Dass der besten Sanktionen gegen das Land verhängt. Das sind die Probleme. Also wenn es das nicht gäbe, wenn Afghanistan Handel treiben könnte, dann würde es diesem Land schon sehr viel besser gehen. Da sind riesige Ressourcen, die man fördern könnte, wenn Investitionen stattfinden dürften. Dadurch, dass Afghanistan vom Finanzsystem abgeschnitten ist, kann es solche Investitionen aktuell gar nicht geben. Jetzt finanzieren wir NGOs in Afghanistan mit afghanischem Geld. Oh, wie Nobel von uns. Er sagt, Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern Geld von armen Leuten nehmen, um es reichen Politikern in armen Ländern zu geben. Das ist Entwicklungshilfe. So ein Ministerium brauche ich nicht. Das meiste davon ist absolut vergeudet. Ja, aber dann brauchen wir eine bessere Wirtschaftsordnung. Das Problem ist, es sind doch nicht diese Kleckerbeträge, die für Entwicklungshilfe draufgehen. Das Problem ist diese Wirtschaftsordnung, die diese Länder unten hält und die dort Entwicklung verunmöglicht. Warum ist denn China als Kreditgeber bei diesen Ländern so beliebt plötzlich? Ja, ganz einfach, weil China nicht solche Bedingungen stellt, wie der IWF die Entwicklung eben verunmöglichen, die dafür sorgen, dass die Staaten gar keine eigene Industrie aufbauen können. Richtig. Ja, weil die Chinesen ganz einfach nur Handel und Marktwirtschaft betreiben haben und überhaupt keine solchen ideologischen Forderungen haben. Es ist ja nicht nur neoliberale Ideologie, es ist auch der Schutz einer Weltordnung. Wenn die USA wollen, dass kein Dritter hochkommt, also dass kein starker, also Dritter ist jetzt zu viel gesagt, dass kein zweiter starker, dass kein zweiter starker gemacht hochkommt. Das war immer das Ziel der USA und dadurch, dass man diese Länder halt durch das IWF-Programm erstmal abhängig macht von Krediten, die vom IWF kommen und zweitens wirtschaftliche Entwicklung verhindert, dadurch hält man diese Länder dauerhaft am Boden und macht sie kontrollierbar. Ein gutes Beispiel ist ja Argentinien. Keine argentinische Regierung kann ernsthaft mehr was gegen den IWF machen. Egal, ob da jetzt Milay, Masa oder Werfa gewählt wird. Richtig. Dieses Land, und wenn die jetzt ihre Währung abschaffen, dann sieht es da noch schlimmer aus. Also das ist ja wirklich, also dann, ja. In einem Punkt hast du absolut recht. Also wenn es so, als wäre ein roten Faden aller westlichen Politik der letzten 150 Jahre gibt, dann war es immer, alle möglichen Länder auf der Welt als Rohstofflieferanten zu halten und keine, keine dortige Wirtschaft, also keine Kreisstoffe dort zu ermöglichen. Die sollen liefern und die sollen von uns kaufen und nichts anderes sollen sie machen. Und wenn da einer sich irgendwie zu weit entwickelt, dann bombardieren wir ihn wieder zurück auf seinen Platz sozusagen. Absolut vergeudet. Nehmen wir das Gesundheitsministerium. Herr Lauterbach hat jetzt wieder ein paar Milliarden ausgegeben für Impfdosen, die keiner braucht. Aber das waren nicht die ersten paar Milliarden, das waren die x-ten paar Milliarden, die er dafür ausgegeben hat für Impfdosen, die keiner braucht. Und dort, wo sie verspritzt worden sind, richten sie mittlerweile Schaden bei den Menschen an. Ich brauche keinen Gesundheitsminister, der Zähneputzen für überschätzt hält und mir erzählt, was ich mir spritzen lassen soll. Und der ansonsten komplett inkompetent ist, das Gesundheitswesen auch nur halbwegs effizient zu organisieren. Und zwar deswegen, weil der Begriff Markt und Nachfrage und Angebot ihm komplett fremd ist. Lauterbach war einer von denen, die damals die Einführung dieses Weltpauschalen-Systems gefordert haben. Also was fordert gerade jetzt? Fordert er jetzt die Privatisierung des Gesundheitssystems, die totale? Also wäre ich jetzt gespannt. Lassen wir immer weiter. Also das Gesundheitsministerium brauche ich auch nicht. Da habe ich wieder 24 Milliarden gespart. Ach so, das ist ja super. Hervorragend. Die ganzen Krankenhäuser und alles. Also da wäre ich jetzt gespannt, was er da fordert, wenn es da, also wenn er alle Ausgaben, die mit dem Gesundheitsministerium verbunden sind, streichen will. George Bush hat ja damals, als er irgendwie so eine krasse Zusammenstreichung gemacht hat, gesagt, die Leute sollen mehr beten. Vielleicht will ja Karl auch, dass die Kranken mehr beten. Ja, das ist Satire. Das ist eine komplett, ja, ich brauche es nicht nochmal sagen, das ist eine Ideologie, die nichts mit der Realität zu tun hat, die einfach nur den Profit von großen Klinikkonzernen füttern wird. Da schreibt es gerade einer im Chat, was ich jetzt auch gerne sagen will. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, ich gleite immer mehr ins polemische Klamaukige ab, aber du bist ja ein Sachlicher, du willst ja wirklich Dinge erklären und so weiter. Aber mir fällt es bei solchen Typen manchmal schwer, ernst zu bleiben, sozusagen. Du wolltest schon mal gesagt haben. Da fragt der Rollo nämlich gerade im Chat, ist das Satire. Nein, leider nicht. Das ist jemand, der meint, er würde eine Partei der Mitte gründen. Also das hier sieht ihr als Mitte an und der damit in den nächsten Bundestag einziehen will. Also es ist, ja, wir können noch hoffen, dass dieses Projekt wirklich scheitert. Also ich habe ja nichts gegen andere konservative Parteien, die der CDU die Stimmen abnehmen. Also keine Ahnung, die Freien Wähler oder so, die quasi die gleiche Politik machen wie die CDU, aber die CDU schwächen. Stört mich nicht, ich mag die CDU sowieso nicht, aber das hier ist wirklich irre. Also das hier wäre eine FDP auf Komplettsteroiden. Das ist, also nichts mehr zu vereinbaren. Also das, ja, keine wirtschaftliche Vernunft, wirklich nichts. Gut, aber viele Leute in Deutschland wollen ja ein, ein universelles Gesundheitssystem, eine solidarische Krankenkasse. Also das ist nicht mehrheitlich. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Gesundheitsministerium, die solidarische Krankenkasse und das Gesundheitsministerium sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ja, das Gesundheitsministerium hat mit der Tatsache, dass wir eine Krankenkasse haben, nichts zu tun. Und im Übrigen ist es so, dass was die Leute wollen, ist nicht zwingenderweise eine solidarische Krankenkasse. Was die Leute wollen, ist eine kostengünstige, zuverlässige, verfügbare Krankenversorgung. Ja, sie wollen sicher sein, dass wenn sie krank sind, sie nicht ruiniert werden dadurch. Und das lässt sich sehr einfach mit sehr viel weniger Mitteln sicherstellen, als mit dieser Bürokratie. Das wäre quasi eine Diskussion für sich. Ich möchte jetzt hier zu... Mit welchen bitte, das hätte ich jetzt gerne gewusst, also das ist ja doch nicht für eine Komplettprivatisierung. Also findet da unsere öffentliche Krankenkasse doch gut. Vergiss es, vergiss es, da kommt nichts mehr in der Richtung. Man kann doch nicht so sagen, ja, überall die Gelder streichen, aber sonst bleibe ich im Allgemeinen. Das ist doch keine Lösung. Also wenn er es damit schafft, bei der nächsten Wahl in den Bundestag zu kommen, also ehrlich. Ja, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Also wenn ihr konservativ seid, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, da wählt lieber AfD als diese Partei hier. Also das ist wirklich, also die AfD, die mag ich auch nicht, aber die ist nicht so komplett jenseits von Gut und Böse wie das hier. Also... Also ich denke mir schon die ganze Zeit, der Typ ist eigentlich harmlos. Weil er einfach, die Leute werden ihn nicht wählen, weil sie nicht wissen, wofür sie ihn eigentlich wählen sollen. Ganz einfach. Also... Überall alles streichen. Das klingt sehr nach Millet. Der hat es ja damit geschafft. Ja, ich frage mich... Wie gesagt, wenn ihr konservativ seid, die AfD ist die bessere Wahl im Gegensatz zu dieser Partei hier. Absolut. Absolut. Ich kann euch allerdings zu diesem Thema, was für einen Einfluss hat der Staat auf die Wirtschaft? Wie groß sollte dieser Einfluss sein? Also was gibt es da für empirische Daten? Den Kanal Unlearning Economics empfehlen. Der hat dazu nämlich ein Video gemacht. Das heißt, Free Stuff is Good, actually. Da geht es unter anderem auch später um das Gesundheitssystem. Ja, könnt ihr dann selber gucken. Das wird in dem Video... Ja, hier. Health Care as Social Insurance. Verdammt. Wo verschlucke ich mich denn hier so? Das ist das mittlere Kapitel in diesem Video. Schaut euch das gerne an. Das Video heißt Free Stuff is Good, actually. Ja, guckt euch das gerne an. So, genug Werbung für andere Kanäle gemacht. Schauen wir weiter. Zum Schluss noch einmal Fragen, weil ich merke ja auch, dass sie sehr dabei sind. Sie sind, ich würde sagen, ein bisschen emotional in der Debatte. Also sie sind hier und wollen sich auch etablieren als politischer Gegner. Kann man das so sagen? Also ehrlich, wenn ihr Klicks auf YouTube habt, also wenn ihr irgendwie in YouTube Deutschland was Gutes tun wollt, dann schreibt vielleicht oder irgendwer sollte das vielleicht mal machen, diesen Zipnel Unlearning Economics macht, ihn anschreiben und fragen, ob man die Videos auf Deutsch übersetzen darf. Also diese Videos, die braucht es unbedingt auf Deutsch, die braucht es auch für den deutschen Sprachraum. Also das ist ja, ja, also, damit sich das mehr Leute ansehen. Ich meine, die meisten, die wenigsten Leute sind bereit, sich ein anderthalb Stunden langes englisches Video über Ökonomie anzusehen. Also ökonomische Inhalte, die werden schon sowieso so wenig konsumiert und dann auch noch auf Englisch so lange. Also das müsste man auf Deutsch übersetzen, diese Videos. Das sollte vielleicht mal irgendein Journalist oder irgendwer, der mal Zeit hat, da vielleicht mal anfragen. Also das wäre, ja, dann würde man YouTube Deutschland wirklich mal was Gutes tun. So formulieren vielleicht in gewisser Weise? Zunächst mal ist nichts Falsches dabei, Sie dürfen mir das ruhig unterstellen, dass ich die Sache emotional angehe. Ich bin emotional über diese Sache und zwar nicht wegen mir. Ich bin emotional über diese Sache, weil ich sehe, wie diese politische Klasse in ihrer Inkompetenz dieses Land vor die Wand fährt und sie tut es. Ist das Ihr Antrieb? Das ist mein Antrieb und ich möchte nicht, dass dieses Land, wenn sie es vor die Wand gesetzt hat, keine Chance mehr hat aufzustehen. Wir werden es nicht mehr verhindern, dass die das Land an die Wand setzen. Das können wir vergessen. Ja, die machen es mit einer derartigen Gründlichkeit. Nehmen Sie zum Beispiel mal das Heizungsgesetz. Den meisten Leuten ist nicht klar, wie groß der Schaden ist, den dieses schon angerichtet hat, obwohl es noch gar nicht in Kraft ist. Dieses Heizungsgesetz hat den Immobilienmarkt mit einem Federstrich ruiniert. Es werden praktisch keine Bauanträge mehr gestellt. Die Zahl der Immobilienkäufe und Verkäufe ist um 90 Prozent gefallen. Neuanträge für Hypothekenkredite werden nicht mehr gestellt und Immobilien sind eine illiquide Assetklasse geworden. Man kann sie weder kaufen noch verkaufen, weil die Verkäufer hoffen, dass es wieder besser wird und die Käufer sagen, nee, das kann man nicht verantworten, jetzt eine Immobilie zu kaufen. Ein noch vor wenigen Monaten hochliquider Markt, auf den die Menschen in diesem Land ihre Altersversorgung gebaut haben, ist jetzt plötzlich illiquide und man stellt Millionen, Millionen Menschen vor die Wahl. Da gibt es jetzt eigentlich nur eine vernünftige Forderung. Die EZB muss die Zinsen sofort wieder senken. Richtig. Und irgendwas muss abgeschafft werden. Nee, aber das war jetzt kein Scherz. Die Zinsen müssen wieder auf Null runter. Das ist eine absolute Katastrophe, was die EZB da gerade anrichtet. Vor allem im Bausektor. Also da haben wir sowieso einen Mangel. Und da bricht jetzt nochmal die Bau... Also aktuell brechen nur die Auftragseingänge ein, aber als nächstes wird die Bautätigkeit einbrechen. Das geht gar nicht. Und ja, das ist der Kollateralschaden, den die EZB durch ihre Zinserhöhungen anrichtet, die völlig überflüssig waren. Die EZB hätte niemals die Zinsen erhöhen dürfen. Entweder sich im Alter nochmal so hoch zu verschulden, wie sie es eigentlich gar nicht verantworten können, um diesen Unsinn zu machen. Oder Strafen zu bekommen, die vollkommen out of proportion sind. Nämlich 50.000 Euro Strafe für den Nicht-Einbau von diesem Quatsch. Ja, das ist eine so verantwortungslose... Ähm... Aber was? Ist das so? Schreibt gerade... Alle zusammen Christus schreibt gerade in den Chat einen Artikel, der über die Atlas-Initiative informiert. Schaut euch den gerne an, die Atlas-Initiative. Ich weiß jetzt nicht, welche Funktion Krall da einnimmt. Aber das ist, ja, ein großes neoliberales Netzwerk, was aus dem Umfeld der Mont-Peleron-Society gegründet wurde. Also, das sollte man vielleicht mal sagen. Ich möchte mal alle zusammen Christus grüßen. Das war früher mein Zuschauer von mir, aber den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, aber... Schreibt gerade auch, greifert die österreichische Schule, auch das stimmt. Absolut. Wir hatten das schon, ihn mit der Gusser Goldhahn und August von Finkel in Verbindung gebracht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, welche Position er da bei Atlas-Innen hat. Also, das... Ähm, ja. ...menschenverachtende und auch den kleinen Mann in diesem Land verachtende Politik, dass ich sehr wohl emotional darauf reagiere. Und das ist auch mein Recht, emotional darauf zu reagieren. Wissen Sie, ich bin davon nicht betroffen. Ja, ich bin ökonomisch so gestellt, dass ich mich dem entziehen kann. Aber die meisten Menschen da draußen sind nicht so gestellt, dass sie sich dem entziehen können. Die meisten Menschen sind dieser verantwortungslosen und in meinen Augen kriminellen... Oh, ich habe mich gerade vertan. Sorry, tut mir leid. Die rechtslibertäre Atlas-Initiative für Recht und Freiheit, nichts zu verwechseln mit dem Atlas-Netzwerk, ist ein eingetragener Verein, der von Markus Krall initiiert wurde. Die haben nur den gleichen Namen. Die haben aber mit dem Atlas... Also, die gehören nicht zu diesem Atlas-Netzwerk. Okay, dann habe ich gerade Unsinn erzählt. Das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das zwei unterschiedliche Dinge... Also, wie gesagt, das Atlas-Netzwerk, das kenne ich. Das ist ein riesiges neoliberales Netzwerk, gegründet aus dem Umfeld der Mont-Peleron-Society, aber Atlas-Initiative, dass das nochmal was anderes ist? Gott. Also, das ist ja auch schön, wie diese Neoliberalen da mit unterschiedlichen Thinktanks verwirren können. ...Politik ganz und gar hilflos ausgeliefert. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass den Menschen das bewusst werden wird in den nächsten zwei Jahren, wenn es nämlich noch schlimmer werden wird. Die Menschen lernen durch Schmerz. Und deswegen... Ich sehe auch gerade Brotfunk im Chat. Seid gegrüßt. Da halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass wir es schaffen können, eine Wende in Deutschland herbeizuführen. Und das ist nicht der Markus Krall, der die herbeiführt. Ganz sicher nicht. Dazu bin ich eine viel zu kleine Hausnummer. Aber es gibt noch andere, die da mit dabei sind. Und da bin ich der Kleinste und der Unbekannteste von denen. Ich bin nur der Erste, der sich aus dem Fenster gelehnt hat. Aber da werden noch andere dabei sein. Das kann ich jetzt schon versprechen. Und die werden ein gutes Team zusammenstellen. Und da werde ich das unterstützen und werde dabei sein. Wird auch meinen Namen mit einbringen. Aber das ist nicht das Entscheidende, dass ich dabei bin. Das würden die auch ohne mich schaffen. Sie haben jetzt nicht noch, ganz kurz möchte ich noch fragen, Sie haben jetzt nicht die Sorge, wie Frau Wagenknecht zum Beispiel, die sagt, ja, man muss das sehr sauber und gut organisiert, strukturiert aufbauen, damit man nicht irgendwie zu viele Verspulte in der Partei hat. Diese Sorge haben Sie nicht? Also natürlich. Das heißt Verspulte, dass man nicht unterwandert wird einfach. Also wenn du eine Partei hast mit wenigen Mitgliedern, dann reichen ein paar Dutzend gut organisierte Leute, die gut vernetzt sind, aus, um die gesamte Partei zu unterwandern und auf ihre Seite zu ziehen. Also, ja, das hat man ja bei der AfD gesehen. Also hat man bei der AfD gesehen, dass dieser Schnellroderflügel immer einflussreicher geworden ist. Also weil er eben so gut organisiert war. Meine Meinung ist, entweder er hat schon ein Netzwerk von Leuten, die feststehen, die sowieso nicht infiltriert werden können, oder er ist eine Knalltüte. Ganz ehrlich. Kann man nicht helfen. Ja, das hat er natürlich schon. Das hat er natürlich schon. Also bei Wagenknecht ist ja auch so problematisch, dass sie selbst nicht gut organisieren konnte. Deswegen musste sie sich da leuten. Also sie ist eine gute Rhetorikerin und keinen Inhalt. Und inhaltlich eigentlich super informiert. Aber sie hat diese, ja, dass sie parteiintern nicht gut Strukturen aufbauen kann, hat man ja an der Linken gesehen. Obwohl sie die beliebteste Politikerin da war, konnte sie parteiintern rausgemobbt werden. Also natürlich hat er dann bei dieser neuen Partei auch ein Netzwerk, was dafür sorgt, dass die Partei in eine gewisse Richtung ist. Also man hat ja wirklich gesehen, was in der AfD passiert ist. Die AfD war ja unter Lucke noch so eine, ja quasi, blau gefärbte CDU und jetzt ist sie quasi, ja, jetzt ist sie zur Hälfte immer noch so blau gefärbte CDU, blau gefärbte FDP und zur anderen Hälfte ist sie halt dieser Schnellroderflügel. Also dieses, wie nennt man die so, also es ist so ziemlich nationalkonservativ. Ich könnte mir vorstellen, dass der Krall auch schon irgendwelche großen Geldgeber hat und er genau, also die genau wissen, was sie wollen und was sie tun. Ist es so, dass jede neue Partei, also das werden wir, wenn die Partei gegründet wurde, dann ja sehen, denn wenn Parteien gegründet worden sind, dann müssen sie ihre Spenden offenlegen. Also dann kann man da nichts mehr verstecken. Jedenfalls nicht legal. Jedenfalls nicht legal. Die AfD hatte da ja auch schon einen großen Spendenskandal. Parteigründung der Gefahr der Unterwanderung unterliegt. Und zwar deswegen, weil ja mittlerweile, das wissen wir ja aus den Aussagen der Akteure, der Geheimdienst missbraucht wird, um den Politiker... Stimmt, der Verfassungsschutz kann Parteien auch noch unterwandern. Aber dafür muss das ja erstmal eigentlich, also nennen es nach rechtsstaatlichen... Also was dieser Verfassungsschutz sowieso nicht viel mit rechtsstaatlichkeit zu tun hat, kann man jetzt mal, aber eigentlich laut dem, was er dürfte, müsste er die Partei dafür erstmal beobachten, um da Leute reinschließen zu können. Aber in diesem Verfassungsschutz, dem ist echt alles zu tun, zu trauen mit so einer Innenministerin. ...gegner zu unterwandern und zu desavouieren. Ja, das ist übrigens... Das muss ja auch nicht mal... Das ist übrigens ein Zeichen auch eines Generalangriffs auf den demokratischen Prozess. Aber es muss ja nicht mal vom Verfassungsschutz kommen. Es könnten ja auch einfach verspulte Leute sein, oder? Ja, das ist natürlich das auch, aber es kann... Wissen Sie, allein die Tatsache, dass sowas passiert und dass man das ganz offen zugibt mittlerweile. Es ist auch ein Frontalangriff auf das Recht des Souveräns über seine Regierung als Souverän zu entscheiden. Und der Souverän ist nicht die Regierung. Doch, der Souverän ist der, der den Ausnahmezustand bestimmt. Und das ist die Regierung. Ja gut, aber es sind halt alles doch Allgemeinplätze. Keine Ahnung. Ich meine jetzt analytisch. Analytisch ist die Regierung aktuell der Souverän. Es sollte idealerweise im Staat natürlich anders sein, aber es ist leider so. Kral beschreibt hier jetzt seine Utopie, dass die Regierung das eben nicht sein sollte. Und da stimme ich auch absolut zu. Aber im aktuellen Zustand muss man konstatieren, dass der Souverän die Regierung ist. Weil, es steht ja in der Verfassung, alle Gewalt geht vom Volk aus. Nein, alle Gewalt geht von prügelnden Kops aus. Ganz einfach. Oder von mir aus auch von der Antifa. Ja auch im Interesse der Regierung arbeitet mittlerweile. Also seit Gerhard Schröder wurde im Kampf gegen rechts, das ist übrigens auch ganz lustig, da werden ja hunderte Millionen Euro jedes Jahr für den Kampf gegen rechts ausgegeben. Und was passiert dann mit diesem Geld? Das wird an die Antifa gezahlt und die Antifa, da geht das natürlich nur an konforme Organisationen. Das heißt, es ist auch ein Kampf gegen jeden, der weichend links ist. Also dieser Kampf gegen rechts, das ist auch, um die Antifa auf Linie zu bringen. Aber guck mal, seit Gerhard Schröder. Ohne Mist. Ich kenne mich besser aus mit dem Thema. Ich war auf so einer extrem linken Schule. Du hattest damals zu meiner Zeit diese autonomen Punks. Die wollten einfach nur so ein freies Leben, saufen, kotzen, keine Ahnung, autonom sein. Heute hast du bei mir in Frankfurt irgendwelche Kreisch-Kids, die so aussehen wie Greta Thunberg, jünger. Aber teilweise, was ich da so sehe, aus Hamburg, Bremen, Leipzig, Berlin, sind das ja irgendwelche Hooligans. So Leute, hast du hier in Frankfurt bei der Adlerfront. Du siehst, wie ich meine? Das sind richtige Hooligans. Die könnten auch unter sonst was vor allem Anlass Leuten aufs Maul hauen. Ja. Die sind gar nicht politisch. Ich sag ja, diese Strukturen, die werden mit staatlichem Geld gefüttert, damit diese Leute auch den richtigen Leuten aufs Maul hauen. So sieht's aus. Aber was die Antifa in den USA oder keine Ahnung, in Osteuropa oder sonst wo, die gibt's ja auf der ganzen Welt so mehr oder weniger. Das ist total unterschiedlich, was die ist. Aber in bestimmten Teilen von Deutschland ist das eine Schläger-Truppe heute. Wie die SA damals im Dritten Reich. Ja, es gab in der Weimarer Republik tatsächlich auch eine Antifa, die gehört, also die war sehr KPD-nah. Also das war damals auch schon eine Schläger-Truppe, aber nicht im Auftrag des Weimarer Staates, sondern im Auftrag der KPD. Aber ist doch krass. Und die wurde halt gegründet, weil, und die hat sich dann mit der SA sehr häufig geschlagen, tatsächlich. Aber richtig. Aber ist doch krass, dass wir das heute wieder haben. Ja, heute geht's von der Regierung aus. Damals haben die politischen Extremisten das gemacht. Heute, ja, macht die Regierung das. Richtig. Souverän in diesem Land ist das Volk der Wähler. Nur der Wähler hat das Recht, das zu bestimmen, was in diesem Lande passiert. Ja, es wäre schön, das habe ich gerade gesagt, ist er leider nicht. Es wäre schön, wenn dem so wäre. Und indem man ihn manipuliert, durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nicht mehr neutral ist, und durch Medien, die man gleich mit manipulieren kann, ja, die auch mittlerweile vom Staat ausgehalten werden, weil kein Mensch mehr sie lesen. Ich frage mich, warum Krall das kritisiert? Das ist doch eigentlich eine neoliberale Idee, diese Elitendemokratie, wo das Volk in die richtige Richtung gelenkt wird. Das ist von Walter Lippmann. Das war doch einer der ersten Neoliberalen. Also was, langsam, warum verleugnet er seine eigenen Wurzeln? Ich sag doch, er kritisiert ja irgendwie alles. Alles. Ja, Neoliberalismus ist ja eine elitistische Ideologie und wir haben gerade gesehen, ich hatte euch den Ausschnitt gezeigt, wo Krall gesagt hat, ich will das nur noch, die das Wahlrecht haben, die keine staatlichen Leistung erhalten. Das heißt, Rentner haben kein Wahlrecht, Arbeitslose haben kein Wahlrecht, Leute, die einen Arzt besuchen, haben kein Wahlrecht. Also das war Kralls Idee. Wie gesagt, ich hätte mir mal gewünscht, dass Jessen Koseberg darauf anspricht. Also was? Ja, drei Viertel hätten in Deutschland de facto dann kein Wahlrecht. Nicht nur drei. Also aktuell hätte fast niemand ein Wahlrecht, da auch Unternehmen Subventionen kriegen beispielsweise, da jeder einfach zum Arzt geht und da seine Krankenkastrate hinhält. Das heißt, wenn du dann Wahlrecht wolltest, müsstest du dich dann beispielsweise privat versichern lassen. Gut, aber so sehr hat er, aber so hat er das glaube ich nicht gemeint. Er meint schon, glaube ich, Transferleistungsempfehler. Ja, das sind Transferleistungen. Das sind Transferleistungen. Das ist ja das ganze Ding. Er bezeichnet ja alles als Staatsquote. Das haben wir. Glaubst du? Er hat von über 50% Staatsquote. Ja, ja. Aber glaubst du, dass in der Welt von... Er hat vorhin von über 50% Staatsquote geredet. Und zu diesen über 50% gehören die Rente, da gehört die Krankenversicherung zu. Gehört all das mit zu. Ja, du hast ja recht. Das heißt, er sieht auch all das als staatliche Transfers. Natürlich gehört das mit dazu. Ja, gut für ihn. Aber gehört auch Subventionen für Unternehmen? Das gehört auch für ihn nicht zur Transferleistung. Ich bitte dich. Doch, natürlich. Das meint er alles. Also, du meinst, er würde das auch abschaffen. Er würde alles abschaffen. Nicht mal Subventionen, gar nichts mehr. Ja. Okay, dann ist halt was. Wenn deine Arbeiter kein Arbeitslosengeld mehr bekommen und du sie für zwei Euro die Stunde beschäftigen kannst, wofür brauchst du dann noch Subventionen? Dann hast du doch die beste Wettbewerbsfähigkeit, die es gibt. Stimmt schon. Möchte, ja, ich meine, wir haben ja jetzt ganz offiziell die Anfrage der Bundesrepublik, Regierung, dass man sich ein Budget dafür geben lassen will, analog zum GEZ-Budget für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt auch die privaten Mainstream-Medien, so sie denn brav und lieb zur Regierung sind, auch zu subventionieren, damit wir das am Leben erhalten können, was kein Mensch mehr lesen will. Also, solch ein Verhalten und auch die Ignoranz gegenüber dem Wählerwillen, auch das Instrumentalisieren von Ermittlungsbehörden, Geheimdiensten gegen die Opposition, das sind alles Elemente einer politischen Klasse, die sich dem Souverän entfremdet hat. Und der Souverän hat das Recht, das zu ändern. Und ich bin sicher, dass der Schmerz groß genug werden wird, dass der Souverän das ändern werden will in zwei Jahren. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich. Das heißt, Sie haben jetzt nicht so große Angst, dass jetzt Ihre Partei, ob jetzt unterwandert von den einen oder anderen, dass es ein Problem werden würde? Das kann ein Problem werden, das weiß ich nicht. Aber wenn es dann passiert, dann werden wir uns damit auseinandersetzen, wenn es passiert. Haben Sie eigentlich noch irgendwie, nicht Angst, aber zumindest das Bewusstsein dafür, dass man mit einer weiteren Partei irgendwie die Opposition auch zersplittern könnte? Also, diese Kritik ist natürlich gekommen, auch insbesondere von der AfD. Wir haben aber eine Situation, bei der... Wie gesagt, dieses Programm, was Karl hier gerade vorgestellt hat, ist absolut unvernünftig. Da ist die AfD noch gerade völlig gemäßigt gegen. Also, das ist wirklich... Aber guck doch mal, wie er eben auf die Bemerkung von der Kosovo reagiert hat. Kennst du das Märchen? Hans im Glück. Der Karl kommt mir auch ein bisschen vor wie Hans im Glück. So, ich mache jetzt einfach mal, es wird schon werden. Ja, ja. Ja. Du hast ja genau gemacht, das weiß er gar nicht so genau. Wohin soll er die Opposition zersplittern? jeder AfD-Wähler, der den... Also, was für eine komische Ideologie muss man haben, um so ein Programm gut zu finden? Also, das ist ja wirklich... Also, wie gesagt, die AfD ist im Gegensatz dazu vernünftig, weil man sie damit verkleidet. Okay, okay, warte, 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 Agitator. Was wirst du, was hast du bisher rausgehört, was er eigentlich will? Ich noch gar nichts. 95 Prozent aller Gesetze abschaffen. Welche hat er jetzt nicht gesagt? Okay, okay, welche hat er nicht gesagt? Da kann er immer sagen, okay, das meine ich jetzt nicht, wenn man ihn konkret darauf anspricht. Guck mal, er sagt... Dann allen Leuten... Das hat er jetzt nicht im Interview gesagt, aber fast allen Leuten in Deutschland das Wahlrecht wegnehmen. Ja gut, aber guck mal, er schreibt ja, er hat ja angekündigt, er will ein Buch schreiben, dann hat er eine Liste von irgendwelchen Ausgaben, die der Staat tätigt. Und dann legt er sich nicht darauf fest, was er davon streichen würde, sondern du sollst dir überlegen, was du davon streichen würdest. Das ist doch absurd. Das ist absolut absurd. Er wird nicht konkret, weil er im Gesundheitsministerium, dass er das abschaffen will, aber dann hat er ja gesagt, dass das Gesundheitssystem trotzdem noch irgendwie organisiert werden könnte. Wie genau, das hat er dann nicht gesagt. Ja, er hält sich sehr allgemein, aber diese libertäre Ideologie, die zählt sich überall durch und wenn das, was er hier angedeutet hat, auch nur irgendwie Realität werden würde, das ist... Ja, 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 was soll man dazu sagen? Ich glaube, dass es Sinn macht, wenn man alle Teilchen nebeneinander legt und mal strategisch darüber nachdenkt, dass es eben Sinn macht, in der Mitte eine neue Partei zu gründen. Wissen Sie, ich glaube... Das ist keine Mitte. Diese ominöse Mitte. Ehrlich, das ist keine Mitte. Also, jede andere Partei, die wir in Deutschland haben, ist mehr Mitte als das, was Karl hier vorschlägt. Also, es ist wirklich absurd. Selbst die AfD ist mittiger als das, was Karl hier vorschlägt. Also, das ist ganz weit außen im libertären Traumschloss. Wie gesagt, so konkret ist er nicht mal geworden, weil dann jeder sagen würde, ach, das hat nichts mit der Realität zu tun. Was er radikal libertär ist, das hat er immerhin schon zugegeben. Ich glaube nicht an das Konzept von Frau Wagenknecht, weil auf der linken Seite des politischen Spektrums gibt es ja schon genug. Ja, lass das seine Wagen machen. Guck mal, warte mal, lass ich mal kurz einen Gedanken dazu aufwerfen, was ich mir gerade so überlegt habe. Du hattest doch bei beiden, dass er eigentlich nur in seinem Keller saß die ganze Zeit. Und trotzdem hat er die Wahl gegen Trump gewonnen. Und du hattest Olaf, der ja eigentlich nichts großartig gemacht hat und trotzdem die Wahl gewonnen hat. Vielleicht denkt Karl so, dass er irgendwie Stimmen holen kann, einfach nur aufgrund der Unzufriedenheit der anderen. Und also nicht, nicht, dass die Leute ihn wählen, weil er irgendwas besonders Kluges gesagt hat oder Kluges vorhat, sondern auch so, damit sie den anderen eins auswischen können. So kommt mir das vor bei ihm. Ja, so kommt mir das auch vor. Aber die Ideologie, die er dahinter verkauft, also das kann doch kein Wähler halbwegs ernst nehmen. Ich meine, für Leute, die einfach nur enttäuscht von einem sind, gibt es ja schon die AfD und jetzt neuerdings auch die Wagenknecht-Partei. Also wie gesagt, wir gucken uns jetzt immer seine Wagenknecht-Kritik an. Aber das ist ja, was er hier vorschlägt. Also das ist ja wirklich von 99,9 Prozent der Bevölkerung. Das kann ja wirklich keiner wollen. Auch der Mittelstand, den er hier so hoch hält, der würde ja von so einem, ja, solchen Kürzungsorgien nicht profitieren. Da tummelt sich ja alles. Aber da sind auch viele, die unglücklich sind. Ja, da sind viele, die unglücklich sind. Ja, aber die Parteien sind ja eben nicht links. Das ist ja das Problem. Sie machen Politik für die Reichen. Das hat Karl doch am Anfang selber beschrieben, dass die Großkonzerne immer mehr Geld zugeschustert bekommen und der Mittelstand abschmiert. Und ja, jeder, der arbeitet, keinen realen Einkommenszuwachs mehr bekommt. Das ist doch das Gegenteil von linker Politik, was die machen. Also linker Politik, wie sie klassisch gemacht werden sollte, wie sie die SPD früher beispielsweise mal gemacht hat, noch unter Willy Brandt. Also das, ja, das ist ja das Gegenteil dessen, was eine linke Partei machen sollte. Deswegen braucht es da ja eine neue sozialdemokratische Partei, die wieder Politik für die Mehrheit macht. Ja, aber das hatten wir doch schon am Anfang. Sozialismus ist böse. Ja, alles, was ich nicht mag, ist Sozialismus. Genau, und das ist alles böse. Ja, es ist... Linksparteien haben wir genug. Also Parteien, Aber sie sieht sich ja auch eher im Zentrum. Vielleicht links im Zentrum und dann sind sie halt rechts. Ja, diese Vergriffe links und rechts sind verbrannt. Diese, ja, wie gesagt, das hat nichts mehr mit klassischer sozialdemokratischer Politik zu tun, was Grüne und SPD da machen. Also absolut nicht. Schon seit der Agenda 2010 nicht mehr. Also seitdem Lafontaine da in der SPD weg ist, hat die ja ihre Ursprünge komplett verraten. Und deswegen brauchen wir quasi wieder eine neue SPD, die so ist wie die SPD in den 70er Jahren. Aber ist... Also ja, das fordert die Wagenknecht-Partei. Vom Zentrum. Nein, 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 das ist nicht die Kategorie. Die Wagenknecht-Partei, sie ist im Grunde genommen bei bestimmten Themen hat sie dem Volk zugehört, zum Beispiel beim Thema Migration. Das Volk, die weit überwiegende Mehrheit des Volkes will nicht die Migrationspolitik, die diese Bundesregierung und die vor ihr die Regierung Merkel gemacht hat. Sie fühlt sich nicht mehr zu Hause und in Ruhe gelassen im eigenen Land. So einfach ist das. Und die Wut über diese Migrationspolitik und die Folgen dieser Migrationspolitik bei den Menschen wird immer größer. Das hat auch eine Frau Wagenknecht verstanden. Und da das nicht ein Links-Rechts-Schema ist, wie Migrationspolitik gemacht wird, sondern einfach nur eines des gesunden Menschenverstandes, hat sie das aufgegriffen. Das halte ich auch für vernünftig. Ich halte Frau Wagenknecht übrigens nicht für jetzt eine schlechte Politikerin oder ich glaube, dass sie es auch ehrlich meint mit diesem Land. Und das würden Sie nicht als Sozialistin bezeichnen? Ihre wirtschaftspolitischen Rezepte sind sozialistisch. Alles ist sozialistisch. Eine normale Politik, wie sie die SPD in den 70ern gemacht hat, sozialistisch. Also es ist, ja, was soll man dazu sagen? Alles, was ich nicht mag, ist Sozialismus. Das ist wie bei den Grünen. Alles rechts der Grünen ist Nazi. Nazi, 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 Nazi. Wie gesagt. Also wir hatten in der Bundesrepublik eine Vermögensabgabe unter Konrad Adenauer von 50 Prozent. Ist Konrad Adenauer jetzt ein Sozialist? Diese Frage müsste man Krall jetzt an der Stelle eigentlich mal stellen. Oder wir hatten mal einen Spitzensteuersatz, der lag früher mal bei 56 Prozent. Unter Helmut Schmidt und auch noch unter Helmut Kohl. Also waren die beiden Sozialisten. Das wären ja Fragen, die man Krall mal stellen könnte. Das ist ordoliberal. Natürlich waren die Sozialisten. Ordoliberal ist das nicht. Ja, sie ordnen nicht ihre Gesamtpolitik als ordoliberal ein, sondern sie findet bestimmte Elemente der Ordoliberalen wie beispielsweise das starke Kartellamt gut. Aber nicht ihre gesamte. Also wie gesagt, ich würde sagen, das ist klassisch sozialdemokratisch. Also das, was die SPD früher mal gemacht hat. So kann man ihre Politik am besten einordnen. Übrigens zusammen mit der FDP. Die SPD hat damals zusammen mit der FDP regiert. Aber es stimmt schon. Genau das ist der Punkt. Ich denke auch, was man machen will, das wird der SPD von früher, das wird dir sehr ähnlich sein. Aber es gibt unglaublich viele dumme Gerüchte und wirre Theorien, was Wagenknecht will, damit gar nichts tun. Das muss ich immer so anmerken. Ja, ja. Ordoliberal heißt mehr Marktwirtschaft relativ zu dem, was wir jetzt haben. Weniger Staat, weniger Interventionen. So pauschal kann man da, also was ist Marktwirtschaft? Also viele Märkte funktionieren eben nicht vernünftig und deswegen muss man große Konzerne zerschlagen. Also hier hat man einen Staatseingriff, um ein besseres Funktionieren des Marktes zu gewährleisten. Ist das jetzt mehr Staat oder mehr Markt? Auf dieser Achse könnt ihr das gar nicht einordnen. Also der Staat greift mehr in die Wirtschaft ein, aber der Markt funktioniert besser. Also das ist ja auch ein Argument der Ordoliberalen, wieso die sich von den anderen Neoliberalen ein bisschen abgegrenzt haben. Also warum die Ordoliberalen da anderer Meinung waren. Also jemand wie Milton Friedman, der hat gesagt, okay, ja so Monopole sind ja eigentlich kein Problem, denn wenn die Gewinne steigen, dann wird es für andere Unternehmen automatisch attraktiver dahin zu gehen. Also sind Monopole ja eigentlich kein Problem. Der Markt regelt das. Und dann die Ordoliberalen gesagt, nee, der Markt regelt das nicht, der braucht eine staatliche Aufsicht. Also das war was, wo die Ordoliberalen von diesem normalen neoliberalen Denken abgewichen sind. Und da kann man das auf dieser einfachen Achse, also die ist auch typisch für neoliberales Denken, dass du sagst, wir haben hier nur mehr Staat und mehr Markt und mehr Staat ist immer Weg in die Knechtschaft. Und wie gesagt, hier hast du einen Staatsangriff, der dafür sorgt, dass der Markt besser funktioniert. Also das kann man mit diesem einfachen Schema überhaupt nicht haben. Also mehr an Grautönen denken, weniger an Schwarz-Weiß. Aber ja, sowas will jemand wie Krall natürlich nicht. Aber es ist auch die Frage, wer Kralls Zielgruppe ist, zu der er eigentlich spricht. Überleg mal, was ist die Wählerklientel, die er ansprechen will? Ich will es jetzt nicht so direkt sagen, aber naja, es ist so ein bisschen wie bei Trump halt. Blocktrainer-Zuschauer oder so wahrscheinlich. Hä? Leute, die den Blocktrainer schauen oder Aktien mit Kopf oder irgendwas in die Richtung. Ja gut, aber es gibt doch, guck mal, es gibt doch diese Kritik damals schon. Trump redet so, dass auch ein Viertklässer ihn versteht. Weißt du, ich meine, er redet ja zu dem breitestmöglichen Publikum in den maximal möglichsten allgemeinen Plätzen, die es gibt. Und so kommt mir Krall auch so ein bisschen vor. Ja, Er will gar nichts differenziert sehen oder so, das gibt es bei ihm gar nicht. Ja, du hast recht, du hast recht. Hey, pass auf, ich will ja damit sagen, du bist einfach... Das hatte ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Sie sagt es ja selbst. Das ist aber nicht das, worauf es hinausläuft. Also wenn Sie sich anschauen, was nach Ihrer Meinung an konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen passieren muss, da finden Sie ganz viel sozialistische Rezepte drin. Und ich sage mal, Ihre Diagnose, wie schlecht es uns geht und warum es uns schlecht geht, die ist korrekt. Da kann ich 90 Prozent davon unterschreiben. Nur die Therapie, die sie dann anbietet, ist mehr von dem, was wir bisher schon falsch gemacht haben. Und das kann ich nicht unterschreiben. Ich glaube deswegen, dass das nicht die Wahlmöglichkeit ist, nach der die Bürger suchen, sondern ich glaube, dass die Bürger nach einer Wahlmöglichkeit suchen, in der Mitte, zwischen rechts und links, in der Mitte, eine Partei wählen zu können, die endlich wieder marktwirtschaftliche Reformen macht und die das wieder aktiviert, was früher auch mal ganz akzeptiert als Mitte war. Nämlich die marktwirtschaftlichen Prinzipien von Ludwig Erhard. Und wenn Sie mal 70 Jahre zurückgehen, in die 50er Jahre. Ja, was hatten wir denn da für einen Spitzensteuersatz einen deutlich höheren als heute? Was hatten wir da für Unternehmenssteuer? Wahrscheinlich auch höherer als heute. Was hatten wir da für einen Vermögensteuer? Wir hatten damals zumindest mal eine Vermögensteuer, die haben wir heute auch nicht mehr. Also, alles, also, das ist jetzt angeblich kein Sozialismus unter Ludwig Erhard. Das ist jetzt angeblich Marktwirtschaft. Also, ihr seht, es gibt überhaupt keinen Sinn, was Krall hier erzählt. Es gibt in sich überhaupt keinen Sinn. Ich finde, genau, weil, es ist doch komisch, dass seine Wahrnehmung so diametral meiner Wahrnehmung entgegengesetzt ist. Wenn ich, wenn ich das jetzt zu bewerten hätte die letzten 20 Jahre, würde ich sagen, wir hatten einfach nur immer mehr, mehr, mehr Neoliberalismus und er will jetzt noch mehr Neoliberalismus als Lösung. Genau. Aber warte, er sieht es genau umgekehrt. Er denkt, wir hatten zu viel Sozialismus, zu viel Sozialismus und jetzt kommt die Wagenknecht und will noch mehr Sozialismus. Ja, das lässt sich aber überhaupt nicht bestätigen. Das lässt sich überhaupt nicht bestätigen in den volkswirtschaftlichen Daten, wenn ihr das ansiehst. Also, schau dir das Rentenniveau 1970 an, schau das Rentenniveau heute an, schau dir den BAföG-Satz 1970 an, schau dir den BAföG-Satz heute an, schau dir an, wie sich die Löhne im Verhältnis zu Produktivitätsentwicklung entwickelt haben. Also, die Löhne sind immer hinter der Produktivitätsentwicklung zurückgeblieben. Das heißt, irgendwer muss sich dieses, ja, zusätzliche an Wirtschaftswachstum, was es da gab, in den Tischen gesteckt haben. Und das waren ja nicht die Arbeiter, sondern das war dann logischerweise die andere Seite, das waren dann die Kapitalisten. Aber hast du eine plausible Erklärung dafür, warum Karl es so sieht, wie er es sieht? Ist er einfach nur ein Lügner? Nein, das ist Kern dieser neoliberalen Ideologie. Immer wenn der Staat irgendetwas macht, dann ist das schon zu viel. Also, Neoliberalen fordern, egal wie viel Staat du gerade hast, immer weniger Staat. Also, der Staat ist immer das Problem. Sie fordern jetzt nicht komplett Anarchokapitalismus, also komplette Abschaffung des Staates, was ja auch wirklich verrückt wäre, aber sie fordern immer weniger Staat. Also, sind jetzt nicht alle Neoliberalen der Meinung, dass wir einen Minimalstaat bräuchten, wie Karl, aber jedes Mal, also, wenn man sich die Wirtschaft anschaut, dann ist das Maß an Staat, was wir gerade haben, immer zu viel. Das ist immer zu viel, egal wie viel man hat, egal wie sich das entwickelt hat. ja, dass Karl hier jetzt Verweis auf Ludwig Erhard nimmt als Staat noch wesentlich mehr in die Wirtschaft eingegriffen hat, als heute, das ist ziemlich lustig. Also, als Ludwig Erhard Kanzler war, da hatten wir noch komplett regulierte Wechselkurse. Also, da durfte der Markt die nicht festlegen, sondern da hatten wir ein Brand-Rust-System. Da wurden die Wechselkurse einfach festgelegt. da hatte die Buchheit... Damals gab es ja auch diese komischen, diese Einmalzahlungen, wo man irgendwelche Leute enteignet hat und so weiter. Das war auch alles Ludwig Erhard. Das war gar nicht das goldene Wunderland des Kapitalismus. Ja, genau. Man hat den Markt reguliert und deswegen hatte man höheres Wachstum als heute. Also, die 50er, 60er, 70er Jahre, die waren die goldene Zeit des westlichen Kapitalismus, weil damals eben so stark in die Wirtschaft eingegriffen wurde. Aber auch da wiederum ist doch faszinierend, warum Krall es sich so verklärt. Warum er was ganz anderes daran sieht. Verstehst du? Ich meine, wir können ihn ja jetzt kritisieren, aber ich würde auch gerne verstehen, warum er das so diametral anders sieht. Ja, das könnte man in der Debatte klären. Ich hatte ja, okay, Neoliberalen, ich hatte einen Libertären in der Debatte, der wollte ja gar keinen Staat. Also, das war ja wirklich, ja, noch ein bisschen verrückter, als dass man Krall gewillt. Schreib doch mal Markus Krall an, ob er vielleicht nicht einen Stream mit uns machen würde, Ja, so große Leute anzuschreiben hat, also, erfahrungsgemäß hat so große Leute anzuschreiben überhaupt keinen Sinn. Also, Ja, ich weiß, ich weiß, ich meine ja nur, weil ich würde mir das Thema gerne fragen. Es reicht nicht aus dem gegnerischen Lager, also da sowieso nicht. Die haben sowieso kein Interesse an der Debatte mit einem kleinen YouTuber aus einem anderen Lager. Also mit einem eigenen Lager, da kann das funktionieren, also, aber mit einem gegnerischen Lager, da kannst du es vergessen. Aber guck mal, wenn jetzt, das ist ja auch logisch, wenn einer der 100.000 Follower hat, mit mir eine Debatte macht, dann gewinnt er vielleicht von meinem Kanal fünf Follower hinzu und im besten Fall gewinne ich tausend Euro sein. Ja, ich sag ja, das ergibt ja auch Sinn. Ich sag ja jetzt nicht, dass... Ja, nee, nee, ich kann es auch nachvollziehen, dass große YouTuber darauf keinen Bock haben, das bringt ihnen einfach nichts. Ja, was heißt, es bringt ihnen nichts, sie kosten, also, sie sorgen dafür, dass Leute von ihrem Lager auf ein anderes Lager stoßen. Deswegen ergibt das völlig Sinn, dass sie sich dann in der Debatte verweigern. Deswegen redet man aber trotzdem mit kleineren YouTuber vom eigenen Lager. ich, nehmen wir mal an, Krall, du wirst den auf vielen rechten Kanälen sehen, denen er Interviews gegeben hat. Also, natürlich, das ist völlig logisch. Also, ich wirfe das jetzt auch keinem vor, aber deswegen braucht man das gar nicht erst versuchen, so jemanden wie Krall anzuschreiben. Ich habe schon mehrere große Kanäle da angeschrieben, bringt nichts. Also, bringt einfach nichts. Nee, schon klar. Und fragen, was hat der damals gemacht? Da hatten wir keine 55% Staatsquote. Da hatten wir 25% Staatsquote. Warum ist die Staatsquote so hoch? Weil die Unternehmen mittlerweile Nettosparer sind. Meine Güte. Also, diese sektoralen Salden, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht nochmal erklären. Also, das wird, glaube ich, ein bisschen redundant, wenn ich das jetzt nochmal mache. Aber deswegen sind die Staatsschulden so hoch, weil die Unternehmen nicht mehr investieren, sondern weil die Unternehmen sparen. Deswegen muss der gerade diese Lücke an Nachfrage, die es gibt, ausgleichen, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Ja, da hatten wir keine Preiskontrollen, die hat er abgeschafft. Mit einem Federstrich hat er alle Preiskontrollen abgeschafft. Ja, und danach gab es einen Generalstreik, den größten Streik der westdeutschen Geschichte. Also, das wäre fast in die Hose gegangen. Danach hat man auch dieses Jedermann-Programm gemacht. Also, dass der Staat die Produktion von bestimmten Gütern zentralstaatlich gefördert hat. Also, dass der Staat da wirklich dafür gesorgt hat, dass bestimmte Güter genug vorhanden waren, weil die Aufhebung der Preiskontrollen eben so, ja, so eine Verentscheidung war. Also, deswegen musste der Staat da noch mehr in die Wirtschaft eingreifen. Also, das ist eine völlig verkürzte Erzählung von dem, was damals passiert ist. In einem Handstreich, weil die Amerikaner das nicht wollten, aber nach... Kann man beispielsweise bei, also, es gibt es viele, wo man das nachlesen kann, beispielsweise bei Isabella Weber, das ist so ein kleines Unterkapitel, wie, also, in diesem Buch, wie China der Schocktherapien kam, was da in Deutschland durch Ludwig Erhards Preisvergabe passiert ist. Kann ich jedem nur empfehlen. ...dem er es gemacht hat, konnten sie es nicht zurücknehmen. Das erst hat die Wirtschaft befreit und zum Wirtschaftswunder der 50er Jahre geführt, nicht allein die Einführung der DMA. Ja gut, aber es war auch eine andere Situation, Postkrieg und so weiter. Ich finde, man muss den... Das Bretton-Woods-System, die niedrigen Zinsen, die hohe Nachfrage, all das hat zum Wirtschaftswunder geführt. Also... Agitator, du bist einfach zu klug für Markus Krall. Es hilft alles nichts. Kontext schon nochmal dazu. Nein, nein, der Kontext spielt da gar keine Rolle. Das ist das Entscheidende, welches Rezept schafft Wirtschaftswachstum und Wohlstand und welches Rezept zerstört wird. Ja, das kann ich gut sagen. Niedrige Zinsen, stabil steigende Nachfrage, also auch stabil steigende Löhne, niedrige Arbeitslosigkeit. Dazu also ein Staat, der entsprechend eingreift, der ein Steuersystem hat, was stark umverteilt, was dafür sorgt, dass die oben nicht zu reich werden und die unten immer was abbekommen. Also das schafft Wachstum und Wohlstand. Das haben wir in der Bundesrepublik gesehen. Das war das Rezept, was uns Wirtschaftswunder beschert hat. Aber nach einem Krieg ist natürlich doch... Gott, nach einem Krieg, das ist irgendwie das besteuertste Argument. Wann hatten die USA ihr Wirtschaftswunder? Die USA hatten das in den 40ern, 50ern und 60ern, also während des Krieges. Weil es in den USA, weil der Zweite Weltkrieg eben nicht in den USA, sondern in Europa, Ostasien und Afrika ausgefluften wurde und nicht in den USA und es deswegen in den USA so eine Kriegszerstörung nicht gab und das Wirtschaftswunder, der dort schon früher begehen konnte. Und in den USA gab es das zu dem Zeitpunkt, wo die Regierung riesige Konjunkturprogramme durch den Zweiten Weltkrieg aufgelegt hat. Also dieses Wirtschaftswunder, das hat jetzt nichts... Also das gab es, wie gesagt, auch in den USA, nur da hat es schon ein Jahrzehnt früher stattgefunden. Das gibt es, sobald die Regierung eine vernünftige Wirtschaftspolitik macht. Und wann ist das Wirtschaftswunder geändert? In den 70er Jahren, als die Zentralbanken die Zinsen während der Ölkrisen auf völlig unverantwortliche Niveaus hochgeschraubt haben und damit die Wirtschaft abgewürgt haben. Also in den USA, den Volker-Schock, der war ja Anfang der 80er, wo er die Zinsen dann noch auf so einem Niveau gelassen hat, viel zu lange und damit eine schwere Rezession ausgelöst und die Arbeitslosigkeit hochgetrieben hat. Also das hat das Wirtschaftswunder da beendet. Ich höre bei dir raus, du bist ein Fan von niedrigen Zinsen. Ja. Also die müssen natürlich in einem guten Umfeld sein. Also natürlich müssen die Löhne stark steigen, natürlich muss der Staat für ein vernünftiges Steuersystem sorgen, für eine effiziente Verwaltung, für alles, was sonst noch dazu gehört. Also niedrige Zinsen sind kein Selbstzweck. Aber ohne niedrige Zinsen ist es extrem schwer, die Wirtschaft stark wachsen zu lassen, weil es sich dann für Unternehmen nicht lohnt zu investieren. Also da muss der Staat eben noch mehr machen. Also niedrige Zinsen sind der Garant dafür, dass der Staat eben nicht so viel in die Wirtschaft eingreifen muss, sondern dass die Unternehmen von sich heraus investieren. Je höher die Zinsen sind, desto mehr muss der Staat direkt machen. Ist es vollziehbarer, dass die Wirtschaft nach oben geht, weil ja alles zerstört war? Nein, ist es nicht. Wenn Sie sich die europäischen Länder im Vergleich anschauen nach 1945, da haben sie äußerst unterschiedlich performt wirtschaftlich. Die DDR, die hatte den Sozialismus und der Westen hatte den Kapitalismus und die Marktwirtschaft. Und jetzt schauen Sie sich an, wie sich die beiden entwickelt haben. Ja, es hat... Tatsächlich hat sich der Abstand zwischen der DDR und der Bundesrepublik nicht vergrößert. Also der ist ungefähr... Also nicht großartig vergrößert, der ist ungefähr gleich geblieben bis von 1949 bis 1989. Also das war jetzt keine so unterschiedliche Entwicklung. Also natürlich war das Wachstum mal bei dem einen höher, mal bei dem anderen ein bisschen niedriger, aber beide sind relativ stabil bis zum Fall des Eisernen Vorhangs gewachsen. Vor allem könnte man dem entgegenhalten, dass Indien nach dem Zweiten Weltkrieg eine kapitalistische Demokratie war und sich nicht besonders toll entwickelt hat. Und China, das ein Mao hatte und dieses ganze Ding, war viel dynamischer und so weiter. Ja, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen... Also da verweise ich auf das Video von mir und MMT mit Jan, wie China der Schocktherapie ankam. Könnt ihr auch auf meinem Erstkanal finden. Unter Mao ist China tatsächlich langsamer gewachsen als später unter Deng Xiaoping, als es dann in Kapitalismus eingeführt hat. China hat das richtig gut, Kapitalismus einzuführen. Aber ich will nur... China hat mich auf Schocktherapie gesetzt. Ich will nur damit Folgendes sagen. Ich bin ein Anhänger der These, dass einfach nur irgendwie mehr Kapitalismus oder weniger Staat nicht ein Ersatz dafür ist, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen. Exakt. Da hast du komplett recht. Das sehe ich auch so. So Indien, da hast du jetzt noch ein Beispiel genannt. Aber guck die großen Teile Afrikas an. Die sind... Die haben sich die letzten 50 Jahre nicht groß weiterentwickelt. Oder guck dir den Nahen Osten an. Das ist eine einzige Katastrophe. Weil guck mal, du hast ja beim konservativ-rechten Lager immer so dieses Heilmittelmehrmarkt, mehr Kapitalismus. Aber es gibt vor viele Länder auf der Welt in Wahrheit, die arm waren mit Kapitalismus und für immer arm geblieben sind mit Kapitalismus. Ja. Stimmt gar nicht, dass das so... Ich meine, es hat schon Vor- und Nachteile. Alles hat sein Für und Wider. Aber dass jetzt irgendwie mehr Demokratie oder mehr Kapitalismus automatisch zu besserem Leben führt, stimmt gar nicht. Du kannst dir an Ostbrock ansehen. Also die DDR hat fast zwei Jahrzehnte gebraucht. Wie viele es genau sind, könnt ihr euch in den Statistiken ansehen, bis sie auf das Niveau von 1989 wieder aufgeholt hat. Also das war eine ewig lange Durststrecke. Und währenddessen ist die Arbeitslosigkeit hochgeflossen. Die DDR hatte schon die Hilfe der bundesdeutschen Regierung. Also da wurden ja riesige Subventionen und alles gezahlt. Länder wie die Ukraine, die haben sich nie von der Schocktherapie erholt. Also der Ukraine ging es in der Sowjetunion wesentlich besser als heute im Kapitalismus. Also schaut euch, schon vor Beginn des Krieges... Das sagen sogar irgendwelche Ukrainer. Das ist in der Tat wahr. Die Ukraine hat, seit sie unabhängig geworden ist, eigentlich wirtschaftlich sie immer weiter abgestiegen. Ja, dann hat sie... In den 90ern... Ja, ja, du hast... Mittlerweile... Ganz kurz, mittlerweile ist ja der Lebensstandard in der Ukraine vergleichbar mit Albanien. Und so, das sind die ärmsten Länder Europas. Das ist unglaublich. Also durch den Krieg jetzt sogar niedriger. Ja gut, durch den Krieg, aber... Ja, schon vor dem Krieg. Also die Ukraine, die war eine der reichsten Sowjetrepubliken. Und die hat sich so katastrophal entwickelt wie sonst vielleicht noch Moldawien. Also die ist... Genau. Überleg mal, diese ganzen Flugzeugbauer... Die ist in den 90ern besonders stark abgestürzt, hat sich dann bis 2014 minimal erholt und seitdem geht es auch wieder tendenziell bergab. Und seit Beginn des Krieges ist es ja sogar noch mal... Dann ist es noch mal radikal abgestürzt. Also das ist der einzige Desaster. Also sogar nachdem der Westen so 2014 quasi adoptiert hat. Also nachdem der Westen seinen Block geholt hatte. Ist die Ukraine noch mal abgeschmiert. Okay, jetzt aber. Eigentlich begann die Industrialisierung der Sowjetunion ja eigentlich aus der Ostukraine. Der ganze Flugzeugbau, der Raketenbau. Es gibt unglaublich viele Industriezweige, die waren in Wahrheit in der Ukraine. Die Stadt Dnepropetrovsk hat eine unglaublich krasse Tradition. Was da alles für Unternehmen herkamen, das ist alles weg heute. Das ist alles pleite. Das gibt es alles gar nicht mehr. Heute ist die Ukraine ein Exporteur für Weizen. Ganz toll. Ja, hast du recht. Genau das ist das Entwicklungsmodell, was der Westen solchen Ländern anzubieten hat. Werdet billige Rotdorf-Exporteure und haltet sonst die Klappe. Liefert uns billig Rohstoffe, dann lassen wir euch soweit in Ruhe, dann könnt ihr da in Armut vor euch hinvegetieren. Wenn ihr versucht, eine unabhängige Exportindustrie aufzubauen, dann kommen wir hier zuerst mal mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen und dann mit Putschversuch und allem anderen. Also das ist das Angebot des Westens an viele Länder auf der Welt und das wollen viele Länder eben. Also an die meisten Länder auf der Welt, die eben nicht schon das westeuropäische Wohlstandsniveau haben. Also das ist das westliche Angebot. Ja, schreibt es gerade einer im Chat, in Großteilen des Landes in der Ukraine ist mittlerweile in der Hand von amerikanischen Agrarkonzernen. Aber verkaufen, das ist auch noch lustig, darf man das laut ukrainischer Verflüssung eigentlich nicht. Also dann setzt man Pachtverträge über viele, viele Jahrzehnte auf, um das zu umgehen. Also Pachtverträge für 99 Jahre. Also so umgeht man dann dieses Verkaufsverbot. Überhaupt nichts damit zu tun, dass nach dem Krieg Nachholbedarf oder sonst was ist. Sondern es hat mit der Frage zu tun, wie sich eine Wirtschaft organisiert. Und da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Prinzipien. Entweder man plant sie zentral oder man erlaubt dem Markt dezentral die Dinge zu regeln. Und die dezentrale Regelung der Dinge durch den Markt ist der Planwirtschaft überlegen. Und zwar deswegen, weil es die bessere Informationsverarbeitungsmaschine ist. Ja, Millionen Menschen wissen es eben besser als drei Politiker. Während unsere Politiker glauben, sie wüssten es besser als Millionen Menschen. Und das ist ein Irrtum. Was ich verlange, ist nicht weniger, als dass man den Millionen da draußen nicht nur alle vier Jahre den Stimmzettel in die Hand drückt, sondern dass man sie permanent, jeden Tag in all ihren Entscheidungen empowert. Dass sie sich ihr Leben zurückholen von diesem Staat. Das ist das, was ich verlange. Und wenn ich das radikal verlange, dann mag es radikal sein. Dass man sie empowert, also durch höhere Löhne beispielsweise. Also dass man ihnen die Wahl gibt, was sie kaufen können. Ich glaube, er meint nicht, die es empowert. Genau. Was meint er da wahrscheinlich nicht mit der Pause? Aber guck mal, mal ganz abgesehen davon, die Chinesen waren doch in den letzten 30, 40 Jahren sehr erfolgreich darin, ganze Industriezweige wirklich sehr konstatiert aus dem Boden zu stampfen. Die haben genau das nicht gemacht, was Karl möchte. Weil, wenn ich die Wirtschaft irgendwie, ich meine, es ist ja gut und schön mit der Theorie vom Kapitalismus. Also ich kann euch noch mal nur die Statistik zeigen. Red ruhig weiter. Ich wollte nur darauf hinaus, dass einfach nur irgendwie den Markt irgendwas machen zu lassen, das machen wir jetzt schon die ganze Zeit. Aber welches ist denn der letzte Industriezweig, den wir in Deutschland oder in Europa noch als Erste inventet haben? Das ist doch schon, das ist doch schon seit dem Zweiten Weltkrieg kein einziger mehr. Stattdessen hat der Chinesen uns diese Industrie weggeholt. Ja. Ja, ja. Also ihr seht es hier gerade, die Länder mit den niedrigsten Staatsquoten gehören auch eher zu den armen und nicht zu den reichen Ländern. Das heißt dieses, der Staat macht mehr und dadurch wird ein Land erbar. Das ist falsch. Es stimmt einfach nicht. Kann es nicht an der Realität überprüfen. Also man könnte ja mal, falls irgendwer von euch Langeweile hat und hat bestimmt auch schon einen Ökonom gemacht, Staatsquote und BIP an X-Achse und Y-Achse aufkragen und dann mal eine schöne Grafik machen und dann mal gucken, welche Korrelationen es gibt. Ich würde wetten, man findet eine publikative Korrelation. Je höher die Staatsquote, desto höher ist BIP. So könnte ich wetten. Ich würde vielleicht auch mal eine Arbeit raussuchen und dann in irgendeinem Video. Also das hier ist jetzt ja nur ein spontanes Reaktionsvideo. Da kann ich zwar kurz eine Liste raussuchen, aber da habe ich vorher keine Studien vorbereitet, weil ich ja vorher nicht weiß, was Kai sagt. Aber es wäre bestimmt mal eine Idee. Also das, ihr seht es ja. Nein, aber es ist eigentlich das, was in der Mitte der Gesellschaft komplett konsensfähig sein sollte. Und zwar deswegen, weil die Menschen wollen nicht gegängelt sein und sie wollen auch nicht bevormundet werden und sie wollen... Da schreibt gerade einer, Acht du Heiliger, Kasachstan ist weit hinten. Kein Wunder, dass meine Eltern in den 90ern zurückgesiedelt sind. Ja, Kasachstan, gab es halt eine Schocktherapie, wie in fast allen anderen Ländern. Also die, ja, das ist überall da so, dass du da extrem Abbau der Staatsquote hast und dadurch einen riesigen Anstieg der Ungleichheit. ihr Leben selber gestalten. Ja, sie haben auch Angst vor sozialem Abstieg. Sie haben Angst vor Unsicherheiten und vor Risiken und hoffen, dass der Staat ihnen dabei hilft. Die Wahrheit ist, er kann es gar nicht. Ich brauche jetzt nicht schon wieder grundsätzlich darauf eingehen. Es kommt auch an, welche Leute am Staat an der Macht sind. Ohne Scheiß. Ja. Ich habe ja gemeint, du bist zu klug für ihn. Das bringt einfach nichts. Er sagt gar nicht so kluges, dass irgendwelche inhaltlichen Repliken wert ist. Weißt du, schon tiefer in die Inhalte gehen. Er wird schon Hayek und Co. gelesen haben. Da muss ich mich auch mehr schlau lesen. Aber die grundsätzlichen Argumente, die kenne ich. Dieses Argument, das ist ja auch nicht falsch, wenn du sagst, wenn der Staat alles planen will, ist das eine Anmaßung von Wissen, da ist der Markt ein besserer Distributionsmechanismus. Aber ja, diese kompletten Pauschalisierung, dieses der Staat ist immer schlecht und der Markt ist immer gut. Das ist einfach ein Schwarz-Weiß-Denken. was ich ablehne. Guck mal, ich habe mir als Vorbereitung vorhin kurz seine Biografie angeguckt. Er wird nicht dumm sein, das ist gar keine Frage, dass er irgendwie blöd ist oder so, nur irgendwie aus unerfindlichen Gründen redet er hier in absoluten Allgemeinplätzen. Er sagt gar nichts, wie ich ja eben schon gemeint habe, er sagt gar nichts Kluges, was einer fundierten inhaltlichen Replik wert ist. So richtig. Warum er das nicht macht, weiß ich nicht. Das ist sein Geheimnis. Ich würde sagen, wir schauen kurz den Rest und dann versuchen wir mal Proletopia zu raiden gleich. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wie man sich dagegen absichern kann. Indem man zum Beispiel die Familie stärkt. Gesunde, starke Familien sind die beste soziale Absicherung überhaupt, wenn man mal in der Menschheitsgeschichte 3000 Jahre zurückschaut. nicht der Stelle. Wohl, jetzt kommen wahrscheinlich auch nur noch Plattitüden, das Interview ist ja eh gleich vorbei. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Also würde ich sagen, raiden wir jetzt gleich. Oh, Proletopia scheint gar nicht so zu sein. Raiden wir Imp. Wenn das geht. Raid beginnt. So. In diesem Sinne, viel Spaß euch bei Imp. So. So. So.